Schönen guten Abend, Ladies and Gentlemen. Heute zum Plankenschnack Nummer 13 mit folgenden Gästen. Pa, pao. Die alten Säcke, die kennt man ja. Und dann haben wir noch einen anderen alten Sack eingeladen. Aber man, das Vorgespräch... Schönen Dank, das ist nett. Ja, oder? Also ich hab dir gleich mal einen Ball zugespielt. Möchtest du zu deiner Verteidigung etwas Junges sagen? Wir haben heute den norddeutschen Jungen eingeladen, den Basti. Auch schon ewig lange zu Gast bei Twitch. Und ich glaub auch schon zwei Jahre oder so unterwegs, kann das sein? Schon über drei Jahre. Ja, dann greift gleich das Wort und stell dich doch mal vor. Ja, wir Norddeutschen geschlagen ja nicht gerne so viel. Wir sind ja immer so ein bisschen Wortkraft. Nee, aber tatsächlich, also Basti hat man richtig, genau. Und seit über drei Jahren tatsächlich schon auf Twitch. Also ich glaub im Januar, am 27. Januar waren es drei Jahre. Echt, so lange bist du schon dabei? Bin ich ja der dienstälteste Streamer dann eigentlich tatsächlich? Nee, nee, nee. Du hast es vor mir angefangen wahrscheinlich. Ja, aber ich hab am 13.05.2013 angefangen. Stimmt. Also ein bisschen Vorsprung hab ich noch. Ja, aber erzähl doch mal einen Schlag aus der Jugend. Was machst du, was treibst du so auf Twitch? Was machst du, die eine, viele kennen dich ja noch gar nicht. Was streamst du so? Oder was treibst du generell einfach so? Erzähl mal, Schlag. Was treibst du so? Eigentlich streamen wir eigentlich alles auf Twitch. Also von kleinen Indie-Games bis Triple-A-Titel. Also eigentlich so wie du. Weißt ja halt so. Eigentlich haben wir immer ziemlich ähnlichen Geschmack bei Spielen. Und sieht man sich dann öfters mal in der Liste. In der Liste. Wenn wir doch schon auch dieselben Spiele spielen. Nee, eigentlich alles. Im Moment, ich glaub das letzte war so XCOM, Far Cry, Primal im Moment gerade. Und nächste Woche Division wahrscheinlich. So alles mögliche von Shooter über Survival-Games. Über gerne mal irgendwelche kleinen Wirtschaftsspiele. So ein Quatsch hier wie, wie heißen das nochmal? Gamer-Tycoon und so eine Sache. Das finde ich halt fantastisch. Da kann ich mich Wochen mit beschäftigen. Also ja, alles mögliche. Aber Black Desert hast du ausgelassen. Ja. Ich hab so bei so einem Stream geguckt irgendwie. So ein wertiger Typ. Und er ist komplett abhängig geworden von diesem Spiel. Aber ich dachte so, nee, da lass ich mir die Finger davon. Da ist wahrscheinlich Crystal Mesh drin oder so. Das war es mal lieber. Wow, Garak, hast du gehört, was er gesagt hat? Du bist voll abhängig geworden. Also ganz ehrlich. Der hat dich gemeint. Ach so, Entschuldigung. Ja, weil Bart, das ist ja mehr so dein Metier. Ähm. Jungs, wollt ihr Hallo sagen? Garak, Slebi? Anfangs wohl. Guten Tag. Okay. Guten Tag, liebe Zuschauer. Willkommen in diesem seriösen Stream. Meine Brüder und Schwestern. Alle zwei Wochen. Toll, dass ihr da seid. Es ist unfassbar, wie faul die beiden geworden sind. Ja, ich geb mir immer Mühe und erzähl dir mal einen Schlag. Und dann, oh, guten Tag, hallo. Ja, cool. Danke, dann lass uns doch anfangen. Äh, bevor wir überhaupt loslegen, Leute, ihr kennt das Spiel Renzien ja, oder viele kennen das Spiel Renzien. Äh, auch die Leute, die jetzt eventuell von Basti da sind. Äh, ihr könnt unter Hashtag Plankenschnack bei Twitter, diesen neumodischen, äh, Quatsch mit dem Vogel, da könnt ihr, äh, eure Fragen stellen. Die sind, äh, die ganze Zeit offen bei uns. Und, ähm, wenn ihr da irgendeine Thematik reinhauen wollt, die wir eventuell besprechen sollen, könnt ihr das gerne tun und euch, äh, melden. Was wir heute, wir haben heute, äh, sehr lustige Themen, über die wir, äh, bevor der Stream überhaupt losging, schon, äh, bestimmt 25 Minuten lang geschnackt haben. Also ich und Basti. Äh, Basti und ich meine ich. Äh, die anderen beiden nicht so, aber, äh, das kommt jetzt sowieso. Langweilig. Langweilig? Wir wollen uns, wir wollen uns heute einfach mal so über die generelle Thematik der Negativität im Internet unterhalten. Dass, äh, Menschen eventuell, also mal als Beispiel jetzt Menschen sich einfach, äh, komplett daneben benehmen bei Spiel-Releases und, äh, sich generell einfach nur hinter irgendwelche Ironie und Smilies verstecken und, äh, versuchen gewisse Sachen, die eigentlich sehr positiv sind zu, äh, torpedieren und, äh, sie zu zerstören. Was ja jüngst schon wieder passiert ist, dass Garak zum Beispiel nicht mal mehr Black Desert spielt, aber das würde er ja, äh, denke ich, gleich nochmal erzählen. Ähm, und dann werden wir nochmal die Thematik aufgreifen des Viewer-Bottons, weil, ähm, das betrifft uns ja auch alle irgendwie so ein bisschen und, äh, da werden wir uns auch nochmal so ein bisschen, äh, auslassen, würde ich sagen. Also ich denke mal, jeder hat da so ein bisschen was zu erzählen. Ähm, als Einstiegsgeschichte, um, um, um in das erste Thema reinzukommen, würde ich sehr gerne, äh, Garak befragen, wie denn so seine Erfahrungen waren mit Black Desert auf Twitch. Magst du da mal das, äh, den Ball lostreten? Ja, ich versuche hier gerade mal eine Fenster zu organisieren. So, äh, ich bin ja immer der Langsamste, das ist ja das Problem. Ähm, ähm, es hat schon wieder Rennen, oder was? Ja, äh, Black Desert gespielt, Mond, äh, Sonntag haben wir ja zusammen angefangen und, äh, ich bin ja nicht ganz so süchtig wie du und, ähm, vor allem bin ich nicht so ein Mega-Grinder wie du. What? Und deswegen bist du jetzt Level, was bist du, äh, ich bin Level 22 und du 38 oder irgend sowas? 39. Was ist denn, was ist 39? 39, wenn ich mal fragen darf. 100. 50, glaube ich. 100? Das war ja auch früher. Ja. Jedenfalls, ähm, hat das super Spaß gemacht, aber die negative Folge, oder ich sag mal in Anführungsstrichen negative Folge, es hat auch viel, äh, wie soll ich das nennen? Also gerade bei mir im Stream, bei dir nicht, du hast ja, ne, das sag ich jetzt nicht, aber, ähm, also bei mir im Stream war es, war, äh, bei mir im Stream war das halt so, dass ich ein ungewohntes Klientel plötzlich hatte als Zuschauer, was ja grundsätzlich nicht unbedingt so mega schlimm ist, weil Zuschauer sind toll, dafür streamen wir ja überhaupt, ja. Ähm, 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 ich hatte da plötzlich so Leute, die irgendwie Intelligenzquotienten unterhalb eines englischen Toastbrotts haben und das liegt bei sieben. Und, ähm, äh, wir mussten unheimlich viel aufräumen und, äh, meine Moderatoren hatten echt viel zu tun, die Leute rauszukicken und, äh, alter, was holt man sich für Schwachmaten? Und, äh, das, äh, bin ich nicht gewohnt, weil ich hab normalerweise seriösen, gepflegten Chat mit, äh, seriösen Leuten, ähm, so wie hier am Plankenschnack, alles völlig seriöse Leute und, ähm, das, ähm, war, war sehr komisch. Also, ich hab dann noch Montag und Dienstag gestreamt und ich hab Montag sogar meinen Flugsimulation-Stream ausfallen lassen, was schon irre ist, äh, was mir allerdings auch sehr viel Stress wieder bereitet hat, weil sehr viele meiner Flugsimulation-Kunden nicht so glücklich damit waren. Scheiß drauf. Ähm, ich hab am Mittwoch dann wieder Flugsimulation gemacht, weil ich einfach keinen Bock mehr hatte, das zu streamen, dieses, äh, also ich spiel, äh, weiterhin, äh, Black Desert, weil das einfach ein affengeiles Spiel ist, das ist völlig anders als alle anderen MMOs, also wirklich gut, aber Streamen, ne, das tue ich mir nicht an. Also, ich mach meine Flugsimulation, da bin ich gut aufgehoben. Aber hat ein Black Desert, also ich hab's halt noch gar nicht gespielt, irgendwie, und hat das denn so eine schlechte Community, oder warum sind dann da bei dir so viele? Ich weiß es nicht. Naja, ich bin ja jetzt auch ein bisschen empfindlich, ja, also das muss man ja auch dazu sagen. Das, was bei, bei, bei Nils im, im, im Chat zum Beispiel zum Teil abgeht, das wäre bei mir schon zu viel, und dabei hat Nils eigentlich schon einen guten Chat, ja, also bei mir, also bei Nils ist ja eigentlich auch schon alles völlig, völlig easy, ähm, aber selbst da hab ich dann schon den einen oder anderen zwischen, den ich bei mir sofort kicken würde, und, ähm, ich bin da halt vielleicht auch ein bisschen überempfindlich, das kann ja gut sein, aber es passt da halt überhaupt irgendwie nicht. Nein, ich glaub nicht, dass die Community jetzt besonders schlimm ist, also es sind keine CS-Spieler oder so. Shots fire, da Micecraft. Jetzt geht's los. Naja, es gibt halt schon Schmille, die echt, also so eine, ich sag mal wirklich eine spezielle, ähm, Community haben, halt so, ähm, also Counter-Strike, wie du schon sagst, und halt diese ganzen Call of Duty-Geschichten und so, da geht das dann auch schon ein bisschen anders zur Sache, da gehört dann so ein Hurensohn ja wirklich schon zu einem guten Ton, ne, in den Streams, in den Chats, so. Also das hätte mich halt bewundert, weil ja eigentlich so MMOs halt so, im Grunde sind das ja doch eher so friedlichere Leute, die da so zugegen sind, oder? Also, sie sind, sie sind anders als jetzt, sagen wir mal, Counter-Strike-Fewer, ähm, wobei ich das nicht verallgemeinern mag. Natürlich sind da auch schlaue Leute dazwischen und auch nette Leute, das ist nicht das Problem. Ja, das muss man immer dabei sagen, das ist, das ist immer sehr schnell verallgemeinert, das darf, äh, verallgemeinert, das darf man natürlich nicht machen. Äh, das setze ich auch voran raus, wenn ich was sage, dass das keine Verallgemeinerung ist, ja, aber, aber grundsätzlich, äh, ist es schon so, dass, äh, ja, eigentlich sind MMO-Spieler schon nicht vergleichbar mit den, mit den, ich sag mal, äh, Shooter-Spielern, aber ich, ich bin das trotzdem nicht gewohnt gewesen, ja, also es war für mich schon so ein, so ein Kulturschock, kann man fast sagen, als ich da plötzlich, plötzlich, äh, Leute in meinem Chat hatte, die einfach irgendwie völlig weit ab waren von jeglicher Intelligenz und, äh, also das erkannte man dann ja auch an den Fragen und an den, an den, an den Ausdrücken, die da kamen und das, das hat mich völlig irritiert, ne, naja, aber wie gesagt, ich bin da auch ein bisschen überempfindlich, das mag sein, meine Moderatoren wissen das und sind sehr schnell und wir hatten auch relativ schnell wieder Ruhe, was allerdings sich nicht in den Zuschauerzahlen, äh, bemerkbar gemacht hat, die sind gestiegen, ja, ähm, das heißt, die, die rausgekickt worden sind, die waren im Grunde genommen nur nur zum Trollen da, also es waren schon sehr viele Trolle unterwegs, würde ich sagen, aber ich ziehe die ja auch an, ja, weil ich ja auch immer Kontra gebe. Ich glaube, Das ist für die Kiddies bestimmt auch spannend, weil du da so, weißt du, Ja, klar. Dann sitzt du da so einen älteren gesetzten Mann, ich glaube, das macht auch Spaß, den ein bisschen zu ärgern, ich kann das gar nicht gut vorstellen. Das machen wir leider auch immer. Das machen wir ja auch immer. Ja, aber da hätte ich, äh, wie gesagt, da haben sie nicht lange Zeit zu, ne, Also sie müssen das dann auch schon ziemlich kompakt und schnell bringen, weil sie relativ schnell tot sind. Also ich denke, äh, ich denke mal, viele haben auch Angst eventuell dann zu schreiben, aber, also, das muss ja jeder für sich selber wissen, also bei, bei, bei Basti würde ich jetzt mal fast behaupten, ist das ein bisschen lockerer, ne, also ein bisschen geschmeidiger, du bist ja sowieso mehr so der, der Suche-Typ, so, und bei uns ist das ja ein bisschen strenger, das kann man gar nicht vergleichen. Ey, das muss aber auch immer jeder, jeder für sich selber wissen, ich meine, hätte man, magst du von deiner Superhelden-Twitch-Fähigkeit erzählen, Basti, Sachen mit deiner Sonnenbrille, die du nicht siehst, so, magst du das mal erzählen? Klär uns doch mal auf, wie das funktioniert. Wenn du mehr weißt über meine Superhelden-Fähigkeit als ich, das ist nur ein Tipp, ich stehe gar ein bisschen auf den Schlauch. Nein, dass du Sachen überliest einfach oder nicht siehst sie, das meine ich. Also, genau, also ich glaube, also haben wir ja von dem schon drüber gesprochen, ich kann so eine Sachen halt relativ gut ignorieren, also wenn da einer im Chat halt, das hatten wir neulich erst irgendwie vor ein paar Tagen, da kam halt auch einer rein und der meinte dann irgendwie, bann mich bitte, bann mich, hat mich dann irgendwie noch zweimal, dreimal beleidigt und ich habe gedacht so, nee, wenn du den jetzt bannst, hat er ja eigentlich genau das erreicht, was er will, ne? Und dann habe ich halt die Leute im Chat halt gebeten, den einfach zu ignorieren, weil ich wollte ihn auch nicht die genug für ihn geben, ihn jetzt zu bannen einfach. Und dann hat er halt irgendwie noch zehn Minuten irgendwie so ein bisschen aufgedreht und ein bisschen auf den Wurz gehauen und sowas und also die Leute sind halt echt ruhig geblieben im Chat und haben ihn einfach mit und irgendwann ist er dann gegangen, weil das so blöde war dann, weil er wahrscheinlich selber gecheckt hat, dass das halt doof ist. Und ich, also ich bring da nochmal gerne den Spruch so, dass, wie man das so kennt, so von so kleinen Kindern, die so an der Kasse stehen halt irgendwie und ja, Schokolade wollen und Mutti sagt, nee, gibt's nicht. Und dann gibt's ja dieses Phänomen, dass die Kids halt immer mehr aufdrehen, immer mehr aufdrehen und irgendwann dann halt echt so auf dem Boden liegen und mit den Fäusten auf dem Boden trommeln und da rumschreien und der ganze Laden, bis dann der Mutter das dann irgendwann zu peinlich ist und sie dann nachgibt und die Schokolade kauft. Ich glaube, das kennen wir alle so, dieses Beispiel. Und dadurch lernt aber das Kind ja einfach nur, dass es halt wirklich nur doll genug aufdrehen muss und einfach doof und scheiße genug sein muss. Und dann kriegt's das, was es will halt. Und das ist halt, finde ich, ein total falscher, falscher Ansatz halt irgendwie, das ein Kind halt zu vermitteln oder einen Menschen halt überhaupt zu vermitteln halt so. Also musst du halt auch mal Stränge walten lassen und musst einfach mal konsequent sein und sagen, nee, ist halt nicht. Und musst das halt auch aushalten, dass das Kind dann vielleicht wirklich irgendwann auf dem Boden liegt und trommelt. Ja, und so sehe ich das dann manchmal auch in so einem Twitch-Tat halt. So, man muss sich die Leute ja auch so ein bisschen hinziehen und denen das vielleicht auch mal sagen, dass sie einfach doof sind und dass sie das mal lassen sollen. Und manch einer merkt das dann ja sogar. Ja, die Show hat meine Tochter mit drei Jahren abgezogen, im Supermarkt sich auf den Boden zu schmeißen und rumzuschreien. Wir haben die dann einfach liegen lassen und sind einfach los, ne? Und die kam schon hinterher gedackelt. Also das war, äh, das war dann ein für einmal erledigt, das Thema. Vorsicht, Garak, sowas kannst du nicht in der Öffentlichkeit sagen. Gleich kommt das Negativ-Fablessitiv und gleich, gleich kommen die Tweets, so, Garak lässt Kinder einfach im Supermarkt liegen. Mann, das war 1989, da war die Welt noch in Ordnung, nicht so weichgespült wie heute. Ja, das ist auch so, das ist auch so eine Sache, ähm, Slabby, du hast doch da bestimmt auch Erfahrung mit dem weichgespült. Du hast doch gerade heute, hast du doch sowas, äh, erlebt, oder? Magst du da vielleicht mal erzählen drüber? Jetzt, äh, aufs Detail? Nö, nö, nur so, so prinzipiell, du, das, was dir passiert ist. Naja, also ich, ich sehe das Bannen halt als eine Art natürliche Auslese, ne? Meine Community wächst halt, sie gedeiht und da müssen halt, muss halt auch mal Unkraut gejätet werden und, ähm, sie wächst halt langsamer, wenn du viel Unkraut jätest, aber so sehe ich das halt, deswegen hau ich da gerne mal mit der Sichel um mich und, ähm, da weiß ich nicht, kommen schon Leute, die meinen, das war jetzt ungerecht und manche sind dann ein bisschen, ja, die hauen dann halt auf den Tisch, aber ich finde das jetzt nicht schlimm, also ich, weiß ich nicht, ich finde besser, wenn, wenn jetzt, wenn mir jetzt jemand sagt, äh, wenn du nicht gespoilert werden möchtest, dann, äh, brauchst du nicht auf Twitch streamen, sondern mach lieber YouTube, dann, äh, nervt mich das in dem Moment, kurz nachdem ich gespoilert wurde, das war der Moment heute und, äh, dann, wenn, wenn jemand eine idiotische Meinung hat, dann darf er sie halt bei mir nicht, äh, zuhause halt ausdrücken, so ist das halt, ich sehe, ich halte halt nichts von Meinungsfreiheit in meinem Chat, weil es ist mein Chat, weißt du, Meinungsfreiheit kannst du auch auf der Straße haben, da kannst du deinen Flakar aufhängen, aber, aber, ich halte nichts von Meinungsfreiheit, ja, nee, nicht bei mir im Chat, und da gibt's halt keine Meinung, da wird halt, kann man mal einer meiner Zuschauer einen Banner machen, ich brauch sowas, und, ja, so sehe ich das, und deswegen, äh, irgendwann, wenn's halt ganz viele Leute sind bei mir vielleicht, dann, äh, hab ich halt umso weniger Idioten da drin, weil ich halt alle Leute, die, deren Meinung halt dumm ist, weiß nicht, wenn mir so ein AfD-Wähler da umherkommt, da wird er auch sofort gebannt, weil die will ich auch nicht bei mir haben, weißt du? Das ist, also, ähm, das ist ein ganz gutes Thema, aber das hatte ich halt tatsächlich jetzt vor einer Weile, ähm, dass immer so, Typen halt irgendwie kamen, so in Chat, und auch immer so ganz gezielt, dass so, das Thema so auf Flüchtlingskrise und, ne, diese ganzen Thematiken halt so gelenkt haben, das hat man richtig gemerkt, dass das auch echt von denen schon gezielt war, ähm, und ich finde es aber irgendwie, also, ich tue mich da schwer mit, die einfach zu bannen, und das Thema damit halt so, also quasi einfach, weißt du, Klick und Thema ist weg halt so, weil ich finde, das ist ein wichtiges Thema, was halt alle angeht, und ich finde halt irgendwie, ähm, ich finde es manchmal wichtiger, mit den Leuten halt auch zu reden und zu diskutieren, als die einfach nur rauszuschmeißen, weißt du, was ich meine? Ja, ich nicht. Ja, also, also, es ist halt irgendwo, irgendwo ist es ja auch eine Art von Zensur, und, ähm, also, meine Meinung muss ja auch nicht immer richtig sein, und, ne, ich finde es halt schon wichtig, dass man auch, also bestimmte Thematiken dann einfach mal aufgreift und auch darüber redet und nicht einfach nur immer klickt und die Leute halt rausschmeißt, weil die Meinung nicht mehr fällt, so. Ja gut, aber ich sehe das so, in meinem Stream geht es um Videospiele, nicht um Politik, und da möchte ich halt Leute haben, die nach meinem Schlag kommen, und da passen die halt nicht rein, und deswegen lasse ich sie auch nicht in mein Wohnzimmer, ich will mit denen nicht spielen, ich möchte für die nicht spielen, weißt du? Ich bin da ja völlig anders, ich rede ja über jeden politischen Scheiß, der mir vor die Flinte geschossen wird, ne, also, ich habe ja zu einem eine Meinung, und, äh, ich bin da aus Kugel los, warum nicht, also, ähm, solange das so halbwegs, solange ich, ähm, sagen wir mal so, solange das kein Troll ist, ähm, den man ja relativ schnell erkennt, ähm, dann, dann finde ich das schon legitim, also, ich gebe da dann auch eine Antwort drauf, also, wie ich meine Sicht ist halt, ne, aber, ich weiß nicht, jedenfalls oft, mich hat letztens einer gefragt, was ich von der Flüchtlingskrise halte, und zwar einer in Englisch, also einer, ein Ausländer, ja, ein, ein, ein Amerikaner oder Engländer, keine Ahnung, wo der herkam, dem habe ich kurz und knapp geantwortet, dass das ein Problem ist, und dass ich das gut finde, dass die Flüchtlinge hier ins Land kommen, und dass sie hier die Möglichkeit haben zu überleben, nämlich die, die überleben, um ihr Überleben kämpfen, und, ähm, dass unsere Regierung damit nicht fertig wird, weil die einfach ein organisatorisches Problem damit haben, und kurz und knapp knacke ich fertig, lange braucht man darüber das nicht zu diskutieren, finde ich, weil, das ist es ja alles, also, ne, also, wie gesagt, da, da bin ich immer dabei bei sowas. Ich meine, diskutieren bringt eh überhaupt gar nichts, meistens, also, ich meine, ja, wir, wir können drüber aufklären, und für mich ist es auch mittlerweile so wie Bannen echt wenig, und, äh, meine Motzen lassen mir die Trolls sogar übrig, dass ich zurücktrollen darf, weil mir das Spaß macht, und, äh, dann werden sie rausgeschmissen, oder der Bot selber, weil sie dann Hurensohn oder so schreiben, und der Bot das dann rauskannte, soweit funktioniert das ja mittlerweile schon, ähm, aber das, das ist auch so eine Sache, also, für mich sind zum Beispiel solche, solche scharfen Themen, die würde ich persönlich auch nie ansprechen, weil, ich finde einfach, das hat da nichts zu suchen, das ist ja, also, was heißt, das hat da nichts zu suchen, das ist ja, wie Slebi sagt, jeder, jeder kann ja sein Wohnzimmer gestalten, wie er möchte, und wenn, wenn jemand aufklären möchte über Politik, soll er das gerne tun, und, ähm, ich, ich glaube, man, man muss das immer sehr sensibel behandeln, alles, also, das ist immer, wie Garak schon sagt, so ein schmaler Grat, ja, weil, ähm, ich sag mal, du kannst auf den Putz hauen und kannst rausknallen, deine Meinung, aber man muss halt immer daran denken, andere können das nicht wiedergeben, und du kannst sie nicht sehen, und dann das Diskutieren ist, wie, äh, das hatte ich heute im Chat schon mal, äh, im Stream gesagt, das ist, als wenn ein Hund seinen, seinen Schwanz jagt, ja, man dreht sich die ganze Zeit nur im Kreis, man ist nur am Rotieren, weil man gar nicht, äh, man kann halt nicht diskutieren, denn, dann schreiben fünf Leute das, dann antwortest du da drauf, dann kommt der Nächste, und du, ähm, Endeffekt erzählst du immer wieder das Gleiche und drehst dich im Kreis, und deswegen, äh, bin ich eigentlich nicht so ein, so ein wirklich großer Fan, äh, von, von diesen, diesen wichtigen, so und so Gesprächen, sag ich mal. Naja, es ist innerhalb eines Games, also, wenn du jetzt gerade, ne, am Zocken bist, und gerade grein ist wie so ein Irrer, äh, hast du natürlich, dann geht das auch nicht, aber, aber ich meine, du hast ja auch deine, deine, ich sag mal, deine anderthalb Stunden, die du ab und zu mal so einfügst, wo die Leute schon, ich sag mal, auf die Tische klopfen und sagen, nur, ich spiele endlich mal was, Alter, ich meine, das ist ja auch immer so das, was dann immer kommt, ähm, bei mir haben sie es, glaube ich, noch immer nicht geschnallt, dass wenn einer, wann fliegst du endlich, ja, das ist bei mir genau das Gleiche, weil ich sabbel auch immer so viel vorm Stream, also vorm eigentlichen Loslegen, und die haben bis heute nicht begriffen, dass jeder, der fragt, ähm, wann geht das jetzt endlich los, die Zeit bis dahin um 10 Minuten verlängert, jedes Mal, also, er weiß so, ich, ich hau dann immer noch 10 drauf, noch 10 drauf, und ich warte mal auf den Tag, wo ich 3 Stunden lang nur sabbel, und dann einfach zu Ende, ne, das wird irgendwann passiert, ne, das wird irgendwann passiert, das ist mir auch schon passiert, tatsächlich, also, ja, da war ich sogar live dabei, das fand ich so spät, ich hab geredet und nicht gespielt, äh, weil das Spiel endlich, ne, heute nicht, äh, extra nicht, ne, aber ich sehe es halt echt auch genau wie du, ähm, 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 gerade halt so, ich finde, wir reden halt über Gott und die Welt und ich finde, wenn man über Gott und die Welt spricht, dann muss man auch mal über die wichtigen Themen reden, und, ja, und, also, das gehört halt dann auch irgendwie dazu, weil es bewegt ja schon viele Menschen, also, es ist nicht so, dass ich das dann mal angeschnitten werde, aber ich finde so, das spiegelt sich dann ja im Chat halt auch immer auch wieder, ne, die Themen kommen dann immer so, ich meine, wenn Fußball ist, wird auch über Fußball geredet, denn irgendjemand schreibt es dann schon. Ja, das, das würde ich jetzt nicht machen, weil das ist ja so eine komische Sportart, aber, ähm, ähm, ich, aber, aber es ist schon, ja, ist schon richtig, wir sind ja, ich meine, wir sind ja letztendlich, und das darf man nicht vergessen, Personen des öffentlichen Lebens, ja, ich meine, die Leute fragen einen das einfach, weil man da ist, ja, und weil man permanent sendet, und ich glaube, es ändert sich auch so ein bisschen, äh, von dem, von dem Rhein, da sitzt ein Nerd im Keller und streamt irgendwie sein Minecraft, ja, ähm, hin zu, zu, ja, irgendwie, ich frag den Onkel da mal, ne, also, das ist schon, äh, manchmal ganz komisch. Ja, das ist mal mehr bei dir so, wir sind dann noch hier in dem Alter, wo man sagt, ich frag den Onkel. Na, ihr seid doch schon alle über 30, ihr seid ja schon alle über alt, Mann, im Vergleich zu den ganzen Viewern seid ihr doch echt alt. Also, der Einzige, der hier über 30 ist, ist, äh, hier, Basti, okay, wir beide sind noch 30, also, wenn ich denken darf, ja. Ja, Basti hat mich ja fast eingeholt. Ja, doch. Jeden Tag ein bisschen mehr. Ich muss mich, ich muss mich wirklich entschuldigen dafür, aber ich fühle mich, äh, echt in eine Ecke gedrängt als Grinder, ich muss mich da irgendwie wieder raushauen, ja, also, ich bin hier nicht süchtig und muss mich da auch nicht so kundtun, ja, aber... Nein, am Mittwochabend hat er den Food-Unfall gemacht und wer süchtig ist, macht nicht zwischendurch auch mal Essen. So sieht's aus. So sieht's aus. Das muss ich zur Ehrenrettung von Nils sagen. Ich hab mal... Ich hab, ich hab dir mein Rezept ja geschickt, äh, geschickt, Nils. Ja. Da kannst du gerne mal nachkochen in dem Food-Unfall, dann kannst du wieder zocken nach zwei Minuten. Das war, das war super, ja, das hat mir sehr gut gefallen. Ich würd gerne... Was hast du denn gekocht? Du hast doch Forelle gebraten, oder nicht? Nee, ich hab Rouladen gemacht, Rinderrouladen. Richtig, Rouladen, richtig kompliziert. Ja, aber Soße war richtig, äh, war... Also, da muss ich nochmal mit dir reden, Garak. Die war echt fürs Klo. Also, die hat geschmeckt, aber die war, die sah nicht so, äh, so gut aus. Ich würd gerne, äh, wenn ihr nichts dagegen habt, mal kurz eine Frage reinschmeißen. Und zwar, Rockstar hat nämlich gefragt, äh, wie geht ihr mit Viewern um, äh, wenn diese euch durch Messages drohen, beziehungsweise reporten, ähm, mit Reports, äh, schikanieren, gab es sowas schon. Das passt eigentlich sehr gut dazu. Ja, jetzt, gerade bei mir. Darauf bezog sich das wahrscheinlich sogar. Hab ich ja von dem dann bekommen, heute. Er möchte jetzt gerne häufiger bei mir vorbeischauen und mich wegen jedem kleinsten Scheiß reporten. Hat er gesagt. Wann ist das passiert, wenn man reportet? Ja, nichts, nichts. Der wird wahrscheinlich eher von Twitch gebannt, weil sie genervt sind von ihm. Durch seinen Report-Spam als ich, äh, weiß ich nicht, was er sich dadurch vorstellt. Das ist wahrscheinlich die letzte Macht, die er dann verspürt. Also, es bringt nix. Ich weiß nicht, was er sich... Ich musste halt, hab kurz geschmunzelt, hab das durchgelesen, hab das bei Twitter veröffentlicht und, äh, damit war die Geschichte für mich gegessen. Deswegen, also, ich... Mich amüsiert das. Naja, obwohl, wenn man... Ich hab gerade so überlegt, also, wenn man... Wenn das viele Leute machen, machen die schon dein Channel mal dicht. Also, meiner war auch schon mal zwei Tage zu. Ja. Bitte? Und die zu viel reporten. Echt, ja? Ja, ich war tatsächlich mal von Twitch gebannt. Und was ist da passiert, wenn ich fragen darf? Ich hab, ähm... Ich hab damals halt, als ich angefangen habe zu streamen, hab ich, ähm, doch, wo er sie gestreamt. Ja. Und da gab's, ähm... Da gab's so Guest-Keys für das Spiel. Und, also, so quasi, dass man einem Kumpel dann einfach so ein Key geben konnte. Und der konnte dann irgendwie zwei, drei Tage mitspielen. Und diese Keys wurden halt immer zum Cheaten benutzt. Also, das haben halt fast nur Cheater halt so mit diesen Keys gespielt. Weil, weil, egal, wenn sie den Account bannen, so ist es halt eh nur für ein paar Tage gültig. Und die liefen dann irgendwann aus, die Guest-Keys. Und ich hab halt irgendwie, das war so Ironie halt, das war so ein Running-Gag. Weil immer im Team-Speak, wenn ein Neuer reinkam irgendwie, also war so ein Public-Team-Speak, und dann kamen auch neue Leute rein und haben gefragt, ey, hab ich noch Guest-Keys, hab ich noch Guest-Keys? Und so, und das war halt einfach so ein Gag halt. Und dann hab ich oben als Film-Titel geschrieben, oh, die letzten Guest-Keys verkaufe ich für fünf Euro mit Aimbot in Zehner. Und, ähm, das haben viele, und dann hab ich mir noch so, ähm, als Overlay halt quasi noch so ein Padenkreuz gemacht. Und halt mit so Paint-Schrift halt noch Aimbot daneben geschrieben halt. Also es war wirklich offensichtlich, dass das ein Gag war. Haben aber nicht alle Leute als Gag verstanden und haben das dann anscheinend reported meinen Channel. Und der war dann auf einmal zu. Da musste ich dann den Schwitze fortschreiben und denen das wirklich glaubhaft versichern, dass das ein Scherz war. Und hab dann irgendwann die Antwort gekriegt, if this was a joke, it wasn't a good one. Okay. Wenn das zu massiv ist, passiert halt schon was. Und wenn er halt genug Leute mobilisiert, slaps, Digga, dann sei gewarnt an dieser Stelle. Ich wüsste nicht, wofür man nicht bannen sollte. Also sag mal, es gibt ja, es gibt ja wirklich Momente, äh, da kann ich ja, da können wir ja alle, alle reden und erzählen. Wenn, bei mir ist zum Beispiel auch immer sehr viel Meinungsfreiheit, ja, dass Menschen sich beschweren, dass sie ihre Meinung nicht äußern dürfen. Ähm, aber es gibt ja auch, sag ich mal, sehr viel Blödsinn, den man nicht lesen muss, ja. Und, ähm, dafür krieg ich auch Reports. Also das weiß ich auch, dass, äh, dass bei uns viele gebannt werden und dass dann reported wird, weil sie nicht so dürfen, wie sie wollen. Also ich erinnere mich noch, ich erinnere mich noch sehr gerne dran an den Moment, ähm, da hat jemand, äh, ein Viewer, der schon über Monate lang zugeschaut hat, sich dazu geäußert hat, dass, äh, Metal Gear Solid nicht nach seinem, äh, nach seinen Wünschen durchgespielt wurde. Und er hat sich, äh, lautstark dazu geäußert und ist aber in politische Themen abgedriftet. Also wirklich, äh, dahin, wo er eigentlich hätte gar nicht hingehen sollen, ja. Und dann hat er eine Verwarnung bekommen, hat gesagt, du, pass auf, äh, reicht jetzt und lass mal. Und der ist halt rausgeflogen und da weiß ich auch, hat er mir noch eine PM geschrieben, Report und hier und da und tralala. Ja, und, ähm, also ich sag mal, wenn, wenn, wenn das, das kann schon in die Hose gehen, aber wenn du nie was falsch machst, ich meine deine Meinung und, äh, das ist ja dein Haus, deine Regeln und das ist halt immer sehr, sehr eigenartig. Ich glaub, ich glaub, was, was, wie ich das immer sehe, ist, dass, ähm, äh, manchmal Menschen sehr alleine sind zu Hause und, äh, Twitch gucken und da irgendwie versuchen, äh, Aufmerksamkeit zu erhaschen und, äh, das ist sehr traurig. Und mittlerweile hab ich so das Gefühl, dass, dass das immer weiter in so eine, in so eine Negativität abdriftet, die von, aber auch von, von, ähm, von anderen, sag ich mal, Medien oder öffentlichen Personen, dass das da rüberkommt, diese Negativität, ja. Also, wie du vorhin schon gesagt hattest, Basti, äh, dieses, äh, Twiefen oder wie auch immer wir das nennen möchten, äh, ich glaub, so, so ist das halt schon so ein Vorbild dafür, einfach schon grundsätzlich negativ, äh, negativ oder salty zu sein, hab ich das Gefühl. Und, ähm, ich find's echt schade, dass es mittlerweile so ist, dass man Dinge gar nicht mehr positiv, äh, an Dinge positiv rangehen kann, weil, äh, sag ich mal, eine gewisse Anzahl an Menschen sowieso, äh, schon mit dem Ansatz negativ, äh, negativ zu sein rangeht, was ich sehr schade finde. Stille. Totenstille. Aber habt ihr, habt ihr nicht auch so das Gefühl, dass, das ist echt so ein bisschen, also, gerade du, Basti, und auch, äh, die anderen beiden haben ja vielleicht nicht so den Eindruck, aber zu den Game-Releases, es ist doch grauenvoll, oder? Ist es nicht zum Kotzen? Mein Game wurde 2006 released, inzwischen sind die meisten tot, die da meist noch, äh, ja, aber gerade so, bei Game-Release hast du nicht den Eindruck, dass da so viele Leute schon am, am rumhaten sind, bevor das Spiel überhaupt draußen ist, also, ja, ja, das ist aber so ein typisches Problem heutzutage, das ist genau das gleiche, wie oft habe ich bei dir und auch bei mir im Check gelesen, boah, das ist ja Sauerei, das ist ja so teuer, 30 Euro sind die nicht ganz dicht, was soll das, und im gleichen Atemzug, das ist ja Pay to Win, und, boah, ich kriege die Kretze, wenn ich das lese, weißt du, die gehen sofort bei mir, also, wenn die bei mir, sind die sofort weg, ja, ich will so einen Scheiß nicht lesen, das ist alles völlig hohl. Dass du überhaupt noch Zuschauer hast, wundert mich hier so langsam. Ja, doch, ich habe reichlich Zuschauer, das ist, glaube ich, die Art und Weise, weil, äh, ich bin da ja nicht allein mit der Einstellung, die, die Leute wollen diese ganzen Kinder nicht, ja, also, ähm, das, das Twitch-Publikum wird älter, äh, nicht nur, weil sie, weil sie jetzt 14, äh, sind und, äh, vor zwei Jahren 12 waren, sondern, ähm, weil jetzt plötzlich neue, weil jetzt plötzlich neue Zuschauer dazu kommen, ja, ähm, das Klientel bei mir ist, ist weit über 30, ja, und, äh, die wollen sich das nicht antun, die haben keinen Bock auf dieses Alter, Opfer, bla, bla, hast nicht gesehen, äh, das ist denen zuwider, und, ähm, deswegen, ähm, kann ich nicht unbedingt klagen, also, das, das funktioniert schon, ne? Mhm. Also, es bleiben noch genug über, ich kann noch ein App haben. Ne, ja, also, also, bin ich schon bei dir auf jeden Fall, aber ich, also, ich kann's auch nachvollziehen, so, also, das, was Nils dann gerade geschildert hat, ich hab's jetzt wahrscheinlich ein bisschen besser verstanden, dass halt, stimmt, so Release halt wirklich vieles erstmal kaputt und schlecht geredet wird, also, ich glaub, man hat das jetzt aktuell bei, äh, The Division auch irgendwie ganz gut gesehen, dass halt ein paar Leute sich wirklich wahnsinnig drauf freuen, was ja auch ihr gutes Recht ist, die das ja schon angespielt haben und so, und dann, aber auch viele da sind, die sagen, ah, mal gucken, ob sie das erst überhaupt hinkriegen, alles, was sie sich vorgenommen haben, und, ne? Erstmal so mit so einer Skepsis dann auch rangehen und so, anstatt sich halt einfach auf das Spiel zu freuen und einfach zu sagen, jo, hab ich Bock drauf, guck ich mir mal an, und wenn's scheiße ist, kann ich auch immer noch was anderes spielen. Das stimmt schon. Es wird auch vieles so verglichen. Wie oft hab ich, also, jetzt gerade bei Black Desert, wir wollten nicht über Black Desert reden, ähm, jetzt gerade bei Black Desert, äh, wie die Leute gesagt haben, oh, das WoW ist viel besser, also, scheiß drauf. Warum vergleicht man das überhaupt mit anderen Games? Ich versteh's nicht. Warum geht man nicht einfach frei ran und sagt, oh, ich guck mir das mal an, und, ähm, wenn man Glück hat, bekommt man so ein Gaskey oder so, und ansonsten holt man sich das halt für 30 Euro, das ist ein lächerlicher Preis, ja, jeder AAA-Titel, den Nils spielt, kostet das Doppelte, und, ähm, ja, und dann spielt man das halt 100 Stunden oder 50 oder 20 oder wie auch immer, und wenn das nix ist, dann ist es halt nix, genauso wie Batman nix war letztes Jahr, ja, also, das ist dann einfach, äh, egal, es ist doch völlig wurscht, ne? Das ist... Aber dieses, dieses Vor, vorher immer, ne, also, das sind grausam und kommt das Korea und ist völlig scheiße und ein Blödsinn. Aber das gibt für jedes Spiel, ne, also nicht nur jetzt für Black Desert, sondern für, für alle Spiele, die rauskommen, finde ich. Also, ganz häufig gibt es eine, ist eine große Fraktion da, die immer alles anmögelt. Also, ich hab Star-Doo-Valley am Release-Tag gespielt, und ich muss sagen, da ist die Community sehr, sehr gut. Ich muss ja schon Leute, ähm, ohne Grund bannen, damit ich überhaupt noch was zu tun hab, sonst, äh, langweil ich mich ja schon zu Tode. Also, ganz ehrlich, wenn wir jetzt mal hier so zuhören, ja, äh, äh, also, hier wird ja nur gebannt. Ja. Also, das ist... Ach, was? Das hört sich nur so an. Wahrscheinlich, ja. Und das ist ja gar nicht so viel. Aber es... Ihr dürft ja nicht vergessen, ich hab 600, ich weiß nicht, ich hab dir eine Datenbank, wie viel Viewer bei euch im Channel mal waren, insgesamt, so seitdem ihr streamt. Ich hab, äh, mein Bot, äh, addiert das auf. Äh, der speichert sich jeden, der jemals im Kanal war. Und, äh, bei mir waren inzwischen 45, ne, 46.000, ich musste mal nachgucken. Achso, das kann ich. Aber 46.000, etwas über 46.000 Leute waren bei mir im Channel. Das finde ich total beeindruckend, diese Zahl. 46.000 Menschen. Ja, von also 30.000 unterschiedliche Menschen, oder was? Ja, unterschiedliche. Unique Menschen. Also Accounts, sagen wir mal so, es legen ja auch viele doppelte Accounts an. Aber so unterschiedliche Accounts, äh, 46.000. Davon hab ich höchstens 500 gebannt. Also ich hab noch echt Potenzial. Ja, du selber, ja. Also, ich kann mich noch erinnern, ich glaub, bei Minecraft damals hab ich die halbe deutsche Minecraft-Community gebannt, bei mir im Channel. Also alle Zuschauer die Minecraft bekommen. Halbes Deutschland, glaub ich. Ja. Also da sind, da sind Tausende. Tausende. Ja, es hört sich jetzt echt so an, als ob wir jeden bannen irgendwie. Oder als ob ich hier, nein, das passiert natürlich nicht, ja. Es ist wirklich die Quatschkörbe. Und es sind halt nicht so viele, wie es sich jetzt anhört. Aber es sind schon, äh, also bei mir geht's schneller als woanders, sagen wir mal so. Aber es ist wirklich schade, dass man das mittlerweile so machen muss, ja. Also, ich muss, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ein bisschen ruhiger geworden, was das angeht, ja. Also ich mein, manche, heute war zum Beispiel jemand da, der hat, äh, ungefähr 30 Minuten lang diskutiert und hat wirklich permanent versucht, das Spiel schlecht zu reden. Also wirklich mit aller Gewalt, ja. Ich hab ihn machen lassen, ich hab mir das durchgelesen und, ähm, ich find das immer schade. Was ich wirklich schade daran finde, ist, dass die guten Sachen darunter untergehen. Also, die, die Menschen, mit denen man Spaß hat, ja. Ich mein, denk mal an die ganzen Nächte. Du, Basti, gerade auch, du bist ja auch manchmal ein bisschen länger da und ich auch und Slabby gar gar nicht. Aber so die, die Abende, wo du richtig so die coolen Leute da hast, wo du dir denkst, ja, mit euch würde ich in die Kneipe gehen, das ist richtig edel. Und so was passiert halt, das geht dann immer unter. Stell dir mal vor, du würdest, ähm, stell dir einfach vor, sagen wir mal, eine fiktive Zahl, Game Release, 1000 Leute da und alle 1000 sind so cool wie diese Abende. Und dann machst du da richtig schön ein Los, du feierst das Spiel und dann sagst du so, ja, okay, hier ist ein Bar, gucken wir mal, was passiert und, äh, aber, aber, aber sowas kommt gar nicht mehr und ich find das so schade, dass das überhaupt nicht mehr vorhanden ist, weil, ja, weil die Leute einfach irgendwie komisch sind. Aber das würde ich aber gar nicht so pauschal sagen, also, ich glaube, also ich hab solche Momente ja auch schon gehabt halt irgendwie, ich kann mich halt dran erinnern an, äh, letztes Jahr im Januar den Age of Zeroen Release oder sowas, da haben wir halt irgendwie über acht Stunden einfach nur drauf gewartet, dass die Server freigeschaltet werden und haben da irgendwie mit 500 Leuten gesessen und haben, äh, tatsächlich irgendwie nur gewartet und über das Spiel geschnackt, was wir so erwarten, was wir, worauf wir uns freuen und was wir so denken und haben so mit, äh, haben uns Videos angeguckt und halt sowas halt so, das waren schon so echt coole Momente und das, so ab und zu hat man das halt mal, ähm, also ich würde da gar nicht sagen, dass das nur so ist und, ja, also ich, dass es nur negativ ist, also es geht halt, ich glaube halt einfach, das Negative fällt halt einfach stark auf, weil das halt immer laut ist und immer irgendwie so ein bisschen im Fokus steht, dann, ich glaube, das, die Mehrheit auf die Welt ist schon cool. Die Mehrheit ist, ja, definitiv, das ist so. Also, und, äh, und die Lauten, äh, also das sind immer diejenigen, die dann auffallen und, äh, deswegen bin ich da auch relativ, äh, flott dabei. Ich persönlich bangere kaum jemanden, aber meine Moderatoren, die sind echt gut, die, die wissen ganz genau, wie ich ticke und, äh, und die sind dann halt weg, so, und, äh, und das ist gut. Dadurch habe ich eher einen anderen Effekt, äh, den wir nachher, wenn wir über Bots reden, ähm, da, da passt das ganz gut rein, ähm, weil das hat ja auch einen Effekt, wenn man so rigoros durchgreift, ne, dieser Chat sieht dann plötzlich ziemlich arm aus, äh, äh, ziemlich, ziemlich leer, ja, also im Verhältnis zu den Zuschauern. Das hat nämlich wieder andere Effekte, aber, ich bin ganz froh, dass es so ist, wie es ist und, ähm, dadurch, dadurch habe ich eine coole Community und wenn dann was geschrieben wird, ja, dann, dann ist es auch wirklich der coole Part der Community, mit dem man, äh, richtig geile Stunden verbringt, richtig geile Zeit verbringt, ja, mit dem man auch Freundschaften schließt, es gibt, es geht euch mit Sicherheit genauso, dass ihr den einen oder anderen Viewer habt, mit dem ihr auch wirklich eine Freundschaft habt, ja, und, äh, die sich so entwickelt über die Zeit und, und, und das ist nämlich die coole Seite, Ich, also, mach du, Bassi, mal rein. Also kann ich nur voll unterschreiben, so. Ich wollte aber, also, ähm, also ich habe auch echt schon total wahnsinnig tolle Leute, kennengelernt, irgendwie über Twitch und über Außen Chat und so, und ich habe halt in Berlin auch schon ein paar Leute getroffen, dann, als ich das letzte Mal da war und einfach mich mal mit denen verabredet und so, das ist schon richtig gut gewesen, aber, ähm, was ich gerade sagen wollte, ich hatte halt auch mal die Idee, den Chat einfach mal so laufen zu lassen und zu sagen, ey, du greifst halt mal nicht ein, so, mal gucken, so, weißt du, so, ob sich das nicht irgendwie auch von selbst reguliert und, ähm, einfach mal so quasi das Experiment starten, was wohl passieren wird, wenn du einfach mal einen Monat nix machst und halt gar nicht drauf, also doch, drauf reagierst, aber halt, ähm, den so laufen lässt und ich habe aber neulich mal bei einem Streamer reingeguckt, der Chat wird halt nicht moderiert von ihm, ich weiß nicht, darf man einen Namen sagen? Nein, kein Namecalling. Okay. Also auch ein bekannterer, ein größerer, mhm, naja, Daisy und alte Streamer, so, sag ich mal, kennen wir, glaube ich, alle, und ich stream, also der Chat, das ist echt ein Phänomen, ich habe halt irgendwie versucht, eine halbe Stunde zuzugucken, ich konnte es irgendwann nicht mehr, ich konnte es auch nicht mehr lesen, was die Leute erzählt und geschrieben haben, das ist, also, das ist ein Phänomen, muss man sich halt mal geben, ne? Also, ich sage Minecraft, also bei mir, Minecraft war mein Tief, mein absolutes Tief, das, ich sag mal, ich mag Minecraft richtig gerne, aber ich würde das nie wieder streamen, das ist, da gehst du tot bei, also, ich mag mein Chat, ich liebe meine Community und ich rede jeden mit jedem gerne, ich begrüße jeden gerne und wenn ich das irgendwann nicht mehr kann, weil da nur Sülze drin steht, ja? Also, ganz ehrlich, wenn ich mir das selber durchlesen müsste, dann würde ich jeden Arm mit Anlauf gegen die Tür rennen, damit es einfach ordentlich scheppert, damit die Sicherung wieder drinnen ist. Das kannst du gar nicht lesen. Also, ganz ehrlich, ich habe das gesehen bei dir bei Minecraft, du warst auch, also, ich habe da irgendwo mal reingeschaltet und da haben die dich irgendwie mit, ob das jetzt Survival ist oder nicht oder sowas und du hast das dann noch versucht, so zu erklären in deiner Art und da warst du richtig wütend, ey, so wütend habe ich noch gar nicht gesehen im Stream, weil die Leute das einfach nicht gecheckt haben. Das ist halt, wenn junge Menschen halt zehnmal dasselbe fragen, das ist, aber das ist auch alles vorbei. Jetzt ist, also wütend ist immer, ich glaube, du musst auch irgendwann mal wütend sein, finde ich. Man muss mal richtig schön durchkehren und, weil mir geht das halt einfach nicht am Arsch vorbei, weil ich mache das sechs Tage die Woche, und ich will mir nicht sechs Tage die Woche so eine Jaure durchlesen. Bei allem Geld der Welt will ich mir so eine Scheiße nicht durchlesen. Also, selbst wenn jetzt, wenn ich dadurch mehr Geld verdienen würde, da kriegst du einen an der Schüssel oben. Also wirklich, was manche Leute von sich geben, ich meine, ich rede hier nicht von Intelligenz, mir ist das Wumpe, wer was ist, mir ist egal, ob einer Schlosser ist oder Maurer oder Hochstudierter, das ist mir Wumpe. Hauptsache, die Leute benehmen sich vernünftig und geben miteinander vernünftig um und wenn das nicht gegeben ist, oh, da rass ich aus, da krieg ich die Krise. Das ist, ich hasse so eine, so ein, so ein, wie sag ich, von oben herab, so dieses, dieses ekelhafte Hurensohn, Bastard und wie das nicht alles dauert, das wäre wahnsinnig. Da würde ich am liebsten da hingehen und am Kragen packen und erst mal auf die Nase boxen und sagen, hier, Ruhe, ab in der Ecke, das ist Ruhe. Also, ich streame mittlerweile regelmäßig Minecraft und, ich weiß nicht, man entwickelt doch automatisch, wenn man da rein wächst. Ich meine, du hast, du warst, groß, Nils, als du angefangen hast mit Minecraft, oder? Oder bist du durch Minecraft dann mitgewachsen auch? Ja, also, bei Minecraft bin ich, habe ich einen großen Schub gekriegt, aber ich bin auch genau, ich bin nach jede, nach jeder Sache, die ich gemacht habe bis jetzt in meinem Leben im Stream, bin ich immer wieder runtergefallen, immer, immer. Aber es ist halt Variety, das spielt auch gar keine Rolle, also, du kannst nie sagen, du bist gewachsen oder nicht, weil, als Variety-Streamer hast du nie eine konstante Zahl. Mal hast du 1000, mal hast du 500, mal hast du 200, mal hast du 50, 80, was weiß der Geier. Es ist halt einfach so, wie es ist, da kannst du so nicht viel sagen. Erzähl weiter, Entschuldigung. Gut, nee, ich habe dich halt nur kennengelernt, als du damals Minecraft gespielt hast. Ich wusste jetzt nicht, was du vorher alles gestreamt hast, deswegen, aber ich bin halt quasi, ich habe mit Minecraft angefangen und ich spiele es immer noch, häufig, jetzt gerade nicht, weil ich jetzt gerade habe, ich halt was anderes, aber es ist halt mein Streaming-Spiel und da ich da quasi von Null mit allen Idioten aufgewachsen bin, bis jetzt halt, ich weiß nicht, ich habe mich daran einfach gewöhnt, dass mal ein Schimpfwort reinkommt, eine Bandtaste und das ist ja noch nicht mal mehr was Originelles, also das betrachte ich ja noch nicht mal mehr als was Besonderes dann in dem Moment und das sind auch nur ein, zwei Leute in der Woche oder so, also ich weiß jetzt nicht, ich finde es jetzt nicht so schlimm, muss ich sagen. Ja, wahrscheinlich bei dir, aber bei mir war es gar nicht voll damals. Also ich hatte das nur einmal richtig krass, da habe ich LOL gestreamt, das war ein großer Fehler. Dann hast du, da kannten wir uns das schon? Was? Kannten wir uns das schon? Nee, ja doch, ja. Echt? Mhm. Gibt es da vorher? Ich muss mir das so machen, glaube ich. Warte mal. Nee, ist nicht wahr, das war, das war 2014. Nee, nee, da kannten wir uns noch nicht. Das war 2014, ja. Eben oder September oder Oktober 2014, das muss so, Herbst 2014 gewesen sein. Da habe ich ein bisschen LOL gespielt, so nebenbei. Und also so für mich so und habe ein bisschen rumgespielt, ach, da kann ich auch mal streamen, weil da hatte ich noch nicht so, dass ich Simulationen gestreamt habe und das habe ich noch, weiß ich gar nicht, durch Arc Age gestreamt oder irgendwie sowas, also ein MMO und ach, und dann zur Abwechslung habe ich dann einmal einen Tag neu gestreamt. Alter Schwede, das habe ich dann auch nie wieder gemacht. Was war eigentlich so, was war eure grauenvollste, schlimmste Erfahrung und danach gleich die beste, die ihr je im Stream hatten? Denk mal einfach drüber nach, weil wenn wir schon bei negativ sind, haut mal negativ gleich auf den Putz und dann gleich so die, den Diamanten. Ich habe ja gerade von einer dicken Haut geredet und da vergisst man halt schnell, was die negativen Momente sind. Also nein, ich kann es wirklich nicht sagen, weil ich sowas, ich lerne das ja persönlich halt zu vergessen, weil du kannst ja nicht die ganze Zeit dich an sowas erinnern. Ich könnte es jetzt nicht sagen, wirklich nicht, was jetzt negativ ist. Also negativ weiß ich bei mir schon, das war dieser Lois-Twee, aber positiv habe ich ein Problem, weil eigentlich sind fast alle Streams positiv. Also ich kann nicht mal einen Höhepunkt da erkennen, sondern das ist einfach immer geil, also immer cool. Also ich weiß nicht, woran ich das festmachen sollte. Was ist jetzt besonders cool? Also weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Ich glaube, ich glaube, mein Geburtstag-Stream letztes Jahr, der war besonders cool, weil unheimlich viele nette Leute mir zum Geburtstag gratuliert haben und die haben ja auch schicke Karten geschickt per Facebook und so mit so. Der eine hat mir sogar angeboten, der würde für mich auch einen Grabstein beschriften. Das war aber eine Morddrohung eigentlich. Nee, das war sehr positiv gemeint, weil ich ja nun jetzt ins Alter komme. Ja, nee, also ich glaube, ich glaube, der Stream war ganz cool. Also, aber wie gesagt, sonst, also das Positivste beim Streamen ist, glaube ich, die Freundschaften, die daraus entstanden sind. Also das würde ich als Positiv, ich würde nicht einen einzelnen Stream jetzt als Positiv betrachten. Die sind alle cool, bis auf diesen einen LoL-Stream. Ich habe mal Fallout 4 gespielt, drei Stunden lang. Das war, glaube ich, mein Tiefpunkt. Wow. Und ich habe es leider gestreamt, war das guter Spiel. Er mag Fallout nicht. Nein, nein, ich mag Fallout 4 nicht. Das habe ich, ich habe nicht gesagt, ich mag Fallout nicht. Ich mag Fallout 4 nicht. Ja, eben. Nicht gegen Fallout im Allgemeinen. Ja, das war mein Tiefpunkt. Mein Höhepunkt war tatsächlich, als ich aufgehört habe, oder was heißt, als ich aufgehört habe, als ich von Minecraft zu was anderem gewechselt war und damit gerechnet habe, dass keiner mehr einschaltet und plötzlich noch mehr Leute da waren. Das war, glaube ich, mein Höhepunkt bis jetzt. Weil das überrascht dann einen, wenn man plötzlich irgendwie eigentlich davon ausgeht, okay, du bist jetzt gerade am Wachsen, weil du nur das eine Spiel spielst und dann fängst du halt mit was anderem an und plötzlich geht es noch weiter nach oben. Aber das, glaube ich, dann auch, ja. Hört man mich? Ja, ne? Ja, ja, ja. Ihr guckt so irritiert. Ihr könnt keine Folgen, außerdem bei Fallout, das finde ich unfair, deswegen, ich halte mich da zurück. Nein, das ist ja ein bisschen Fallout-Bashing von mir. Ich mache es ja gerne. Das ist so, wie wenn ich was gegen Schalke sage. Nein, ähm, was ich, was wollte ich sagen? Ach so. Nee. Mist, jetzt habe ich es vergessen. Jetzt habe ich den Faden verloren. Egal, fällt mir gleich ein. Dann, äh, heißt du Basti oder so? Egal, mach wie du denkst. Du bist der Boss hier. Nee, 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 nee. Wir sind hier alle, ne? Du, bitte. Also ich glaube, so mein negativster Moment war tatsächlich auch, also ich habe auch Maloi gespielt irgendwie und ich fand das auch sehr anstrengend von der Community. Da war schon viel, viel Flame so einfach, weil ich, jeder der anfängt, weiß, der kann es halt erst mal nicht und dann kommen die Leute, wissen das natürlich alle besser, spielen das Ding aber schon drei Jahre und, ja, meinen dann alles besser zu wissen und flamen dann auch ein bisschen. Aber das fand ich halt nicht ganz so negativ. Ich finde es viel schlimmer oder was ich immer mega negativ fand, sind also so Stream-Sniping-Geschichten irgendwie so in so Open-World-Games und, also wie gesagt, am Anfang so, als ich War Z beziehungsweise Infestation so gespielt habe, das habe ich halt über ein Jahr gespielt, wurde ich halt ziemlich oft gestream-sniped und dann halt auch weggecheatet von irgendwelchen Leuten. Das war halt immer so, also da sind halt Leute bewusst uns hinterher gejoint, um uns halt das Spiel zu versorgen und das hat extremst genervt. Ja, keine Ahnung, sowas finde ich halt einfach ätzend, wenn Leute irgendwie zu dir kommen, um dir einfach nur den Tag zu versorgen, halt denen so zu spucken und so. Das hat mich schon dann oft sehr gestört, weil das auch den Stream dann so unterbrochen hat. Keiner sieht den Hate gerne sterben und, ja, dann hat man gerade eine gute Zeit und viel Geiles gemacht, irgendwie, und etwas Tolles erlebt, ne, mit seinen Jungs und dann kommt einer und der hackt uns alle weg. So, das fand ich schon immer extrem ätzend. Aber da habe ich halt auch gelernt, mit umzugehen und irgendwie hat die Community einen dann auch immer wieder so aufgebaut und immer wieder gesagt, ey, komm, lass dir von den Leuten den Spaß nicht verderben, so, uns macht's ja trotzdem Spaß, spiel weiter und, ne, scheiß auf die. Das finde ich eigentlich immer ganz gut und das ist eigentlich auch so das Positive. Ich kann mich jetzt an viele gute Momente erinnern, also Geburtstag-Streams oder Leute aus dem Streaming Relive getroffen und solche Dinge halt so, aber das ist halt, also ich glaube, so das Highlight könnte ich da jetzt auch gar nicht so bestimmen, was denn wirklich das Tolleste war. Dafür gab's so viele tolle Momente. Das ist echt, ja, das stimmt. Aber ich hab ein, ein ganz bestimmtes, was mir jetzt gerade sehr oft wieder in den, in die, in die Gedanken kommt und zwar, ähm, und zwar ist es, äh, GTA 5, der 10 Millionen Dollar heißt, am Stück, morgens um 12 angefangen, bis abends um 11 komplett durchgezogen, ohne Sterben, ohne alles. Hast du ihn geschafft, echt? Ja, beim ersten Mal gleich. Ach, du Sack Arsch, und bei mir kamen wir alle Leute an so, mach dir gerade die 10 Millionen Challenge, Dizzy hat's aber geschafft. Ist echt lebendig geschafft. Doch, haben wir. Zweimal sogar. Echt? Ja. Ne, Entschuldigung, einmal beim zweiten Mal hab ich versaut. Aber haben wir beim, beim ersten Mal, wir haben's wirklich beim ersten Mal haben wir's geschafft, ja, 10 Millionen. Krass. Das war, das war echt gut, da war auch richtig, richtig Action im Stream. Also ich bin nachher, glaube ich, wir haben 12 Stunden oder so haben wir durchgeballert, ohne Pause, ohne alles, nur kurz Essen und Pipi machen. und das war, das war echt gut. Also das war schon. Du hast das geschafft, du bist doch auch so ein Noob eigentlich. Und der gerne mal failt. What? Also, come on, wenn's drauf ankommt, verstehe ich, ich war der Fluchtfahrer. Da konnte man nicht viel falsch machen. Wow, aber jetzt mal ohne Witz. Moment, wir haben dich als Fahrer eingesetzt? Ja, also ich bin, du kannst doch gar nicht fahren. Also wenn ich, also bitte, jetzt wenn's drauf ankommt, Leute, dann bin ich der Fluchtfahrer des Grauens in GTA. Cochones, muss ich sagen, zu deinen Mitspielern. Du, pass auf, Basti, hast du Lust? Wir wollen das demnächst nochmal machen. Ich lade dich ein, wir können das zusammen machen. Ich mach mit. Da brauchst du richtig lange, weil ich das garantiert immer verkacke. Ich bin da keine große Hilfe. Das ist, ja, aber wir können das jetzt, wir machen das schon. Also, wir nehmen dann die Guten, die uns beide dann carryt und dann machen wir 10 Millionen in einem Rett. Ey, mach das nicht. Ich hab das geschafft, bei einer Mission, muss ich mit so einem LKW durch den Tunnel fahren und ich hab das echt geschafft, den LKW so quer reinzustellen, dass der wirklich, also der stand halt, da war kein Spaß mehr. Der ging nicht mehr vor und zurück. Das ist ehrlich, so eine Sachen passieren dann und ich würde euch das versorgen. Also, danke fürs Angebot, aber ihr macht euch damit keinen Gefallen. Also, tut euch echt keinen Gefallen. Ja, okay, dann lassen wir das. War ja nur, war ja nur eine Idee. Ja, also, klingt aber eigentlich witzig. Eigentlich müssen wir das mal versuchen. Vielleicht schaffen wir das jetzt. Ich hab wieder angefangen mit GDR, deswegen ist das ganz gut. Aber das würde ich sagen, war einer so meiner Höhepunkte. Okay, war nicht schlecht. Und der Moment, als ich mich dazu entschlossen hab, das hier Vollzeit zu machen, das war auch ein schöner Moment. Wobei, das hab ich so gut durch die Blume gemacht, dass das gar keiner mitgekriegt hat. Das ist von nicht hinzu einfach übergegangen. So. Und das Negativste war, glaub ich, der Release von, von, ähm, der Release von, wie heißt es denn noch schnell, ähm, mit Evolve. Die eine Woche, die ich Evolve gespielt hab, die ich gespielt hab, die hat mich so dermaßen wahnsinnig gemacht, weil ständig die Server von Twitch abgeschmiert sind. Und abends, immer wenn ich vor mir das angefangen hab, sind die Server abgeschmiert. Abends hat immer alles funktionieren. Und das hat mich so wahnsinnig gemacht, weil, du kommst ja dann immer aus deinem Fluss, dann musst du dir gucken, ob alles läuft, und hier und da und tralala. Und das hat mich so wütend gemacht, das kann ich, das werde ich auch nicht vergessen. Aber, äh, das, das war wirklich sehr böse. Also ich mag sowas sowieso nicht, wenn man, wenn Release, Game-Releases sind, dass, dass da irgendwas nicht funktioniert, weil ich freu mich halt immer drauf, und dann, mmh, geht irgendwas nicht. Never play on Release Day, das ist doch nur wirklich eine alte Weisheit, oder? Ja, aber trotzdem hängen wir immer da. Wie lange hast du noch mal bei HNZ1 gewartet? Sechs Stunden? Sieben Stunden? Naja, bis sieben, acht Uhr morgens oder so, ich glaub von 18 Uhr an, das war wirklich, keine Ahnung, das war ewig lange. Ja, in der Tat. Ja, ja, ja. Siehst du, wie war das, bevor du dich zu weit aus dem Fenster lehntst, ja? Ähm, ich kenn das halt selber, ich weiß es halt, ich ärgere mich auch immer wieder tüchtig drüber, aber ich bin halt auch ein sehr begeisterungsfähiger Mensch, und lass mich da auch immer von anstecken wieder. Ich nehm's immer wieder vor, lass dich nicht hypen, und komm, mach dein Ding weiter und so, und dann irgendwann hat's mich dann doch wieder gekriegt, und ja, ich sitz dann da und fieber mit. Aber bei Black Desert hast du dich irgendwie nicht mitreißen lassen, also das muss ich ja. Ich hab gehört, das macht süchtig. Hab ich halt gesagt so, nee, lass mal die Finger von. Ich hab ne schöne Frage, die auch, ähm, mit anknüpft, auch so an diese, an diese ganze, ähm, ja, Thematik, die wir vorher hatten. Wie wird das von Twitch, äh, gehandelt? Geahndet. Wenn es, äh, geahndet, Entschuldigung, geahndet, äh, wenn es rauskommt, dass man ein Viewer-Bot im Chat, oder, äh, also wie kann man das verhindern? Also im Chat, also wenn du ein Viewer-Bot da hast, zum Beispiel, wie wird das geahndet, und wie kann man das verhindern? Entschuldigung, ich hab die Frage komplett verrissen, aber ich hab's noch wieder hingebogen. Hi, der Witzger. Ich glaube, verhindern kann man das gar nicht, oder? Nee. Also nicht, dass ich wüsste. Kannst du ja nicht auf Benutzer klicken und sagen, der soll nicht in der Viewer-Liste erscheinen, oder der soll nicht irgendwie als Viewer angezeigt werden, mitgezählt werden, geht ja nicht. Das heißt, es kommt auch häufiger vor, dass Leute gebotet werden, die das gar nicht wollen. Ja. Und ja, es ist halt viel zu billig. Du kannst ja relativ gönstlich drankommen, und dadurch wird es eben sehr häufig auch benutzt. Und ich hab ja schon bei vielen gesehen, dass Bots eingesetzt worden sind, obwohl die Streamer nichts dafür konnten. Und ich bin auch schon Opfer geworden von Viewer-Bots. Ich hatte einmal sogar ein Chat-Bot. Das ist eine Scheiße, sag ich euch. Denn also als Partner hast du den Vorteil, dass du dann auch subscriber-only schalten kannst. Dann bist du wenigstens Partner. Kannst du das? Ja. Aber du hast ja keine Subscriber. Ist ja egal. Aber kannst du umstehen. Und das geht dann? Ja. Aber das passiert ja einfach aus. Dann können deine Mods nur noch chatten. Ach so, alles klar. Okay. Ja, gut, dann hast du halt, dann kannst du eine Chat ausdrehen. Bei mir haben die Mods, ich weiß gar nicht, innerhalb von drei oder vier Minuten 60 Chat-Bots-Dinger da entfernt. Weil die kannst du ja erkennen. Die schreiben ja irgendwelche Schwachsinn. Du kannst ja auch über Lightbot ganz gut rausfiltern. Dann drückst du halt die Phrase rein, die die posten. In Lightbot meinetwegen oder sowas. Und dann filtert ihr das automatisch raus, wenn der dann, keine Ahnung, folgt, norddeutscher Junge oder sowas da rein spammen würden. Oder so, dann könnte man die einfach so. Das ist bei mir sowieso geblockt. Das ist ja ein Mobot-Default-Ansteiger. Ja, genug. Aber das ist schon echt ärgerlich. Und es gibt halt auch den einen oder anderen, wo es dann Follower-Bots gibt und so. Das hat man vor allen Dingen vor drei Wochen recht gut gesehen oder vor vier Wochen. Ich weiß gar nicht. Das ist ein paar Wochen her. Da hat Twitch mal aufgeräumt. Da konnte man dann ganz gut sehen, wo plötzlich tausende Follower verloren gingen bei den Streamern. Und ja, und das Problem ist halt immer, dass es in erster Linie dem Streamer angelastet wird. Ja, also ich bin auch mal in der Situation gewesen, dass man behauptet hat, dass ich botte. Ja, also ich bin gebottet worden. Ja, richtig. Aber ich habe jetzt auch Twitch gemeldet und mehrfach die Admins sagen, ja, sehen wir. Ist überhaupt ja, klar, ist ein Bot. Sehen wir. Ja, können wir aber auch nichts gegen tun. Ja, so. Und also die sehen es und können natürlich auch IP-Adressen sperren, was sie dann auch machen. Aber wie gesagt, das ist ein Kampf gegen Windmühlen und leidtragender ist der Streamer selber. Und weil in den meisten Fällen, das unterstelle ich einfach, ich glaube, das ist so, weil ich sehr viele Fälle kenne mittlerweile, ist der Streamer das nicht selbst, sondern das sind irgendwelche Idioten, die dann einfach sich für einen Fünfer da so einen Bot besorgen und dann losschießen. Natürlich gibt es auch Streamer, die es machen, definitiv. Ich bin mir da gar nicht so sicher. Ganz ehrlich, ich habe das einmal erlebt, also ich bin drei Jahre, über drei Jahre halt jetzt bei Twitch und also Streamer da und ich habe das einmal erlebt, dass ich halt gebottet wurde, also dass mir das selber passiert ist von irgendwo her, dass man, also da war ich halt auch schon Partner und hatte auch irgendwie so zwei, dreihundert Leute halt irgendwie im Stream und dann ging das halt von einer Sekunde auf der andere irgendwie auf über 800 hoch und das war halt wirklich eine, also keine Ahnung, wahrscheinlich 500 Leute oder so, die dazu gekommen sind oder ich weiß es nicht. Das hat genau eine Stunde gedauert, dann waren die auch wieder draußen und ich habe halt, ich wusste dann auch nicht so richtig, was ich jetzt machen soll oder so und habe dann halt den Twitch Partner Association Manager aka Simon quasi auf Skype angeschrieben und habe gefragt, ey, muss ich irgendwas machen, kann ich irgendwie was so, ich habe da, ich finde das doof, also kann man irgendwas tun. Er meinte halt zu mir, der kann nichts machen, da war da einfach ab, Thema, du siehst jetzt nicht so, das geht auch wieder vorbei und du kannst halt höchstens den Stream einmal an und aus machen, ob man das dann will oder nicht und ob das dann was bringt, keine Ahnung, weiß ich nicht genau. Aber letztendlich kannst du da auch wirklich nichts gegen tun. Aber mir ist halt einmal in drei Jahren halt wirklich aufgefallen und das ist halt so extrem war und das passiert ist und ich kann mir, also bei manchen Leuten ist das halt echt auch auffällig, dass das da öfters mal gebotet wird und ich kann mir nicht vorstellen, dass das immer nur die anderen sind. Also ich kann mir bei dem einen oder anderen auch gut vorstellen, dass er das schon auch bewusst nutzt, dieses Feature, sag ich mal in Anführungsstrichen. Feature. Ja. Ich habe auch das Gefühl, dass Twitch da gar nicht so das Interesse hat, da was gegen zu machen, weil für Twitch ist es ja auch nicht der große Nachteil. Also es ist zwar bestimmt nicht gern gesehen und bestimmt nicht so das Allertollste, aber letztendlich sind es halt auch gute Zahlen für die. Denn wo die nun herkommen, ist dann ja letztendlich erstmal zweitrangig. Ja, das kann gut sein. Denn, also ich denke mal, es ist A, technisch sehr aufwendig, also dagegen etwas zu tun. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so ein Viewer, so ein Viewer, so ein Werbekunden. Und wo die letztendlich herkommen, weiß ich nicht, will ich nicht unterstellen, aber es ist halt schon alles sehr, sehr schwierig. Und ich glaube, es ist halt auch technisch, aber das Hauptproblem ist, glaube ich, in der Technik. Und da wird es dann schwierig. Und es gibt halt, ich habe das ab und zu mal, da hatte ich ja vorhin kurz drauf abgerissen, mit meinem Chat, da wir da immer so relativ stark aufräumen. Und da habe ich ja das Problem, dass dadurch, dass nun auch coole Leute da sind, der Chat toter ist als bei anderen, logischerweise. Weil die unterhalten sich da gepflegt, gesittelt und da wird nicht jede Sekunde irgendwie ihr Alter rausgeschrieben. So, jetzt habe ich 250 Zuschauer, 300 Zuschauer, 400 Zuschauer. Okay, 400 ist eher selten, aber es kommt mal vor. Aber ich sage mal so, irgendwo so bei 300, ja, und dann chatten da nur relativ wenig Leute. Da wirst du schon gefragt, so, dann kommt, schon mal, das ist ganz komisch, wo die dann immer alle herkommen. Da kommen dann schon so, so, ich sage mal, Trolle dazu. Schon nur, was ist denn hier los? Ist hier ein Bot oder was? Da ist ja so wenig Chat-Aktivität, du hast so viele Zuschauer, wie kann das denn sein? Und das ist der Nachteil meiner Aufräumaktion, weil ich einfach wirklich relativ wenig Chat habe, weil ich diesen ganzen Blafase-Blödsinn nicht habe. Also dieses sinnlose Zeug. Das ist aber, also das kenne ich halt aber auch, das fragen bei mir auch, ob das mal Leute so, warum das so ruhig im Chat ist und so bei so und so vielen Leuten irgendwie. Das ist, ich finde das aber auch völlig normal. Also ich, du guckst ja Streams auch und hast halt den Chat nicht immer an und guckst halt auf Vollbild oder viele Leute gucken mittlerweile auch über das Handy und wenn du dann halt, ne, das Handy halt klärstellst, hast du den Chat auch gar nicht oder über den Fernseher oder sowas dann auf Vollbild oder sowas. Also ich glaube, das ist auch dem geschuldet und ich glaube, wenn man, wenn man vielleicht auch ein guter Quatscher und Schnacker ist oder sowas, dann lässt man den Chat manchmal auch gar nicht so zu Wort kommen, weil man dann einfach so mit Kommentieren irgendwie beschäftigt ist. Oh, was will man da nochmal schreiben, ne? Ja, und wir hatten aber auch mal so, also es stimmt, ich habe das gerade nochmal überdacht, weil Immo hier im Chat geschrieben hatte, hier der Serious Satellite, der bei mir zum Beispiel auch Mod ist im Chat, die hatten auch schon mal echt einen Spooky, wir hatten so einen Spam-Bot, da kamen Leute rein, die haben immer nur geschrieben, es ist alles so sinnlos und dann immer wieder andere und so, und das waren richtig viele und sowas und ich habe mich echt gefragt, also das klang echt wie so eine Sekte, die gleich Selbstmord begeht oder irgendwie mit so einem Metruiden wegfliegen will oder sowas, das war total gruselig und wir haben uns alle so angeguckt und haben gedacht so, oh, was ist mit denen denn los jetzt? Das war aber auch wahrscheinlich irgendein Bot oder wahrscheinlich ein sehr, sehr guter Troll von irgendeinem anderen Streamer, ich habe keine Ahnung, aber da haben wir uns echt gefragt, was das wohl ist, das war merkwürdig. Also ich hatte auch in drei Jahren noch nicht so wirklich Kontakt damit, das Problem ist, was ja noch dazu kommt, was die ganze Sache erschwert, hosten heutzutage, wird ja auch immer als View-Bots ausgelegt, plus dass du auf anderen Homepages drauf sein kannst, andere Leute sind mit Devices nicht angemeldet, also ich sage mal, man kann nie die Standarddifferenz von wirklichen aktiven Personen, die in deinem Chat drin sind, gegen andere Zahlen gegenrechnen. Ich habe da übrigens ein gutes Beispiel, also ich bin ja Leidtragender solcher Aktionen, solcher falschen Verdächtigungen, ich bin ja aus einer Streamer-Gruppe rausgeflogen, einer deutschen, nicht unbekannten Streamer-Gruppe, weil die Leute nicht begriffen haben, wo letztes Jahr im April meine Zuschauer herkamen, ganz einfach, meine Zuschauer, ich hatte letztes Jahr tatsächlich plötzlich einen Boost nach oben, das kam daher, weil ich einen Sponsor bekommen hatte, den ich heute noch habe und ich wurde auf dessen Webseite, der über 300.000 Views oder was am Tag hat, wurde mein Stream quasi auf der Webseite gehostet, auf dieser Webseite, wo tausende Leute draufklicken und auf einmal ging ich durch die Decke und schwupps flog ich aus dieser Gruppe raus. Ich bin aber froh, dass ich da rausgefroren bin, weil dadurch hat die Gruppe ihr wahres Gesicht gezeigt und ich bin bei den B-Pirates gelandet, aber was im Nachhinein Gold war, aber sowas kann passieren, dass die Leute dann völlig abstrus sich irgendwas zurecht und der Leidtragende ist dann der Streamer. Also so eine Fälle gibt es natürlich auch. Ich will nicht sagen, dass es nicht Streamer gibt, die botten, definitiv, die wird es geben und zwar zuhauf, aber manchmal gibt es auch ganz simple und logische Erklärungen, man wird nur nicht gefragt, sondern gekickt. Und das war quasi, ich wurde gehostet auf einer richtig bekannten Webseite und simflight.de heißt die im Übrigen und für Simulanten, also für Flugsimulanten und seitdem ging ja mein Aufstieg in Anführungsstrichen in der Simulantenszene los. Das fing ja damit quasi an, was dann nachher in heute geendet hat oder die Story wird ja weitergeschrieben, aber also dadurch fing es alles an und naja, das Negative war dann halt, dass manche Leute halt einfach nicht genug Begriffs im Kopf haben und das als botten auslegen, nur weil man auf eigener Webseite gehofft wird. Also man wird auch nicht gefragt, sondern man wird gleich vorverurteilt. Das ist ja das Schlimme, dass sowas im Internet auch typisch ist, dass diese Vorverurteilung und wenn man die Leute direkt vor der Nase hat, sind sie nämlich so klein mit Hut. Also das ist eben das Internet. Internet-Eier. Wie fast jeder. So Internet-Eier. Guckt euch, also ich sag nur Twitter. Internet-Eier. Mehr nicht. Und was willst du, was willst du jetzt davon erwarten? Also das ist bei allem so, das ist dasselbe mit dem, mit diesem ganzen Botten und sowas. Niemand will mehr irgendwas ehrlich machen. Also ich kann, also von der Hand kann ich ganz viele sagen, die sich hochgebottet haben. Wir müssen jetzt keine Namen nennen, aber wo ist halt... Echt, wer denn? Wo man so den einen Tag hat man 30 drin und dann auf einmal kontinuierlich 5, 6, 7, 8, 9, 100 und da sind 50 im Chat und so dann die Partnerschaft errungen hat. Ich meine, über gewisse Zeiten kann man das machen, aber ich finde es halt schade, dass das immer so negatives Licht wirft auf Menschen wie uns, die das halt nicht tun und dann halt Leute zu dir reinkommen. Hey, das ist die Mann, was ist denn wir überhaupt an? Und dann sagst du so, okay, heute ist Game Release, du bist bei Featured Games drinne, auf der Homepage, in Foren, bei Twitty und wie sie nicht alle heißen und da kommen Differenzen auf. Und ich finde, das ist auch ein ganz, ganz großes Problem, was ich auch gerne noch ansprechen möchte, dass Menschen einfach nicht mehr nachdenken, sondern einfach nur Wesen sind, die irgendwem hinterher rennen und dadurch so ein Quatsch entsteht. Also nicht nur die Meinung zum Viewer-Botten oder dass so Gerüchte rum... Was für Gerüchte durchs Internet gehen, also hier auf Twitch, wo du denn da sitzt und denkst, Leute, bevor ihr so eine Scheiße erzählt, geht doch mal zu einer Person, die wirklich was dazu sagen kann. Also zu Simon oder zu einem Admin oder zu irgendwelchen Leuten von Twitch, bevor ihr irgendwelche Jauche erzählt. Also manchmal sitzt du wirklich da, liest den Chat und denkst dir so, Mann, bist du jetzt stolz darauf, dass du genau das gesagt hast, was der andere dann gesagt hat. Und das kommt... Das geht bei... Wo wir wieder bei der Negativität sind, dass mein Lieblingsbeispiel, was ich da immer gerne nenne, ist Rise, Sons of Rome. Was rausgekommen ist, was ein Xbox-1-Titel war. Das war ein riesiger Schneeball, der sich entwickelt hat, wo Menschen nur das erzählt haben, was andere erzählt haben. Wo du schon in den Sätzen gemerkt hast, dass da keine Individualität drin ist und dass sich darüber keiner Gedanken gemacht hat. und leidtragend sind dann, wie Garak und Bastian schon gesagt haben, sind dann immer die Streamer, die darunter leiden, sich so eine Gülle anhören zu müssen. Also gerade jetzt, ich meine, wer uns jetzt ein bisschen länger kennt, der weiß, da gehst du nicht rein und sagst, du hast den Viewerbock an. What? Also gerade so, wenn du viel streamst und du haust richtig rein, ja, du bist zu release da, so wie jeder, der hier ist, der haut halt rein, sag ich mal, und haut auf den Putz und dann haut dir jemand so ein Ding an den Kopf und dann sitzt du da, wow, willst du mich verkohlen? Also, was wird hier denn los oder was? Nils, ich glaube, du würdest dich aber wundern, wie viel richtig große sowas halt auch nutzen, weil ich glaube, wenn du, also, ich darf da ja auch keine Namen nennen und so, ne? Ich weiß. Da gibt's auch richtig große, weil wenn du 6.000 erstmal hast und du machst da halt nochmal 3.000 dazu, das fällt halt wirklich niemand auf, weil das kontrolliert auch keiner, aber das ist halt auch real Kohle dann, ne? Ja, ja. Das muss man halt auch einfach mal so sehen, ne? Natürlich passiert das. Na klar, das kannst du auch nicht, das kannst du ja auch nicht unter den Tisch kehren, aber ich sag halt immer, wen interessieren die Viewerzahlen? Viewerzahlen sind Schall und Rauch. Nichts ist das, gar nichts. Das sagt nichts über deine Größe, gar nichts. Also, darf ich da was zu sagen? Nein, Leute. Ich hab auch immer gesagt so, ja, Followerzahlen, da kann man sich drüber freuen, aber an sich ist es nur eine Zahl. Und je länger ich das hier mache und je länger ich darüber nachdenke, muss ich sagen, jeder einzelne dieser Zahlen ist ein Mensch, der auf einen Button geklickt hat. Und ich find, das macht mir viel mehr Spaß, das so zu betrachten, als zu sagen, mir geht's nicht um die Zahlen, mir geht's um, weiß ich nicht, um das Spiel, um, nein, die Zahlen sind mir auch wichtig mittlerweile, weil ich mittlerweile erkenne, okay, jeder, der auch zuschaut, wenn da jetzt eine 50 steht bei mir, dann freu ich mich, wenn mir gerade 50 Leute zugucken. 450 einzelne Individuen. Ich bin letztens völlig vom Stocker gefallen. Slabby hat mich gehostet mit 70 Zuschauern, glaube ich, da bin ich fast ins Koma gefallen. Das fand ich total geil. Und ich weiß nicht, aber ich verstehe das ja, man möchte halt nicht sagen, okay, die Zahlen, die sind mir jetzt nicht so wichtig, ich möchte hier einfach nur sitzen, zocken und so, aber andererseits ist es doch schon irgendwie eine schöne Sache irgendwie, wenn man, weiß ich nicht, meinen Eltern sagen kann, ich sitze den ganzen Tag vorm Rechner und keiner guckt mir zu, dann ist das was anderes, als wenn ich zu denen gehe und sage, heute haben mir 100 Leute zugeguckt oder so, weißt du, und deswegen, das ist auch noch so eine Sache, kann man negativ sehen, man kann es aber auch irgendwie positiv auslegen und deswegen, Aber es sagt halt nichts über die Größe aus. Nein, das sage ich nicht. Und das ist halt das, worauf ich hinaus will, dass das so ein ganz großer Irrtum ist und ich muss immer schmunzeln, also ich schmunzle wirklich darüber, weil Wolfs im Schafspelz, also man, was interessiert das irgendwen, ganz ehrlich, für dich selber, okay, zur Motivation kann ich das verstehen, aber in der Community oder sage ich mal, im Großen und Ganzen, was willst du da jetzt deinen Fleischpoler mal auf dem Tisch liegen und sagen, 1000 Viewer, und dann am Endeffekt hast du... Das sehen aber viele Leute ganz anders. Ja, aber so, da kennst du auch ein paar Leute. Ja, aber was bringt dir das? Pass auf, bestes Beispiel, nimm irgendeine LOL-Dame aus Twitch, guck dir ihre Viewerzahlen an, am Ende des Monats verdient sie kein Geld. Was interessiert dich, dass du 5000 Viewer hast und dir den ganzen Tag den Scheiß geben musst? Ganz einfach. Naja, also ich meine, kannst du ja damit schon, wenn du deine Reichweite clever und geschickt vermarktest, ist das ja schon ein relevantes Thema halt einfach. Und also Stichwort Product Placements, Stichwort, was weiß ich, Sellout, bla, gibt es ja genug Möglichkeiten, irgendwie, die man da aufzählen kann. Und es gibt halt auch Firmen, die einfach sagen, okay, da gucken halt irgendwie jeden Tag so und so viele Leute zu. Die Zahl ist für die relevant. Das ist halt, kannst du ja auch irgendwie, sagen wir mal, für eine bestimmte Marke zum Werbebotschafter werden. Garak hat auch gesagt, er hat einen Sponsor, den auf die Haupt, auf die Seite da mitgenommen hat und sowas, womit du dann ja wahrscheinlich auch, also irgendwas kriegst du ja dafür dann anscheinend. Das ist ja schon eine wichtige Geschichte dann halt so. Der würde das ja vielleicht auch nicht unbedingt machen, wenn da halt keiner zuguckt oder dann würde er sich ja vielleicht lieber einholen, sag ich mal, der halt genau die Zielgruppe anspricht. Das ist schon relevant. Ich habe nur ein Glück, ich habe einen Sponsor, der ist direkt in der Zielgruppe, der verkauft Software für Simulanten, also einen Simulanten-Dealer quasi. Ich finde das Wort so geil. Und der ermöglicht mir halt, Software rauszuhauen im Stream auch, also kostenfrei für die Viewer. Das finde ich total geil. Ja, natürlich ist der Zweck dahinter, dass die Leute natürlich auf seine Werfte da gehen. Ganz klare Sache. Nun ist es allerdings auch der beste Shop. Insofern, früher oder später wären sie sowieso da. Also insofern, ja, ich bin froh, dass es so ist, wie es ist. Aber deswegen ist es schon relevant. Also für mich ist es auch relevant, aber nicht ganz so stark. Und ich bin ja auch kein Streamer, der davon leben muss. Also es ist ja nicht mein Hauptberuf und ich streame halt dreimal die Woche, oder? Ja, ich glaube, dreimal. Und insofern ist das bei mir auch nicht ganz so trivial. Ich brauche das eher so für mich selbst, für mein eigenes Ego. Das ist eher eine Ego-Sache und nicht wirklich eine... Und bei der Werbung macht das natürlich einen Unterschied, das ist klar. Ich würde nie Werbung machen. So schlecht. Okay, wenn ihr darauf hinaus wollt, ja, okay, da gebe ich euch recht. Also für Product Placement oder was auch immer, Sponsoren mag das was sein, aber ich sage mal, das sagt halt nichts über die Grüße aus, überhaupt nichts. Und das sollten vielleicht auch Menschen endlich mal realisieren, dass das nichts zu sagen kann. Absolut nicht. Das realisieren die Einzelnen dann, wenn sie halt ein bisschen erwachsener werden und ruhiger und erst mal reflektieren, was sie da überhaupt getan haben vor ein paar Jahren. Das wird also... Ich sage mal, ich bin immer, also ich sage mal ganz ehrlich, ich habe, ich sehe das, ich will nicht so ein Toilettenbecken sein, wo nur Scheiße drin rumschwimmen, weil du es nicht mehr runterspülen kannst. Und das geht ab einer gewissen Viewerzahl geht das nämlich los. und es stand auch gerade im Chat von Karma, du bist dann überhaupt nicht mehr Viewer bezogen und die Frage ist halt, willst du das oder willst du das nicht? Und ich sehe das immer, ich bin da immer so... Deswegen sage ich immer, vorsichtig mit dem Ausdruck, du bist nicht groß oder du bist groß oder solche Sachen. Man kann auch klein groß sein. Groß ist ja auch relativ. Eben, es ist halt auch relativ und das spielt doch auch überhaupt gar keine Rolle. Eher würde ich sagen, sollte das mal eine Rolle spielen, dass wir endlich mal alle an einem Strang ziehen und aufhören, uns gegenseitig mit Kacke zu beschmeißen als Streamer. So wie jetzt gerade zum Beispiel in Black Desert, wo wir 20 Leute auf einen Haufen bringen, alle gemeinsam streamen, alle sich gern haben, drauf geschissen, wer woher kommt, was er früher gemacht hat, anstatt wir... Das ist richtig geil. Also diese mega große Gilde, wir haben ja inzwischen schon zwei, weil wir nicht mehr Platz hatten und das ist richtig geil. Sehr viele Streamer dabei und wenn man es mal auf Zahlen bezieht, auch Streamer mit relevanten Zahlen, sagen wir mal so und auch kleine und große, wie auch immer das dann zu verstehen ist und diese Community, das ist super, macht unheimlich Spaß. Aber nicht so viel wie Dark Age of Camelot. Also Dark Age of Camelot ist immer noch das Beste. Ja, natürlich, aber das ist ja im Moment leider noch nicht released, das neue. Sowas finde ich persönlich viel wichtiger. Ich habe vorhin mit Basti über einen so ein Ding geredet. Wir können das ja, weil das uns beide ja was angeht, denke ich mal, dass wir das bringen können, worüber wir gesprochen haben, oder? Gib mir nochmal einen Tipp, ich weiß gar nicht, wovon wir das vom letzten Ding. Über den Let's Play Day. Die Geschichte mit Twitter-Geschichte und so. Dass das für dich immer noch so ein Thema ist. Ja, für mich ist das ein Thema, weil das einfach eine Sache ist, die ich persönlich an mir selber nicht gut finde und ich das somit aus der Welt schaffen kann. Und das sogar dann noch, weil ich habe es öffentlich angefangen, also schaffe ich es auch öffentlich aus der Welt. Jetzt entschuldigen. So circa, würde ich sagen, kommt das schon auf die Runde. Und zwar ist das nämlich, um das kurz aufzuklären, was ich eigentlich damit meine, ist, dass Leute sich auf Twitter antworten, weil, Entschuldigung, Pardon, dass sie sich gegenseitig da anmalern, wegen irgendeinem Dünnpfiff. Also die Geschichte dazu ist, Basti ist halt auf dem Let's Play Day gewesen und ich finde die Preise nicht in Ordnung und ich mochte auch diese ganze Aktion da überhaupt nicht und finde sie auch immer noch nicht in Ordnung. Und das Ding wurde halt offiziell auf Twitter ausdiskutiert und es wurden halt mehrere Menschen oder eine Person wurde von mehreren Menschen angegangen. Und für mich ist das einfach so, heutzutage, das ist halt, glaube ich, ein halbes Jahr her, würde ich sagen. Letztes Jahr im Oktober oder so war das, glaube ich, in dem Dreh. Und mir persönlich ist das, sowas will ich gar nicht mehr, weil das affig ist. Was geht mich das an, was er macht, wo er hingeht? Und ich meine, ich kann die Sache da nicht gut finden, aber was geht mich das an, was da wieder hingeht? Und diese ganze... Ja, weil die Sache an sich war ja, also so, mal eben kurz zu erklären, also das war ja gar nicht, also ich fand das halt nicht schlimm, dass die mich halt einfach gefragt, also die wollten halt ein Let's Play Day machen, wo halt bekannte Streamer, YouTuber und, also keine Ahnung, irgendwelche anderen Typen noch, da waren und halt einfach da auf der Bühne in der Halle buntes Programm gemacht haben. Und das Ding halt halt im Vorverkauf, anders kostet, ich glaube ein Zehner, ich glaube, dass an der Tageskasse das Ticket, ich war ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht, was es kostet, ich musste ja keins kaufen, war ja eingeladen, ich glaube, das hat irgendwie 20 Euro gekostet und dann gab es ja noch dieses, das wegen diese ganze Vereinstellung oder was halt viele als Auffänger genommen haben, um das so ein bisschen zu zerreißen, gab es halt am ersten Tag, als die Tickets da ausgeschrieben wurden, irgendwie dafür, gab es halt ein VIP-Ticket, genau, was ich, keine Ahnung, was das kostet, was das kostet sollte, Fofi oder so, war das so? Okay, und da stand irgendwie mit dazu, dass man damit dann irgendwie Backstage kann und dann den Tag quasi, verbring den Tag mit deinen Lieblings-Youtubern, bla bla bla, irgendwie so war das, glaube ich, da beschrieben, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe und daraufhin hat der Max, der Funk-Royal halt irgendwie auf Twitter einen längeren Post halt irgendwie geschrieben, dass er das so nicht in Ordnung findet und halt auch dementsprechend dann nicht mehr mitmachen will und so und dann gab es so einen kleinen, ja, Shitstorm, wie man das so im Internet sagt, haben sich natürlich, haben natürlich viele Leute gesehen, haben sich darüber aufgeregt, auf meiner Meinung nach völlig zu Recht aufgeregt, das haben die Veranstalter dann auch halt, also ich denke mal nicht aufgrund dessen, sondern das haben die dann halt auch einfach gemerkt, das ist halt, klar kannst du es nicht machen, du kannst da nicht irgendwie Leute da hinsetzen und sagen, hier, was die, das sind jetzt unsere VIP-Leute, jetzt bespaß mal diese zehn Leute hier, das ist jetzt deine Aufgabe, das hätte ich dann auch gesagt, das haben wir so nicht verhandelt, das ist nicht mein Job, ich mache hier nicht den Babys, nur weil Leute dafür bezahlt haben und das, ich glaube, das haben die halt wirklich auch einfach vercheckt, das war glaube ich nicht mehr böse Absicht oder irgendwie, dass sie damit Kohle machen wollten oder irgendwas, das haben die halt danach auch sofort runtergenommen, das war halt ein Tag auf der Seite drauf, so und dadurch, sag ich mal, hatte die ganze Veranstaltung dann relativ doofes Image erstmal nach außen, weil natürlich das Negative wird immer gesehen, da wird immer drauf gehauen, da wird immer geschrieben und so, ich finde, zehn Euro im Vorverkauf für eine Veranstaltung, die halt den ganzen Tag ging, zehn Euro, ja, zehn Euro ist da völlig okay, finde ich für den Preis, ich sage mal, wenn ich ins Kino gehe und mir einen Film angucke, da zahle ich auch nur zehn, 15 Euro für drei Stunden oder sowas, also ich finde, das ist angemessen, wenn ich auf ein Konzert gehe von einer Band oder sowas und dann hinterher noch ein Autogramm kriege von der Band, dann sage ich da auch nicht irgendwie, ich bin da jetzt hingefahren und bezahle die dafür, dass sie mir ein Autogramm geben, nein, ich gehe da hin halt und gucke mir die Show von denen an oder gucke mir an, was die Leute da dann veranstalten oder sowas und wenn ich dann hinterher noch ein Autogramm kriege, dann ist das halt ein Bonus, aber nichts, wofür du halt bezahlst, so, weißt du? Und deswegen habe ich diese ganze Aufregung mir geht es einfach um die Handhabung, ich meine hin oder her, ich mag den Tag immer noch nicht und ich finde es auch immer noch schwachsinnig, aber das spielt ja keine Rolle, es geht einfach nur um die Handhabung der Sachen, dass irgendwie immer jeder gegen jeden muss und das wird auch immer lauter und lauter und lauter, wenn man mal sich Twitter zuguckt oder durchguckt, entweder ist das Garak sein Liebling, Ironie, das war nur Spaß oder die Leute meinen es halt ernst und ganz ehrlich, im deutschsprachigen Raum kannst du ja echt keinen Twitter mehr durchlesen, das ist, das macht echt die Runde, also das ist so schlimm und, also es ist halt negativ behaftet und keiner erkannt mehr mit irgendwem was ab und der hat da gemacht und dann, oh Gott, die Katzen, Marjane da mit ihrem, mit ihrem etwas auffälligen Aussehen hat mit Ubisoft gemacht und jetzt können wir kein Division mehr spielen und jetzt heißt das, und jetzt heißt das Bubisoft und das sind halt so, also da sitze ich dann echt immer so da und denken mir, Mann Leute, wollen wir nicht irgendwie vielleicht auch was gemeinsam machen und was reißen oder wollen wir uns jetzt auf so einen kleinen Kram schmeißen und da uns die imaginäre Palme wedeln und dann, oh geil, wir haben wieder Scheiße gequatscht auf Twitter, also ich weiß nicht, es ist auch, also nicht, dass das nur in der Viewerschaft negativ losgeht, sondern auch da schon, habe ich das Gefühl und das finde ich schade, muss ich ganz ehrlich sagen und ich sehe mich, vor allem wird da immer ganz viel nur nachgequatscht halt irgendwie und gar keine, er ist halt wirklich keine eigene Meinung dann dabei, es gibt dann immer so zwei, drei Meinungsführer und die anderen, die kraschen den ganzen Scheißer und denken da halt tatsächlich auch überhaupt nicht drüber nach, halt so, also diese Bubisoft-Geschichte, so die wurde dann ja von drei, vier, fünf größeren YouTubern halt irgendwie kommuniziert, irgendwie auf Twitter, so wie ich das mitgekriegt hatte und auf einmal waren alle am Mitschreien und wie scheiße das wäre und hast du nicht gesehen, aber im Endeffekt, also die Werbebotschaft ging halt völlig auf, also das Ding hat einfach viel Reichweite erzeugt, das ist halt eigentlich auch eine gute, trotz allem eine gute Promotion halt für so ein Game, also es ist halt völlig am Ziel vorbei und die angeblich ja so doofe Alte, die das gemacht hat, ich finde die gar nicht so doof, die ist eigentlich ziemlich schlau, also der Erfolg gibt ihr ja fast schon recht. Ja, eben. Also ich hänge jeden Tag auf Twitter und habe überhaupt nichts mitbekommen, ich sitze gerade hier im Dunkeln, aber ich muss sagen, der Name Boobisoft gefällt mir, ich glaube, den nutzt ich häufiger ab sofort. Habt ihr das echt nicht mitgekriegt? Aber ich meine, wir müssen das ja nicht. Ich wollte da mal was zu sagen, ich habe während der Zeit, ihr da gerade geredet habt, mal erstmal eine Maschine geupdatet bei uns in der Airline, so entscheidend wichtig ist das Thema. Es ist sowas von bullshittig unwichtig, ob irgendwo irgendein Funkroyal über irgendein Ticket stolpern oder irgendwo Tickets in, Leute, das ist doch alles sowas von unwichtig. Also, wenn wir noch ein halbes Jahr her. Ja, aber es geht hier in Anführungsstrichen, Community, ist da viel zu wichtig, es gibt wichtigere Themen im Leben. Das ist so, ich weiß gar nicht, wie man sich so lange Zeit überhaupt mit so einem Thema beschäftigen kann, da fühle ich mir das Verständnis für. Ja, Gargat, das Ding ist halt, du bist auf Twitch, verstehst du? Und du nimmst dich ja dieser Sachen an und das betrifft dich ja auch. Ich meine, du bist jetzt in einer positiven Sache drinne, die findest du gut. Und wichtige Sachen, für mich ist das auch banal, aber trotzdem kann man Dinge aufgreifen und eventuell mal den anderen Menschen die Augen öffnen und vielleicht sagen, hey, macht euch doch mal darüber Gedanken und vielleicht seid ihr nicht solche Menschen, die das dann so sehen und mit Negativität behaftet sind. Im Endeffekt möchte ich, was für mich wichtig ist bei der ganzen Sache, dass die das völlig Wumpe ist, ist mir klar. Mir ist das nicht Wumpe, weil ich muss damit arbeiten. Ich meine vor einem halben Jahr, als es aktuell war, da war es ja nicht so ein Thema. Das Ding ist halt, ich habe das als Beispiel genommen, weil Basti gerade da ist. Ich kann auch noch viele mehrere nehmen, aber die Person ist nicht anwesen. Aber ich will dir da mal was zu sagen. Also ich hatte dann echt auch ein bisschen Bauchschmerzen irgendwie dabei, weil das ja schon so ein bisschen durch die Community gegangen ist und viele mich dann auch darauf angesprochen haben aus meiner Community, weil sie das halt natürlich auch bei anderen gehört haben. Ich bin dann irgendwann trotzdem einfach hingefahren, weil ich habe halt, wie gesagt, damals einfach per Telefon, ich habe mir gar keinen Kopf mehr gemacht. Ich habe einfach gesagt, oh, klick doch ganz nett, kommt mal raus, fährt mal da mal hin, macht mal irgendwie ein bisschen Quatsch auf der Bühne. Das macht mir eigentlich immer ganz großen Spaß so. Lernst ein paar Leute direkt kennen und ich kann dir echt mal sagen, das war echt ein total guter Tag. Also ich habe ein paar Leute, ich habe zehn Freitickets gekriegt, die habe ich dann an ein paar Leute aus meiner Community habe gefragt, wer da gerne hinkommen möchte, wer Bock hätte oder sowas, habe ich mir dann verschenkt und da hat mich echt gefreut, die Leute nachzusehen, habe da total nette Menschen kennengelernt und eine Zuschauerin bei mir hat mir Bärenkekse gebacken und mitgebracht, das war total nett. Bärenkekse? Bärenkekse, ich werde mal ein Video spielen von Bären verfolgt, das ist so ein kleiner Insider und hat mir dann halt irgendwie so eine kleine Schale voll Kekse mitgebracht. Mir hat noch keiner Kekse gebacken. Kannst du mal sehen, ne? Und die Leute, ich war ja nicht der einzige Streamer da und der einzige YouTuber, also es war halt echt mal so interessant für mich zu sehen, wie die Großen da so rangehen an sowas und wie die da so mit arbeiten, wie so ein Simon Ingo da von den ganzen tausend Kiddies da bedrängt wird und Autogramme schreibt ganz fleißig, bis die Hände bluten und so. Also das ist halt echt auch mal spannend, sowas aus nächster Nähe zu sehen. Also von daher, der Tag hat sich für mich belohnt. Ich habe echt gute Leute so kennengelernt und auch mal so, weiß ich nicht, mit so einem Montel mal Backstage zu sitzen und mal zu hören, wie der so schnackt, wenn die Kamera aus ist. Das ist schon ein Erlebnis halt. Kann man schon mal machen. Ich glaube auch, dass der Tag mit Sicherheit cool war. Also da habe ich auch gar kein Problem mit. Was ich nur finde, ist, dass Who the fuck liest Twitter? Also das sind wirklich, das ist doch eine Minderheit. Ich gehöre zu einer Minderheit. Ja, okay, wir vier, weil wir eben twittern, aber im Grunde genommen, wer liest, also jetzt, selbst unter den Twitch-Viewern, ich weiß nicht, wir können ja auch mal eine Umfrage machen, aber ich glaube, so richtig viele sind das gar nicht. Also ich glaube nicht, dass es jetzt so ein weltbewegendes Thema ist. Ihr seid natürlich jetzt direkt Betroffene, deswegen ist es für euch wichtig, das ist auch akzeptabel und ist auch in Ordnung. Aber irgendwie, ja, Business, also irgendwie, das war doch nur ein Tag online, so wie ich das verstanden habe und dann haben sie zurückgerudert, weil sie gemerkt haben, dass da, dass da eine Bullshit-Welle aussehen wollte. Wenn halt viele Leute, ich weiß nicht, keine Ahnung, wie eure Twitter-Follower so sind, aber, also ich glaube, bei Nils auch irgendwie so über tausend im Moment, ne? so, keine Ahnung, wenn halt sich viele Leute da zusammentun, das sind ja nicht einfach, ist ja halt, hinter dieser Zahl stehen ja halt auch Menschen, das sind halt tausend Leute, die du damit dann potenziell erreichst. Und wenn dann halt irgendwie drei, vier, fünf Streamer über ein Thema reden oder so und dann hat der eine vielleicht irgendwie sechstausend Follower oder so, das ist halt schon eine Menge Leute, die das halt erstmal lesen können und da das ja schon so Aufregerthemen dann immer sind, wo man ja auch gerne ein bisschen lästert und ein bisschen noch ein Kapper mit reinschießt oder so, das ist ja auch sehr unterhaltsam sowas, das kriegen schon Leute mit, das glaubt man, das glaubt man ja. Das Problem ist halt, dass sich das halt durchzieht und es wird halt unterschätzt und das ist halt, wie gesagt, wir können auch aktuelle Beispiele nehmen, wäre völlig egal. Ich hab's nur aufgegriffen, weil es halt von Persona besprochen werden kann. Ich mein, mir ist das, wir können das auch einfach lassen. Das Problem ist halt dann, nein, es ist ja auch in Ordnung, ich mein, ich hab doch jetzt schön die Diskussion angerichtet, ich find das gut. Also, das Problem ist halt, du kommst halt irgendwann gegen die Masse nicht mehr an, weißt du, und kannst halt argumentieren, wenn du willst, also hier kannst du ja mal zu Wort kommen und kannst ja auch mal deine Meinung schildern, aber die Leute, die labern halt einfach irgendeinen Unsinn und glauben das tatsächlich, was da alles steht und das ist ja auch lustig, aber so richtig interessiert sich ja fürs Thema dann keiner und so, wenn du mal mit Argumenten mal rangehst, würdest du ja mit gesundem Menschverstand sagen, ja, muss halt jeder selber wissen, ob er das gut findet oder nicht, das ist ja so, aber die Masse sieht es dann halt anders. Ja, das ist ja meistens so, das ist dann, weil die sich dann im Grunde genommen zusammenrotten, auch wenn sie es vorher vielleicht anders gesehen haben, aber naja, wie gesagt, es ist halt immer schwierig. Ich glaube, der Fehler lag darin, also wenn man etwas macht, das habe ich im Geschäftsleben, begriffen, über 25 Jahre, dann muss man dazu stehen und niemals einen Rückzieher machen, auch wenn es falsch ist. Ja, und auch wenn man weiß, okay, habe ich Scheiße gebaut, egal, ich ziehe das jetzt durch, außer es ist jetzt dramatisch, aber solche Dinge, weil das eskaliert danach nur, also gerade, wenn du so Internetgeschichten hast, wo du im Grunde genommen nur mit Menschen zu tun hast, die nicht unmittelbar sind, sondern irgendwie internetig über Twitter oder sonst irgendwelche Geschichten, dann muss man das halt durchziehen, dann hätte man das, also man hätte das gar nicht wieder, man hätte nicht zurückrudern müssen, dann wäre ja gar nichts passiert. Ja, dann hätten alle gesagt, dass ich Scheiße, aber man hätte dann sagen können, okay, muss ja nicht kaufen. Ja, Ja, aber dann werden auch einige von den Streamern abgesprungen. Ja, dann werden sie eben. Das war ja, das war ja auch, ich glaube halt wirklich, also ich kenne halt die Leute, die das da veranstalten, ich habe, ich habe schon mal ein bisschen getrunken, auch vor Gamescom, und ich glaube, das war halt einfach gar nicht so, dass, ich glaube nicht, wahrscheinlich haben sie das nicht gemacht, das haben sie halt vercheckt. Das war einfach eine Nettigkeit und dann haben sie gemacht. Ja, genau, ich glaube, das haben die wirklich nur vercheckt, also das, also ich habe halt mit denen auch gesprochen, weil er meinte halt wirklich, ja, stimmt, sorry, kann man nicht machen und so, das haben die halt auch komplett eingesehen, das war halt wirklich dann auch am nächsten Tag runter, also das, ich, ne, dass das halt Quatsch ist, das kannst du, also sowas kannst du halt auch nicht machen, also wie gesagt, kannst du halt nicht irgendwie jetzt zehn Leute da oder weiß nicht, wie viele Tickets man davon dann verkauft, 100, und dann sagen, hier, bitteschön, macht mal, also das hätte der Backstage-Raum auch gar nicht hergegeben, der war so schön immer ganz schön voll, davon abgesehen. Gut zu wissen, dass er klein ist. Also es ist eine große Halle, aber träum dich nicht so, die meisten Backstage-Räume sind nicht so fantastisch groß. Ja, wofür denn auch? Also, das macht er halt... Wofür denn auch? Ja, irgendwie. Das ist halt eine Veranstaltungshalle, das spielt halt Bands, so, ich, und als Band bist du mit fünf, sechs Mann, dann hast du noch irgendwie ein paar Roadies dabei und sitzt dann da in so einem kleinen Zimmerchen. Also, ich finde das sowieso ziemlich beeindruckend, wie riesig solche Sachen sind, also gerade auch dieser Tag, ja. Ich meine, ganz ehrlich, was ich persönlich an diesem Tag, um einfach nur mal kurz dieses Medium aufzugreifen, was ich daran überhaupt nicht verstehe und deswegen finde ich das total bescheuert, wer stellt sich denn für einen Zehner hin und guckt sich das an, was er eigentlich bei Twitch umsonst zu Hause in seinem Sessel haben kann. Deswegen diese, ich finde diese Veranstaltung, sie mag cool sein und das soll für mich okay sein, jeder kann da hingehen und seinen Zehner bezahlen, aber ich finde das so bescheuert, wer macht denn so einen Quatsch? Also, sich da hinstellen, um die mal beim Game zu gucken. Naja, du nicht. Du hast ja nicht die Game. Deswegen. Ich verstehe, ich verstehe das nicht. Aber, ne, also dann hast du da aber noch ein falsches Bild für ihn. Also, das ist ja nicht so, also ich kann es dir ehrlich gesagt nicht sagen, was da auf der, also es gab halt zwei Bühnen, eine etwas größere und eine kleinere und, also auf der kleinen Bühne waren, also da war ich halt, also auch so, bin ja auch nur ein Kleiner und da war halt Fischkopf zum Beispiel, Tinker Leo, wie hießen, hier, Basteltante halt so, alles so, Harzlundsführer und so und das sind halt eben die Sachen, die wir da gemacht haben, die du eben nicht in deinem Stream machen kannst, die eben Leute mit auf die Bühne zu holen, aus dem Publikum und mit denen halt zusammen zu zocken, weißt du? Also, ich habe zum Beispiel mit denen so eine Stadtland-Fluss-Variante gespielt, halt Stadtland-Superheld und so und dann haben wir uns halt vorne am Bühnenrand hingesetzt, haben halt, haben mir halt drei Leute aus dem Publikum geholt und haben mit denen halt gespielt, so richtig mit Kladde und, ne, dann mal raten und die Leute haben aus dem Publikum mit reingerufen und Tipps gegeben und ein bisschen vorgesagt und so. Backseater. Backseat Gaming, genau, aber live halt so, weißt du? Das ist halt was, was du so nicht machen kannst, so und du siehst halt die Leute direkt, du hast halt eben nicht einen Chat mit Namen, sondern du hast halt Gesichter dazu und kannst auch mal zu denen hingehen, kannst die mal schütteln, wenn sie frech werden und kannst halt den interagieren. Einen Bannhammer mitnehmen. Ja. Gute Idee. Einen Bannhammer dabei. Also, das sind halt so, ähm, so Sachen, die ich halt an solchen Veranstaltungen, also ich, oder da halt sagen kann, die ich halt da total nett fand, also hier, ähm, Fischkopf zum Beispiel, der hat halt so Pantomime gemacht, dann auf der Bühne und die Leute haben dann Sachen erraten und dann hat er, genau, und dann, wenn sie es erraten haben, hat er erst seinen Hearthstone-Zug, ähm, vollenden können und das, da läuft ja immer so die Zeit dann mit halt so, ne, und also so eine Sachen, das ist halt, das ist halt geil, das kannst du halt im Stream nicht umsetzen, so, weißt du, und sowas erlittst du dann halt live, das, also ich fand, das war eine, zumindest da halt bei uns in der Ecke, was ich da so genannt habe, war eine runde Geschichte und gut, natürlich auf der großen Bühne hast du natürlich auch ein bisschen mehr Abstand, weil da sind dann mehr Leute und so, aber die haben sich halt auch Leute einfach rausgeholt und für die ist es halt auch cool, mal mit einem Simon Unge da einfach mal eine Runde Minecraft zu spielen, so direkt neben dem zu sitzen und mit dem halt zu zocken, das ist halt, weißt du Nils, würden sich vielleicht ja Leute aus deinem Stream auch wünschen, mal dich mal in echt mal zu sehen und dich mal zu knuddeln und mal dir zu zocken sind. Ist ja, ist ja kein Problem, also, da habe ich auch keinen Schmerz mit, aber, ähm, das, ich bin da nicht so, also ich bin da nicht so Superstar, hab da nicht so die Allüren und, wie gesagt, jeder soll machen, was er will und ich, das boykottiere das nicht und, äh, können sie tun, verstehen sie mich dazu nicht. Und genau das ist halt ja eben das, also, so dieses Superstar-Ding halt so, da hast du die Leute ja, also, wer mich da getroffen hat, weiß, dass ich da garantiert keine Superstar-Allüren habe. Ich meine, wir haben uns da echt, kann dich ja jeder anquatschen, du läufst da ja auch rum und sitzt da ja nicht nur irgendwie in deinem abgeschotteten Wechselbereich und guckst dann zu deiner Schraube eben nach draußen oder sowas, sondern du stehst dann da und quatschst da ja auch den ganzen Tag mit den Leuten und hängst halt mit denen ab. Also, gut, ich meine, wenn du halt irgendwann, was weiß ich, wie ein Simon oder ein Anton oder so, wenn du halt diese Leute, also so eine Reichweite dann irgendwann hast, musst du dich irgendwann abgrenzen, weil ansonsten dann drückt dich das halt so, dass du da irgendwo eine Distanz halt wahren musst, ist ja auch irgendwie klar. Also, ich weiß nicht, wenn du mal in so einem Pulk stehst dann da die ganze Zeit mit Hunderten von Leuten um dich rum oder so, ich meine, das macht ja auch was mit dir, das ist ja auch nicht, das muss ja erstmal aushalten, also, auch Respekt an so eine Leute, dass die das so aushalten. Also, ich habe zum Beispiel auf der, ähm, ich, wo war denn das, als auf der Roleplay Convention als Gronkh dann da auf einmal vorbeigekommen ist und einfach echt umringt war von Scharen von Menschen, ey, ich hatte halt wirklich Respekt vor diesem Typen, dass der da die ganze Zeit steht, ohne Security oder irgendwie sowas und da einfach rumläuft, sich die Stände anguckt und diese Scharen von Menschen aushalten kann, so, also, das könnte ich gar nicht, hey, echt Angst vor, so, weißt du, aber das musst du halt erstmal hinkriegen, das ist schon, ja, also, du musst da einfach mal hinfahren, jetzt, und dann hast du auch ein anderes Bild. Du, ich war auf der Dreamhack, ich war auf der Dreamhack. Ich hab dich gar nicht gesehen übrigens, das hat mich fast ein bisschen geärgert. Ich hab meinen, meinen allerersten, äh, Freund, sag ich jetzt mal, Kumpel, mittlerweile schon, weil 19 Monate hier, äh, den hab ich gesehen, dem hab ich die Hand gegeben, den hab ich in den Arm genommen, hab gesagt, komm, wir gehen vor die Tür kurz mal ein Eis schlabbern und dann, äh, und dann, und dann haben wir ganz, ganz normal gezockt, also, ich, das Ding ist halt, naja, ich bin da, glaub ich, zu alt oder zu konservativ wurde er zu blöd für, aber, äh, wie gesagt, soll jeder tun, was er will, äh, ich werd das nie verstehen. Für mich ist das halt, wenn, warum Menschen da hingehen und sich sowas geben, also, das, weil für mich ist das halt, warum gehen Leute ins Kino ein? Ja, darauf, da gibt's auch, diese Argumente können wir, können wir da auch bringen, warum gehen Menschen ins Kino, ich geh auch nicht ins Kino. Für mich ist das halt, äh, man muss ja Videospiele spielen den ganzen Tag. Das, das, das Ding ist halt, ich in meinem Alter werde wahrscheinlich, äh, also, ich würde da nicht hingehen aus dem ganz einfachen Grund, weil ich schon für, für einen Zehner würde ich mich da nicht hinstellen und das machen, äh, wir sollten das auch aber abrunden, weil, äh, das, das dehnt sich sonst aus. Das ist einfach, das sind einfach Sachen, wo ich meine Meinung hab und sage, okay, das ist für junge Menschen, sollen sie tun. Ich geh zum Beispiel auch nicht auf Konzerte, weil ich das auch nicht, äh, in irgendeiner Form. Solltest du mal machen, das ist, das ist auch nicht, ist auch nicht so mein Ding, also. Doch, das ist eine Lebenserfahrung, muss man machen, Pink Floyd forever. Yes. Oder Rammstein, du solltest dir Rammstein live antun, das ist einfach, du glaubst gar nicht, was da abgeht. Das ist mir schon klar, was da abgeht, aber das ist halt einfach nicht so, so mein Ding und deswegen kann ich sowas immer nicht nachvollziehen, weil, doch, ne? Du musst, aber, okay, bei Motorhead geht's nicht mehr, aber ich hab bei Motorhead mein erstes Stage driver gemacht, aber es ist einfach ein Erlebnis, das prägt dich. Ich würde mir das auch angucken, wie du das hast. Ich hab viele Fotos, ich hab viele Fotos in den letzten Jahren von Lemmy noch gemacht und bin total happy, dass ich die habe und vorne aus dem Graben raus, weil ich im Backen meistens als Presse unterwegs war und das war richtig geil. Ja, geil. Echt, das musst du machen, ey. Ich steh nicht so auf Menschenmassen, deswegen kann ich das nicht nachvollziehen, warum sich Leute das geben. Also, wie gesagt, ich geh einkaufen real und fang an zu schwitzen, wenn da fünf Leute um mich rumstehen und dann krieg ich schon die Krise. Das ist halt einfach so, wie gesagt, ich sag's immer wieder, okay, geh da hin, macht, was ihr wollt, auch Gamescom und rammelt euch da die Hütte voll, ich will das nicht. Ich treff mich auf ein Community-Treffen mit 70 Leuten in einem Haus auf einem Riesengelände, wo jeder seinen Platz hat, da kann jeder vier Tage mit mir abhängen und hat sein Essen und alles so, das ist für mich kein Thema, aber so in die Massen rein, dann, ey, das ist, furchtbar, saustvoll. Ich vermerke das unter Experiment irgendwie und ich finde das nicht so schlimm. Kann man doch mal machen, irgendwie gucken, wenn der Markt dafür da ist, warum soll man es dann nicht machen? Wenn die Leute die Halle füllen und den Leuten tatsächlich zugucken, man muss ja nicht jeden abgreifen, dann guckt man halt, läuft das, läuft das nicht und dann kann man es ja machen. Also ich persönlich, ich stehe auch gerne auf Bühnen, ich seh es ja auch hier, das ist ja auch irgendwo eine Bühne und da kann man das auch mal verbinden. Das ist halt ein neuer Bereich, das ist Stream, YouTube, was weiß ich, Let's Plays und so, ne? Und warum kann man da nicht mal das mit ein paar anderen Dingen noch verbinden, wie zum Beispiel halt mit Bühnen? Ja, also ich fand das auch, also ich finde so eine Sache eigentlich auch ganz geil, so was. Also ich habe das halt jetzt dreimal gemacht und also klar, man wächst auch immer so ein bisschen damit und also ich kann das einfach nur jedem empfehlen und ich finde das auch geil, dass die BUN-Jungs da halt auch so kleinen Leuten halt einfach mal die Chance gegeben haben, so einfach mal mitzumachen und sich da ein bisschen auszuprobieren und so ein bisschen Programm zu machen, weil es, wie gesagt, das hat echt Spaß gemacht und also bei Slabby kann ich mir das auch echt gut vorstellen, da einfach irgendwie rumspielen und irgendwelchen Quatsch machen und so. Manch einer kann das halt, manch einer nicht und wer da halt Bock drauf hat, geht halt hin und wer nicht, der bleibt halt zu Hause, das fände ich auch völlig okay. Aber ich finde es ja doof, dann einfach so oder fand es auch ein bisschen schade, dass die Veranstaltung dann so ein wahnsinnig negatives Image hatte, so durch die Geschichten, die da so gelaufen sind und ja, dass es halt immer noch so nach außen transportiert wird, weil eigentlich hat es Spaß gemacht, sagen wir mal ehrlich und ich glaube, so richtig reich ist da keiner dran geworden an der Veranstaltung. Ich meine, ich könnte dir doch wahllos Menge Argumente geben, warum das einfach schwarzsinnig ist, aber das will ich gar nicht, ich will das gar nicht zerreden, aber dann lass uns lieber einfach weitergehen, weil das ist nämlich so diese negative Behaftung, die du dann da mitgibst und das hat ja, wie gesagt, jeder soll machen, wie er will und das bringt gar nichts. Jetzt ist er nämlich selber ein bisschen negativ, hat er gemerkt jetzt. Natürlich, pass auf, ich kann dir das sagen, weil ich aus dem ganz einfachen Grund, du bezahlst einen Zähner, du kannst keinen anfassen, es ist nicht garantiert, dass du da hochkommst, ja, und du siehst die Leute vielleicht von ganz weit hinten und das ist nämlich der Scheiß an der ganzen Sache, dass du ein Let's Play Day hast, Leuten vorgaukelst, dass sie ihre Persönlichkeiten sehen können und niemand kann das und dieses Argument bringst du, du bezahlst Geld dafür und kannst es aber gar nicht haben und deswegen ist dieser Tag einfach schwachsinnig und das ist das Argument, warum es negativ ist, aber trotzdem, jeder kann das machen, jeder kann sich auswählen. Aber du gehst doch auch auf ein Konzert und guckst die, ich geh auf keine Konzerte. Du gehst dann nicht hin, aber normalerweise gehst du da auch hin, so was weiß ich, ich geh jetzt meinetwegen auf ein Rammstein-Konzert und guck mir die Band an, guck mir die Musik an und da verspricht mir aber auch keiner irgendwie, dass ich die anfassen kann oder dass ich da, und wenn ich den dann zufällig da irgendwie noch an der Seite rumlaufen sehe und ich kriege ein Autogramm von denen, dann ist geil, ist das super. Und also ich finde das halt eher was Positives und Gutes, dass das halt die YouTuber machen, dass sie sich halt hinstellen und sich Zeit für die Community nehmen, was ja viele Bands halt gar nicht machen und gar nicht so hinkriegen können. Da muss es halt wirklich schon auf ein kleines Clubkonzert gehen, um da mal irgendwie einen guten Musiker oder sowas dann irgendwie dann nochmal hinterher an einer Bar zu erwischen. Also es gibt halt viele, die machen das, aber längst nicht alle und ich finde, eigentlich ist es doch was Gutes, wenn die das tun und sich halt Zeit für ihre Community nehmen. Mach sein. Mach sein. Ich halte davon echt nichts. Ich halte auch von diesen ganzen Konzertgeschichten überhaupt nichts. Also ich bin da halt von einem ganz, 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 ganz anderen Schlag. Aber es ist halt... Banause. Kulturbanause. Ja, du kannst ruhig sagen, Kulturbanause. Aber ich sehe das halt einfach so. Also es ist nicht so, dass ich das den Leuten nicht gönne. Wie gesagt, sollen sie es tun. Bei Bands zum Beispiel, ich kaufe mir dann halt die MP3s oder die Platten und fertig ist, ja. Aber ich muss da dann halt nicht hingehen. Ich stehe da halt nicht drauf und ich will da auch gar nicht drauf stehen. Aber wie gesagt, das ist halt so, wie es ist und es gibt so viele... Das Ding ist halt, wie ich vorhin schon sagte, du drehst dich halt immer wieder im Kreis. Du hast das Für und das Wider und dann kommst du mit deinem Für, weil du da warst, dann kommt der Nächste mit dem Wider und im Endeffekt schaffst du dadurch nichts, weil es sowieso Ansichtssache ist. Ja, auf jeden Fall. Also ich habe drüber hier, guck mal, im Chat zum Beispiel, MediLine sehe ich gerade. Die habe ich da nämlich getroffen, auch im Let's Blade. Das war total nett. Die habe ich da das erste Mal irgendwie live gesehen. Das war schön. Das ist ja auch, das ist ja auch immer alles ganz gut und wahrscheinlich auch ganz cool, aber nix, nix, aber lass gut sein, weil wir drehen uns im Kreis. Das kommt zum Für und Wider. Fertig ist, gut ist. Das muss nicht sein. Da hat halt jeder so seine Einstellung zu. Lasst uns die Frage vom Plankenschnack nehmen, vom Diplomanten. Und zwar habt ihr auch das Problem mit Werbebots, die scheinbar von anderen Streamern kommen, und nur dazu dienen, diese zu killen. Ich weiß nicht, was im Sinne von Werbebots, was damit gemeint ist, aber Botten kann Streamer nicht rausnehmen, weil wir haben ja vorhin schon gesagt, also... Nee, ich glaube, das ist so gemeint, die Bots, die bei anderen Streamern reinkommen und Werbung für einen Streamer, für einen anderen Streamer machen, damit der wiederum geblockt wird, weil der dann halt seinen Namen rein spammt, weißt du? Ja. Die Werbebots, um die zu killen, die echt sind gemeint. Kannst du das nochmal? Also es kommen Leute manchmal in mein Chat auch rein, die, ähm, das ist ein Account, der nichts mit dem Channel zu tun hat, sondern die schreiben, hey, guckt mal hier vorbei, und schreiben dann den Channel vorbei. So, das, daraufhin kommen dann Leute aus dem Channel, wenn es jetzt ein Riesen-Channel ist, der irgendwie, bei mir jetzt nicht, aber bei irgendwem, der 1000 Viewer hat oder so, dann drücken natürlich Leute auf den Namen, den er gepostet hat und reporten den bei Twitch. Dabei hat der überhaupt nichts damit zu tun und wird dadurch gebannt von Twitch. Das heißt, das ist nicht im Prinzip, um Werbung zu machen für denjenigen, ähm, den er da schreibt, äh, oder den, der in den Chat schreibt, sondern eigentlich, um ihn eben, ähm, von Twitch gebannt zu kriegen. Das heißt, das ist was Negatives. Aber wird man dafür gebannt, muss ich erst mal fragen? Wenn dich genug Leute reporten, dann wirst du automatisch gebannt für ein paar Tage. Aber es muss ja immer einen Grund geben halt so dafür und die eben, naja, Spam. Ja, wenn Leute für dich in einen anderen Channel schreiben, dann verstößt das ja, äh, in irgendeiner Form gegen, äh, deinen, deinen Dings hier, gegen die AGG. Aber da können die ja dich nicht für, äh, bannen, weil du das ja nicht machst. Das sind ja andere. Also man kann ja der Account, der das halt macht, der kann ja reportet werden und gespürt werden. Genau. Kann er klar nachvollziehen in dem Moment. Also ich geh mal davon aus, dass das System irgendwann das auch abregelt dann. Deswegen, wenn bei mir solche Leute reinkommen, sag ich immer, äh, klickt auf den Namen, der das gepostet hat, nicht auf den, dessen Namen er da reingeschrieben hat. Der hat damit wahrscheinlich gar nichts zu tun. Es ist sowieso, äh, super. Ja, komische Leute. Das, das, das Problem ist halt wirklich, dass es, Bots halt ja. Und das, ich verstehe diesen, auch an der Stelle wieder den Missmut nicht. Also warum soll ich das tun? Ich meine, wenn wir jetzt hier sagen, wenn ich sage, okay, geht bei allen anderen dreien in den, in den Channel und postet Hashtag Fui. Dann ist das ja cool, weil wir sind ja alle da, aber es gibt ja auch, ich, ich verstehe das nicht, warum manche mit Bots wirklich mit Zwang versuchen, jemanden von der Bildfläche verschwinden zu lassen. Also mit wirklich roher Gewalt. Wie viel Langweile muss man denn haben? viel. Das sind einfach destruktive Menschen, aber das gibt's halt. Weiß ich nicht. Oder wie viel, wie viel Negativität und Hass muss man in sich tragen, dass man unbedingt jemanden weg haben will? Sehr viel. Aber solche Leute gibt's, tatsächlich. Habt ihr das noch nie, äh, gesehen? Oder von gehört? Ne? Ich lass die direkt erschießen, ich kenn da Jungs aus Ukraine, die machen das. Ja, wahrscheinlich in GTA, aber das geht im Real Life nicht. Aber habt ihr das noch nie gehabt, ne? Also ich hab halt öfters mal so Leute, die dann halt irgendwie reinkommen und sagen, ja, hier guck mal auf den Channel halt so, wie man das so kennt, ne? Und ich versuch denen immer zu erklären, dass sie das, also, dass das halt scheiße ist, weil das kommt eigentlich nicht so gut an. Und ich glaube, die meisten Leute klicken da gar nicht drauf, auch wenn man das immer so denkt, sondern das ist, also ich versuch denen immer zu erklären, dass sie dem Typen, oder sich, also wenn man so Eigenwerbung macht, das stinkt halt einfach. Das finden die Leute scheiße, das checken die schon. Und das ist, glaube ich, mittlerweile auf Twitch auch echt verpönt und das mag halt irgendwie keiner und eigentlich, ja, muss man den Leuten nur erklären, dass sie sich damit selber keinen Gefallen tun. Ich kommentiere das immer ganz offen und dann meistens gehen die dann auch von alleine wieder, ohne dass ich die rausschmeißen muss. Ja gut, das sind die Kleinen, aber es gibt dann natürlich auch die Großen, die sich nicht so einfach mit sich reden lassen, eben, oder? Ja gut, dann. Und Boss lassen sowieso nicht, mit sich reden. Nee, ne? Das darf man auch vergessen. Also das finde ich furchtbar, aber wobei, es gibt heutzutage, gibt es, glaube ich, schon Intelligente, die vernünftig antworten. Es ist so, bei manchen ist das echt schon kurios dann. Da kannst du vorher noch ein Gespräch führen und dann kommt so nach zwei, drei Zeilen oder vier, kommt dann erst der Link. Also es ist, ich weiß nicht, davon habe ich auch schon in letzter Zeit eins, zwei, drei gesehen, aber also die Bots werden, glaube ich, auch immer besser, habe ich das Gefühl. Aber kann man bei dir den Links posten? Das kann bei mir gar keiner. Nö, bei mir fliegen die automatisch raus, aber da kommen halt vorher so zwei, drei Zeilen Gespräch, die zwar ein bisschen zusammenhangslos sind, sage ich mal, aber dann denkst du so, okay, cool, und dann kommt erst der Link rein. So nach dem Motto, hier, guck dir mal an, so. Und dann denkst du, hä? Und davon hatte ich, ich glaube, die letzte oder vorletzte Woche waren so, eins, zwei, drei, waren da so schon dabei. Das hat echt nicht zusammengepasst, also gar nicht. so wirklich überhaupt nicht. Also ich, das werde ich sowieso mit diesen Bots nie verstehen, also warum man sowas macht. Weil, wenn du, wenn du, wenn du spammen willst, dann sagst du einfach Cover 1, 2, 3 und dann geht die Bude los oder du machst einen Cover-Song an und dann hast du das auch. Also dafür musst du ja nur nicht Bots reinschicken. Aber das ist mit Spam genauso oder diese Nigeria-Connection und, 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 also es scheint, es gibt genügend Leute, genügend dumme Leute, die jeden Morgen aufstehen und die auf irgendwas draufklicken und solange das so funktioniert, wird es diese Bots geben, ganz einfach. Wenn das Ding nicht funktionieren würde, würde es sie nicht geben. Na, ich weiß, also keine Ahnung, ich habe damit halt keinen wirklichen Kontakt. Ich habe, da seht ihr, da habt ihr, da hast du den, aber das finde ich wiederum witzig. Also die sind alle bei Slabby. Das finde ich auch witzig, das könnt ihr meinetwegen auch noch drei Tage machen, aber das ist halt dein kontrollierter, dein kontrollierter Spam-Bot so. Ja. Und, ich weiß, keine Ahnung. Also das ist wirklich eine Thematik, da kann man glaube ich, da dreht man sich auch immer nur im Kreis, weil es nachher auf den Punkt kommt, wo du es nicht mehr verstehst. Und der Chat erstmal, Cover 1, 2, 3 geht ab. Sehr gut. Du hast aber eine lange Leitung, hast du nicht gechatten, guck, da war es alles schon 20 und voll. Boah, Cover 1, 2, 3. Das ist schon... Ey, im Norden ist nicht so gut mit Internet hier. Ach so. Das dauert hier länger, das muss halt immer dann... Wo kommst du nachher? Dresden? Dresden, ja. Das muss erstmal aus dem Osten hier hochkommen. Über die Grenze so eine Kontrolle. Das dauert halt. Aus der Zone, da wird ja wahrscheinlich noch Expansion draufgefahren und so. Ach so, der Chat bei mir quasi wird erst kontrolliert und dann zu euch weitergeschenkt oder was? Natürlich. Ach so, jetzt habe ich das verstanden. Ne, ich habe gerade ein Bild gemacht. Das sehen wir nicht abgelinkt. Ach so. Ich will mal kurz zur Toilette überlegen. Ja, mach das. Wir haben, Leute, ihr habt keine Fragen bei Twitter reingehauen. Ihr seid heute so unfrage-lich. Ich habe mir auch schon die ganze Zeit geguckt. Irgendwie keiner postet was. Keine Fragen mehr. Aber das ist doch gut. Das Thema... Alle haben wir übergangen, glaube ich. Das war... Die Fulltime-Streamer. Geschichte, aber die kriegen wir aber auch jeden Sonntag. Ja. Also, dann könnte ich sagen, bitte guckt doch mal bei YouTube nach. Ja, ich würde sagen, Plankenstack Nummer 2. Plankenstack Nummer 2 bis Plankenstack Nummer 12. Da haben wir echt einiges. Aber das Thema ist ja halt, ist ja auch das, was gehört werden will, beziehungsweise das, wo die Nachfragen permanent kommen. Das ist ja immer ein Heißzeichen. Ja, aber ist das wirklich so interessant? Weiß ich nicht. Leute, schreibt nicht im Chat, sondern schreibt in Twitter. Das ist wichtig. Ja, ja, weiß ich nicht. Ist vielleicht so, ne? Aber die Fragen sind ja eigentlich immer relativ gleich oder sehr, sehr häufig wiederholt sich das. Ja, aber das war also, ich sag mal, das mit dem Berufsleben zum Beispiel. Ich meine, Basti. Ja, das ist so, da wollte ich was zu sagen. Das ist das klassische, ich habe früher Pornos gemacht. Hast du echt? Ja, nein. Ja, nein. Ich habe früher, ich meine jetzt zum Thema da, ja, also, wenn man, also das, wenn jemand fragt, ja, ob man, wenn man aufhört mit dem Streamen noch eine Chance am Berufsmarkt hat, dann ist es genauso, als wenn er fragen, du hast Pornos gemacht, wie ist denn deine Zukunft? also völlige Bullshit-Frage, ja, ja, das ist sowas von egal, was man gemacht hat, was soll das denn mit dem Berufsleben zu tun haben? Es ist sogar freuderlich, wenn man in der Gaming-Industrie arbeiten möchte, ist es, glaube ich, gar nicht mal so ganz schlecht. Oder, kannst du dir den Mütz dann irgendwie vorstellen, wenn er wieder Säcke auf den Bauch schleppen muss, oder weiß ich nicht, naja, jetzt hier so fünf Jahre gestreamt hat? Ja, Nils ist ja, der ist ja hoch gebildet, ne, der kann ja zumindestens für die Piraten dann Karten machen und so. Was? Wie, nochmal, Entschuldigung, ich war gerade, ich habe jemanden, das hat überhaupt nicht zugehört. Ne, ich habe nur, ich habe nur gehört, was jetzt danach passieren soll, oder wie? Ich sagte, ich sagte, du bist ja völlig gebildet und du kannst ja nach deiner Streamer-Karriere Piratenkarten zeichnen, das kannst du ja. Also, ich werde, ich werde immer Streamer sein, habe ich mir jetzt vorgenommen. Das war, das habe ich schon, als ich auf die Welt gekommen bin. Ich wollte eigentlich kein Feuerwehrmann sein, oder, äh, ich wollte immer Streamer sein, das wollte ich schon damals, als ich klein war. Hier kommt ja noch so ein Ding hier, ähm, ob du denkst, dass du als Streamer in den nächsten 20 Jahren, also als Streamer in den nächsten 20 Jahren als Beruf angesehen wirst, die Frage verstehe ich immer nicht, ne? Ähm, Streamer sind selbstständig. Wie jeder Selbstständige machen sie irgendwas, sie produzieren was. Bei Streamern würde ich sagen, sie produzieren irgendwas mit Medien, ja? sie produzieren Content. Ja? Content. Sie produzieren Content. Und, ähm, jetzt guckt ihr Gronkh an, ja? Also, ich weiß nicht, ob ihr die einschlägigen Webseiten kennt, wo man nachgucken kann, wie viel Vermögen eine GmbH so macht, ja? Das ist öffentlich zugängig. Also wenn der, ich glaube, er macht nichts falsch, sagen wir mal so. Der macht was mit Medien. Die Frage würdest du Gronkh doch nicht stellen, warum stellst du sie hier? Also, ja, die Frage ist doch, äh, wieso soll ein Streamer nicht, also das suggeriert ja, dass du meiner Meinung bist, dass Streamer nicht angesehen sind, oder als Berufsstreamer nicht, das ist kein Berufsstreamer, sondern das ist Beruf, ich mache Content. Ich bin ein Content. Ich habe die Frage aber auch so verstanden, ob das halt, also weil, keine Ahnung, vor zehn Jahren gab es ja auch noch keinen Twitch, sag ich mal, und wer weiß, ob das so sich halt entwickelt, dass es das in zehn Jahren auch noch gibt, vielleicht gibt es ja was ganz anderes halt so. Ich habe Informatik studiert in den 80ern auf Lochkarten, da hat kein Mensch geglaubt, ja, ist so, echt? Ja, habe ich. Ja, ich habe noch Lochkarten gelernt, ja, und, äh, heute sind wir bei, wo sind wir eigentlich gerade? Also, wir haben übersprungen, oder ich, ich habe miterlebt, äh, oder Enter, Entertina, der Beruf, der ist Entertina, das ist ein gutes Beispiel, wir sind Entertina, aber nochmal zu den Lochkarten, ja, ich habe die 8 Zoll Diskette überlebt, die 5 Zoll Diskette, die 3,5 Zoll, die 3 Zoll, ich habe alle CDs, DVDs, Blu-rays überlebt, also, reicht auch langsam, ja, reicht jetzt, okay, bei Festplatten kann es aufhören, bitte, wir sind schon bei SSD, ich habe alle überlebt, wir sind schon bei SSD, die nächste Stufe, ganz ehrlich, da kannst du mal aussetzen, kannst du in den Garten gehen und pflanzen ein paar Blumen, okay? M.2 ist jetzt der neueste Scheiß, was für ein Ding? M.2, was ist das? Na, diese SSDs in so einer längeren Form, die man direkt auf den, aufs Motherboard drauf packt, ja, ist aber auch so, also Beruf Entertina würde ich sagen, ja, wahrscheinlich habe ich dich nicht verstanden, Diablo, das kann gut sein, zumindest kennst du noch Lochkarten, aber, Entertina, das ist gar nicht einfach, das ist auch hier gerade gekommen, das ist richtig, streamen, was ja viele eigentlich immer so als, naja, er hat sonst nichts vor oder so, streamen ist nicht einfach, ne, also da gehört schon eine ganze Menge zu, um jetzt erfolgreich zu sein, in Anführungsstrichen, und das ist eben sehr unterschiedlich, was man als erfolgreich betrachtet, ja, also manche sind mit fünf Zuschauern völlig erfolgreich, weil ihnen sonst keiner zugucken würde, oder, weil sie sonst irgendwie im Freundeskreis, keine Ahnung, weiß ich nicht, also, das ist so, so schwierig zu definieren, also, was ist erfolgreich, keine Ahnung, ich weiß es nicht, kann man glaube ich nicht festnageln, an irgendeine Wand, das muss jeder für sich selber wissen, und, und für sich selber bestimmen, aber ich würde sagen, Entertainer, oder Medienproduzent, oder, oder Contentproduzent, das trifft es wohl, also es ist kein neuer Beruf, den gab es schon. Schon länger. Ja. Das hat auch mit, mit später nichts zu tun, also, ich glaube, ich glaube, ihr solltet aus eurem, äh, deutschen Denken einfach mal rauskommen, und einfach mal den, den Katalog vom, vom großen roten Ahr weglegen, wo, äh, Berufsvorschläge drin stehen, und, äh, ich meine, es gibt Leute in Indien, die wedeln mit dem Ding, und dafür, selbst dafür würden wir, Leute in Deutschland, die wedeln mit dem Ding. Aber, wisst ihr, es gibt halt so, diese, dafür würden, dafür würden wir, dafür würden wir uns in Deutschland, halt auch nochmal ein Wort ausdenken, also, da gab es mal, einen amerikanischen, äh, Comedian, und zwar hat er sich über Deutsche, in dem Sinne, in dem Sinne lustig gemacht, ja, und zwar geht es, das beste Beispiel, was er gebracht hat, war Reißverschlussverfahren, auf der Autobahn, oder auf der Straße, ja, hier dieses, äh, und, äh, dafür kennt, keiner auf der Welt kennt dafür ein Wort, aber wir haben eins dafür, wir haben dafür ein Wort, warum müssen wir denn jetzt Streamer wieder irgendwo hin kategorisieren, oder sagen, oder, oder da wieder was irgendwie, was ganz Neues draus machen, also, so wie Garak schon sagt, das ist doch schon vorhanden, und ich finde es auch, äh, äh, ich finde es eigenartig, dass bei Nummern wie, nennen wir jetzt einfach mal, Gronkh, Sarraza, äh, Unge, wie sie alle heißen, da würde niemals jemand hingehen und fragen, sag mal, hast du eigentlich genug Geld, was machst du eigentlich, damit du leben kannst, ja, da fragt auch kein Mensch nach, warum fragt, also, so wie, ich muss da schon, äh, recht geben, warum wird das immer und immer wieder gefragt, natürlich wird das in 20 Jahren werden, wie unsere andere Sachen machen, Fußballspieler, äh, spielen auch nicht 20 Jahre, und Igge Hessler zum Beispiel, der wird wahrscheinlich auch noch mal irgendwo ein Müllauto gefahren haben, weil er nicht genug Geld hatte, es ist halt einfach so, wie es ist, man macht was, und dann macht man irgendwann wieder was anderes, oder auch nicht? Absolut. Ich meine, Basti, du hast ja auch, glaube ich, schon Vollzeit gemacht, glaube ich mal kurz, und dann, oder? nicht? Nee, also, ich arbeite auch noch nebenbei, tatsächlich. Ah, okay, ich dachte, du hattest das mal für eine kurze Zeit oder so, äh, ich, ich hab immer mal Phasen gehabt, wenn ich krankgeschrieben war, oder Urlaub hatte, oder irgendwie sowas, also ich hatte vor, weiß gar nicht, vor, ich weiß gar nicht mehr, wann das war, ich hatte mal längere Zeit einen Arbeitsunterfall, da hab ich mir irgendwie Zehen ausgerenkt, konnte nicht laufen und so, und, aber das schränkt einen ja nicht so ein, dass man halt nicht Videospiele spielen kann, und dann neben Sprechen auch nicht streamen kann, so, und dann hab ich halt hier irgendwie fünf Wochen halt jeden Tag gezockt halt, ne, was willst du machen? Konnt ja eh nix machen halt so, konnt ja nicht rumwatscheln, also von daher so, nee, ich hab, ähm, also, also es ist halt so ne Philosophie auch von mir, ich würd das auch nicht so gerne aufgeben wollen, auch wenn, boah, ich find, also mich erdelt das immer ganz gut, ich geh ganz gerne arbeiten, ich hab da gute Leute, macht Spaß, und, halt so, so find ich, boah, kann man auch als großes Thema noch. Sicherlich, natürlich. Ja. Aber es ist halt schon, äh, muss man sagen, man muss halt seine Zeit da drin verbringen, wenn du, das, sag ich mal, damit deine Brötchen bezahlen willst, sag ich mal. Das ist halt bei mir auch so der Punkt, also ich find das, also auf der einen Seite ganz schön, so Videospiele, aber, ähm, ich find das auch ganz gut, immer noch irgendwas anders zu machen, also das so, ich, wenn ich das nur mache, dann sitz ich halt auch nur drinne, und komm halt gar nicht mehr raus irgendwie, das tut mir, also ich hab das halt gemerkt, dass mir das nicht gut tut, also ich bin da, da dreh ich irgendwann durch, und dementsprechend, boah, könnte ich nicht so wie du, jetzt irgendwie, wirklich jeden Tag, zwölf Stunden irgendwie, oder zehn, oder keine Ahnung, weiß nicht, acht, oder ich weiß, ehrlich gesagt, nicht wie lange du dann so streamst, einfach, machst ja auch Pause zwischendurch, oder so, ich mach das, ich fang dann morgens an, und dann zieh ich auch durch, bis abends, komm dann gar nicht weg, und das ist, das tut mir dann auf Dauer auch nicht gut, wenn ich dann hier nur sitze, dann bin ich ganz blass und depressiv, und verpasse so viel draußen. Zum Beispiel ein Konzert, ja? Zum Beispiel, ja, echt ohne Scheiß, also ich hab irgendwie die ganze Woche halt gestreamt, und gestern war halt das Konzert, da hab ich halt mit meiner Band gespielt, und hatte echt wahnsinnig Spaß, so, und wenn ich das nicht gemacht hätte, dann hätte ich hier auch wieder den ganzen Tag gesessen, und hätte halt gezockt, was auch schön wäre, auch Spaß macht, aber das sind halt auch irgendwie Erlebnisse, ich muss beides haben, ich muss auch mal raus irgendwie, das macht mich als Persönlichkeit auch aus, dann hab ich auch wieder was zu erzählen, nächste Woche im Stream, und drehe mich halt nicht so im Kreis halt, weißt du? Ja, also das geht mir aber genauso, also ich könnte das gar nicht anders, weil ich muss einfach, ich brauche unheimlich, ich bin ja im Stream am Sammeln wie so ein Verrückt, also dauernd andere Themen, und ich brauche ja Input von außen irgendwo, wenn ich hier mich selbst im Kreis drehen würde, und den ganzen Tag nur streamen würde, dann würde ich nicht mehr mitbekommen, was in der richtigen Welt passiert, und ich hätte keinen Kontakt mehr zu Menschen, und das wäre alles irgendwie, nee, also ich bin ganz froh, dass ich das nur zum Teilzeit, man kann ja nicht mal Teilzeit sagen, so Hobby-Stream, ja, ich bin aber tatsächlich auch Teilzeit-Streamer, also ich finde den Begriff halt auch ganz witzig, weil es wirklich so Teilzeit-Arbeiten, also ich chair halt quasi zwei Jobs, und das macht halt, ich finde das voll gut, ich finde das Wort halt auch gut, Teilzeit-Streamer, ja, Teilzeit-Streamer, genau, und bei mir ist es ja eher mehr, ja, dreimal die Woche, manchmal mache ich mehr, aber in der Regel ist es dreimal die Woche, wobei ich freitags dann immer, schon Open-End habe, und auch mal bis zwei Uhr nachts-Streamer, wie gesagt, insgesamt sind das ja nicht so viele Stunden, das sind vielleicht 16 die Woche, und, nee, ich brauche diesen Input von draußen einfach, also, und sonst kriege ich ja gar nichts mehr mit, ich brauche ja auch meine Themen, ja, ich meine, ich fliege da irgendwie zwei Stunden lang, zwei Stunden lang, von, ich bin, was war das, vorgestern, von, das war lange, zweieinhalb Stunden von Rom nach Dublin geflogen, ja, da muss ich die Leute zwei Stunden lang unterhalten, wir fliegen ja Echtzeit, das heißt, der Flug dauert halt zweieinhalb Stunden, ja, und, und es passiert ja nichts, sobald ich auf Reiseflug her bin, kommt die Saftschutze, bringt mir was zu essen, und alles ist gut, und, also da, sondern erzähle ich halt zwei Stunden über Gott und die Welt, und das kann ich halt nur, weil ich den Input von draußen kriege, ja, pass auf, ich bin hier echt der Einzige, der hier voll aussieht wie der Bleppo, ich bin der Einzige, der hier aussieht wie so ein Vollsuchtiger, du, du die ganzen Tag nur am Stream rausgehen, menschliche Kontakte, sowas hast du doch gar nicht mehr, ich sitze gerade hier, ich muss so lachen, weil, ich sehe gerade echt aus wie der, wie der Arsch und Dienst, ja, aber in meinen Pausen gehe ich oft mal vor die Tür und schnapp frische Luft. Darf ich das von der Freundin erzählt werden? Ja, bitte, darfst du zitieren. Oder ist das geil? Nein, das war, also das würde sie mir auch nicht übel nehmen, weil sie weiß, was ich für den Kopf habe. Ja, weil du nämlich, also im Gespräch so, hast du eigentlich eine Freundin? Nee, ach ja doch, ich habe ja doch eine, das ist so geil. Das ist halt wirklich so das Oberklischee, halt, weil sie so voll sucht, die ganze Zeit nur MMOs spielt, warte mal, warst du noch hier? Weiß ich gar nicht so genau, ich war schon länger nicht mehr draußen. Sie kommt nächste Woche, ist alles cool, ich habe das schon alles im Blick, aber ich liebe meinen Job, also ich ziehe das auch knallhart hoch. Das ist ja auch ein geiler Job, also Twitch Streaming ist halt schon der geilste Job der Welt, ohne Frage, also das ist, ne? Aber ich hatte heute so eine ähnliche Situation, meine Frau sagte zu mir, du kannst auch mal wieder an die frische Luft gehen und dann habe ich gesagt, ich habe Fenster aufgemacht. Sehr gut. Also da gebe ich euch, also für mich ist das, wenn ich rausgehe, dann bin ich weg, also dann fliege ich irgendwo hin oder so wie jetzt nächste Woche, übernächste Woche dann nach Amerika fliegen oder so für zwei Wochen, ansonsten, ich kann ohne Arbeiten nicht, das geht für mich gar nicht, also ich könnte, ich habe das, ich war letztes Jahr, nur mal kurz, um das aufzuzeigen, ich war letztes Jahr in der Schweiz und habe Freunde besucht, eine Woche lang, da kriege ich die Krise. Ohne Stream, ich kriege die Krise, da kann ich nicht erzählen, gar nicht, dann sitzt du da, denkst du so, ja, was erzählst du denn jetzt mit ihm? Quatsch ihn jetzt die ganze Zeit voll und dann quatschst du die ganze Zeit mit ihm und dann gebe ich ihm das auch auf den Sack, ja? Also bei mir ist das so, ich muss halt irgendwas machen, ich kann das nicht mehr ohne, also ich brauche diesen, diese 8 Stunden Drive, ich muss irgendwie reinhauen. Also montags, wenn ich frei habe, sitze ich vor dem Rechner oder stehe morgens auf, dann gehe ich zum Bäcker, hole mir einen Apfelkuchen, fotografiere das für Twitter, habe das denn gesagt, so, dann setze ich mich hin, hm, was machst du denn heute? Okay, wir haben sauber gemacht, wir haben Wäsche gewaschen, hm, zocken hast du auch keinen Bock? Äh, also mir geht es wirklich um den Stream, ich bin glaube ich streamsüchtig. Ja. Also, das ist nicht mal so geldsüchtig, aber streamsüchtig, also ich kann ohne das, kann ich gar nicht mehr, das ist so in meinem Leben verankert, dass ich 6 Tage, 7 Tage die Woche streame, ich habe diese Woche 90 Stunden gestreamt, ja? Also musst du dir mal reinziehen, das ist, das geht nicht ohne, mein Körper... Darauf arbeite ich nicht ansatzweise. Ja, das ist das Krasse, was viele dann halt auch nicht so sehen, dass es halt wirklich, also so, Twitch streamen ist halt echt harde Arbeit, weil das einfach echt enorm viel Zeit frisst und ich wollte gerade sagen, ich meine gut, du bist ja, wenn du es so willst, bist du ein Selbstständiger und das ist dein Gewerbe und ne? Was? Ne, du wolltest eigentlich suchtig sagen und verpachtest was wieder, mach ruhig mal. nein, also ich wollte jetzt gerade eine Lanze dafür brechen halt so und also das, dass man da halt einfach wahnsinnig viel Zeit reinsteckt und wenn du das halt mal auf dem Stundenboden runterbrichst, ist das gar nicht so ganz so, also ich weiß ja nicht, was du jetzt so verdienst da mit deinem Stream, aber ich glaube halt, wenn du es auch mal, es reicht schon, ja, auch so. Natürlich, vor der Haustür steht schon Lamborghini, Porsche, Führerscheinmusik, Führerscheinmusik noch machen, die habe ich noch nicht. Ja, kommst dann die raus, ne? Die steht einfach nur da für Nachbarn oder so zum Angucken. Ja, also ich habe mir jetzt auch eine Yacht geholt, aber ich fahre damit auch zu selten, das war das Problem, weil du wirklich dann hier acht Stunden oder sowas locker mal sitzt und stockst, meistens eher zwölf plus und ich sage mal ganz ehrlich, für zwölf Stunden arbeiten so und wenn du das dann auf eine Stunde und runter rechnest, das sollen mal andere Leute erstmal machen, das ist schon, das ist schon real. Das sehen dann die meisten halt nicht, das ist jeden Tag und auch am Wochenende immer viel und Feiertage, weil da natürlich alle zu Hause sind und auch gucken und so und du dann eben nicht weggehst und die Zeit dann halt eigentlich mit deinem Job hier verbringst. Das ist aber the way of life, das sucht sich jeder selber aus. Das sucht sich jeder selber aus. Für mich ist es, mein Leben, ich würde glaube ich eingehen, wenn ich es nicht mehr hätte, muss ich ganz ehrlich sagen. Also nicht wegen dem Zockenwillen oder das denken ja auch viele zum Beispiel, dass so wie du zum Beispiel jetzt sagst, du zockst Black Desert wegen, weil du süchtig bist. Ich kann das instant ausmachen und kann irgendwas anderes zocken, das interessiert mich. Das sagen alle Süchtigen. Ich kann sofort damit aufhören. Du, ich könnte mich mit dir, wir können gerne noch drei Stunden Plankenschnack machen, habe ich auch überhaupt gar keinen Schmerz mit. Das interessiert mich. Du zockst auch nebenbei, gibst doch zu. Ich habe gar nichts an. Ich würde schon am Angeln hier die ganze Zeit. Wahrscheinlich. Auto angeln, ja. Aber das ist halt so, für mich ist das einfach, mir gibt das irgendwas und ich liebe halt die Menschen, die da sind, für die würde ich mir ein Bein ausreißen. Und das ist einfach, das muss sein. Ja, aber nur weil du da nicht mehr rumlaufen müsstest, nicht mehr rausgehen müsstest, sondern wirklich den ganzen Tag zocken könntest, Black Desert. Jetzt geht es wieder los. Jetzt geht es wieder los. Eigentlich hasse ich Menschen, weißt du. Ich rede gerne nur in die Kamera rein. Ich wohne auch eigentlich im Zoo, im Elefantengehege, weil ich mir was anderes nicht mehr leisten kann im Hinterzimmer. Nee, also ich gehe schon raus. Ich treffe gerne Menschen. Ich fahre auf der DreamHack und so. Das ist nicht das Problem, aber das ist halt irgendwann, ich bin so ein Gewohnheitstier, das seid ihr ja wahrscheinlich auch, wenn du stehst. Fast einen Tag auf der DreamHack, ne? Nee, zwei. Drei sogar. Echt? Wieso haben wir uns da nicht gesehen? Sag mal. Ja, weiß ich nicht. Du hast am Computer gesessen und gezockt, glaube ich, im Lahnbereich. War das nicht so, du sucht die? Ja, DreamHack halt. Ich war draußen und hab Menschen getroffen, verstehst du mal, du sucht die? Ich auch. Warst du auf der Rocket Beans Party? Nee. Ach so, okay. Ich wollte gerade sagen, warte mal kurz. Ich hab was für dich. Ich war im Kino. Jetzt kann ich dir voll einen reinwürgen. Ich war im Kino. Ich hab einen Film geguckt. Ja? Mhm. Über ein Konzert. Wenn man auch wieder zum Menschen hatte, ist es so schnell ins Kino, da ist es wenigstens dunkel. Nee, das wundert mich aber echt, weil ich sonst halt echt fast alle so getroffen hatte, aber dich halt nicht. Deswegen bin ich ein bisschen irritiert. Ich bin nur auch, nee, also ich hab zwar auch gezockt, ich hatte ja auch ein Lan-Seed, aber wir sind halt auch die Meister drumgelaufen. Ich hab mein Lan-Seed dann an einen guten Kumpel abgegeben und der hat dann meistens halt gezockt, weil ich halt, wie gesagt, auch noch pokern musste und so ein Kram. Ja. 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 Wir haben auch einige Fragen noch gekriegt, dass sonst da mal noch weitermachen, Mensch. Wir sind gerade so im Schwung hier. Die Frage finde ich sehr interessant. Woran denkt ihr, liegt es, dass verhältnismäßig wenige Fragen via Twitter reinkommen? Sleppy und Garak wäre mal schlö... Ja, doch, Sleppy und Garak, weil Bastian und ich haben gerade so viel geredet, Mensch. Willst du? Ja. Das ist eine Verarschenfrage. Warum muss ich die jetzt beantworten? Genau deswegen. Weil ich schon lange nicht dran war. Ja. Weil Baum. Weiß ich nicht. Ich weiß es auch nicht. Weil ich bin nur ab und zu im Chat, dass die Leute schreiben, ich habe keinen Twitter, will ich nicht. Das ist genauso diese Facebook-Verweigerung und diese ganze Bullshit. Ich habe da, wie gesagt, ja, ist halt so. Solange wir allerdings Sachen aus dem Chat beantworten, landen sie nie auf Twitter. Wir sind ja auch selber schon. Das macht ja keiner von uns. Also der Einzige, der hier mit dem Chat redet, ist der Chat selber mit sich. Muss ich dazu sagen. Also deswegen nehmen wir einfach die nächste Frage von Hidden. Und zwar hat er gefragt, spielt ihr auch Games, die ihr nicht mögt, nur weil es die Masse an Viewern mal gerne bei euch sehen möchte? Ja klar. League of Legends den ganzen Tag. Da habe ich was zu sagen. Nö. Entschuldigung. Oder sagen wir mal so, es gibt ein, es ist schwierig. Nein, ich würde niemals etwas spielen, wozu ich keinen Bock habe. Aber es ist schon schwierig. Ich hatte gerade Nils, mit Nils eine Twitter-Diskussion darüber, gestern oder vorgestern, weiß ich gar nicht. So zwei, drei Sätze, zwei, drei, vier, zehn und her geschickt deswegen. Da war ich Anfang der Woche am Black Desert Suchten und habe dann doch am Mittwoch wieder Flugsimulationen gemacht. Und da habe ich mich gefragt, ist das eigentlich richtig? Weil ich hatte eigentlich keine Bock zur Flugsimulation, sondern ich hatte Bock auf Black Desert spielen, an dem Tag. Und da habe ich dann lange überlegt, was mache ich jetzt? Streamen wollte ich allerdings nicht, Black Desert, weil da hatte ich damit abgeschlossen. und ich habe dann zugunsten der Zuschauer, also meiner Zuschauer, meiner Community entschieden, weil ich ja, aber das ist ein bisschen anders gelagert, weil ich ja Flugsimulationen nicht hasse. Also das wäre jetzt falsch. Aber ich habe halt mich dann für Flugsimulationen entschieden, obwohl ich lieber was anderes gespielt hätte. Und dafür habe ich dann allerdings und bin wieder quasi in meinen normalen Rhythmus zurückgegangen und habe wieder meine Flugsimulationen streamt und habe eben kein Black Desert mehr gestrebt. Ich habe es dann dazwischen gespielt. Also ich würde niemals was spielen, wozu ich keinen Bock habe, nur um Zuschauer zu haben, nur so einen Hype zu haben. Es gibt viele Streamer, die das machen, die holen sich AAA-Games oder jetzt gerade wieder passiert auch mit diesem Far Cry Prime Evil. Da sind viele am ersten Tag auf der Playstation, glaube ich gab es das früher, aufgesprungen und haben mal schnell irre Zahlen produziert. Das bringt aber nichts. Die Leute bleiben nicht. Ja, das ist, also da bleiben vielleicht zwei von kleben oder drei, aber im Großen und Ganzen bringt das nichts da diesen Titeln hinterher hecheln und man hat da eigentlich gar keinen Bock zu. Wenn man dazu Bock hat, muss man es natürlich spielen. Das ist eine völlig andere Geschichte, ganz klar. Also ich würde es nicht machen und nur ich entscheide manchmal sogar für meine Community, dass ich eben doch etwas mache, obwohl ich geradezu was anderes Bock habe. Das mache ich schon. Und nicht wegen Kohle oder so oder wegen Anzahl der Viewer, das ist mir egal, aber mir ist meine Community nicht egal. Und insofern entscheide ich den da so. Hat aber weniger damit zu tun, dass ich dann eben das Spiel nicht mag. Basti, willst du noch reinhören? Ich spiele manchmal tatsächlich Spiele, die ich nicht mag. Und das ist meistens dann doch immer ganz lustig. Also ich glaube, ich habe schon total viele Schrottspiele einfach gespielt. Also ich spiele ja viele Spiele. Also ich bin ja nicht auf ein oder zwei, drei Spiele so festgelegt, sondern ich zocke ja alles so quer durch die Bank durch. Und ich habe schon oft mir Spiele einfach angeguckt, obwohl ich da eigentlich nicht so Lust zu hatte und habe aber gesagt, ich gebe dem Spiel trotzdem mal eine Chance. Und ich sehe da so auch ein bisschen so, das ist so mein Selbstverständnis als Streamer, dass ich halt ja oftmals auch so stellvertretend für andere Leute spiele und quasi einfach dann auch mal Sachen anteste und einfach gucke, ob die gut sind oder nicht. Und quasi dann so ein bisschen, ja sagen wir, der Community so die Arbeit abnehme. Also weißt du, was ich meine? Ich kam mich halt zum Beispiel an, boah, wie hieß denn das, wo wir da über diese Insel da geschippert sind. So ein Early Access Titel halt auch. Wie bitte? Stranded Deep, sorry. Stranded Deep, ganz genau. Und das war wohl irgendwie, keine Ahnung, das wurde dann auch bei Gronke gesehen und der hat das ja irgendwie ein bisschen gefeiert und fand das wohl ganz gut und so. Und ich sagte, ich habe hier gar keinen Bock drauf. Und alle so, ach los, spiel das mal. Das ist bestimmt voll lustig. Das ist ja auch so ein Survival-Ding und so. Und dann hat mir einer irgendwie 15 Euro donatet und hat gesagt, hier los, jetzt hol dir das Spiel halt so. Und da konnte ich dann auch nicht Nein sagen, konnte auch nicht raus aus der Nummer und hab das dann gespielt und ich fand das ganz furchtbar. Und weil das Spiel halt einfach zumindest in diesem Early Access Status damals auch ganz großer Schrott war, muss man einfach sagen. Ich bin dann da irgendwie nach 10 Minuten in so einem Boot festgebackt, konnte da gar nicht rausklappen mehr und so ganz furchtbar. Und dann konntest du da über die Insel paddeln halt, bist ja nicht am Strand stehen geblieben, sondern da einmal komplett über die Insel dann da mit deinem Schlauchboot. Und das haut alles nicht hin, keine Anleitung und ich wusste nicht, wie man da irgendwie, also was ja eigentlich ein ganz nettes Feature ist, dass man die Sachen halt übereinander legen muss und dann irgendwas craftet, so auch gut Glück, aber das halt auszuprobieren, da wirst du ja irre bei halt so. Das Spiel hat dich ja in keinster Weise irgendwie an die Hand genommen. Und ich fand das halt absolut overrated so und ich fand das dann aber auch okay, halt, dass ich die Sachen einfach anspiele, sag ich mal, um ja einfach mal zu gucken, wie ist das denn wirklich und das so ein bisschen zu testen einfach für die Community, mit der Community so gemeinsam. Und das war trotzdem ein lustiger Stream, auch wenn es jetzt das Spiel selber keinen Spaß gemacht hat, hat es aber Spaß gemacht, das Spiel auch immer scheiße zu finden. So, und ja, ich, also, und hab noch ganz viele andere Beispiele, halt so, ja, LOL hat auch mal gespielt, obwohl ich LOL ein super Spiel finde, also es ist nur nicht meins halt, muss ich dazu sagen, ach, keine Ahnung, was wir nicht alles schon für den Quatsch gespielt haben. Letzte Woche Bären-Simulator halt, ist auch ganz großer Quatsch eigentlich das Spiel, aber es hat halt mega Bock gebracht, so als Bär rumzurennen und die Welt zu entdecken. Ja. Kann man halt auch nur machen. Wichtig ist halt, dass man irgendwie doch Spaß mit seiner Community hat und dann muss das Spiel gar nicht so gut sein manchmal. Slebi? Spiele spielen, auf die ich keinen Bock hab? Ja, ich hab da ja schon vorhin gesagt, ich hab ja mal Fallout 4 gespielt. Das ist doch voll das gute Spiel. Oh Mann. Nein, Spaß. Nein, das hab ich da gespielt, nicht weil ich keinen Bock hatte, sondern weil ich Bock hatte darauf. Nee. Nee. Also ich würde jetzt, ich hab ja schon, ich sag auch ständig, im Stream, ich würde ja Minecraft, wenn ich Minecraft streame, würde ich selber jetzt nicht spielen wahrscheinlich. Da hätte ich andere Spiele, die ich für mich spielen würde. Aber Minecraft ist halt so ein perfektes Streaming-Spiel für mich. Ich hab's so gelernt und deswegen kann ich das am besten. Und dann ist es eher was, was ich mache, weil ich's kann und weniger was, weil es ein geiles Spiel ist, sondern weil es ein geiler Stream ist dann in dem Moment. Und weil mir das Stream dann Spaß macht. Und deswegen könnte ich sagen, das fällt am ehesten in diese Frage rein, aber ich würde im Leben nie was spielen, worauf ich keinen Bock hab. Also zumindest nicht länger als zwei Stunden, drei Stunden. Man muss ja allem eine Chance geben. Wie zum Beispiel Fallout 4. Aber das ist ja gut, wenn du's dann auch so machst, halt in dem Spiel einfach eine Chance gibt, dir anzugucken. Also das ist halt, also auch so, mach ich's halt auch, weil ich will halt dann mir selber eine Meinung bilden und will halt nicht irgendwie das, was ich in der GameStar gelesen habe, nachplabbern oder so, weißt du? Sondern halt wirklich auch einen konkreten Einblick haben, damit man auch weiß, wovon man spricht. Man muss sich halt auch mal durch Scheißspiele quälen halt, ne? Ja. Eher auch für eine Stunde und dann schmeiß ich die Dinger weg. Also ich spiel gar nicht, worauf ich keinen Bock hab. Also ich hab, ich sag das auch immer ganz klipp und klar. Ich hab Heavy Rain zum Beispiel, steht auf der PS4, find ich so kacke, weil er ausgemacht. Also ich sagte, ich sag dann auch klipp und... Das finden aber ganz viele Leute total geil, das ist absolut spitzen Spiel. Also ich hab's auch noch nie gespielt, aber... Ich, also, ich hab das angefangen, ich hab gesagt, Leute, sorry, find ich kacke, mach ich aus. Ich hab's eine Stunde gespielt, ich hab's eine Stunde gespielt, hab gesagt, Leute, nee, tun mir leid, aus und weg damit. Weil das bringt dir eh nix. Also, ob du da jetzt dich durchquälst oder nicht und Hype-Spiele lass ich auch aus. Also ich werd, glaub ich so, wenn der Hype vorbei ist, werd ich irgendwann mal Far Cry Primal spielen, weil mir das jemand geschenkt hat, aber den Scheiß wollte ich eigentlich auch auslassen. Und es gibt so viele Sachen, wo ich überhaupt gar keine Lust drauf hab, wo mich das auch überhaupt nicht interessiert, ob ich den Release mitmache, dass mir, dass mir das völlig Furz ist, weil... Im Endeffekt kannst du sowieso spielen, was du willst. Wenn die Leute dich sehen wollen, kannst du auch Mayong oder Tetra spielen. Da bist du... Davon abgesehen, klar. Aber dafür spielst du aber auch relativ viele Spiele, so zum Release, oder? Ja, weil sie mir gefallen haben. Warum soll ich sie nicht spielen? Ich mein, ich hatte letztens, das ist ein sehr gutes Beispiel, da war jemand da, der gesagt hatte, Division? Mensch, Dizzy, du bist doch aber gar nicht so der Shooter-Typ. Und dann guckst du so in meine Gaming-Liste, 1500 Stunden Battlefield 3. Ach ja, das hast du schon recht. Also, ein Shooter-Typ bin ich wirklich nicht. Also Battlefield 3 war damals so Dart-Scheibe. Ja, ja, ja. Oder MMO ist genau dasselbe. Also, da hab ich auch ganz... Du bist doch aber gar nicht so der MMO-Typ. Also, warum spielst du denn das? Also, ich sag dann halt auch immer, na, was willst du machen? Dann gibst du dir eine faire Chance und guckst dir das halt an. Also, Black Desert ist halt das beste Beispiel, weil da ist überhaupt gar kein Hype drum gewesen und gespielt haben es trotzdem alle. Und jetzt ist ein riesiger Hype draus geworden. Ihr habt den Hype gemacht, ne? Ja. Auf jeden Fall. Aber Far Cry Primal ist super. Also, ich spiel das gerade aktuell. Ich fand das echt ganz gut. Obwohl, also in Far Cry 4 hab ich zum Beispiel, das hat mir gar keinen Spaß gemacht. Das hab ich, glaub ich, nur so zwei, ich glaub nicht mal einen Tag oder zwei Tage, ich weiß nicht, wie das gespielt wurde. Aber Primal ist echt ganz gut so. Also, das kann ich dir empfehlen. Da kannst du auch schön gemütlich da durch die Welt schlendern. Ich hab schon ein bisschen zugeguckt. Das ist nicht so... Ich mag... meinst du? Nee, ich mag Far Cry nicht. Also, Far Cry ist eine der wenigen Spielserien, wo ich sag, okay, nee, vielleicht zehn Minuten am Tag und dann deinstallieren. Das ist echt nicht so meinstlos. Schon beim Zugucken mag ich das nicht so gerne. So ist das halt mit Geschmäckern, ne? Eben, das ist halt jedem, wie er mag. Ich mein, man muss es nicht gut finden, aber jeder soll ja das machen, was er will. Ich mein, ich hab mir bei... Ich hab mir bei Garak auch Flugsimulare. Ich würd mich da niemals reinsetzen oder geschweige denn mir das kaufen mit allen Teufeln. Nee, ans Knicken. Aber gucken tue ich trotzdem. Ja, es gucken viele übrigens Flugsimulationen, obwohl sie selber gar keinen haben. Also, ich hab unheimlich viele Zuschauer, die einfach nur zuschauen, weil sie das eben cool finden, da fliegt irgendwas und verstehen tun sie es nicht so richtig und, aber sie hören mir gerne zu. Also, das passiert und, und das ist, glaube ich, auch das, was, was es dann ausmacht. Trotzdem bin ich anfälliger dagegen, als jetzt zum Beispiel bei euch bei, bei Basti und bei Nils. Genauso bei Slabby ist es ja wahrscheinlich ähnlich, aber wir sind anfälliger, wenn wir ein Spiel wechseln, dass wir dann Viewer verlieren und, also wirklich die Zuschauerzahlen drastisch nach unten gehen, weil wir eben nicht so diversifiziert sind. Ja, also, bei Nils, der spielt im Grunde genommen alles, was nicht schnell genug auf den Baum hüpft und, und, ja, dadurch ist es egal, ja, die Masse der Zuschauer bleibt immer, steigt langsam, aber sie bleibt in einer bestimmten Range und, und, und da ist es auch egal, weil jeder weiß, Nils spielt heute keine Ahnung, was spielt er eigentlich, ja, und im Moment hat er gerade so eine Black Desert Hype, aber, aber im Großen und Ganzen, selbst da wechselt er ja ab, ja, also, dann kocht er mal, das ist ja ganz neu und was cool ist, ja, das ist dann im Kreativbereich mal was völlig anderes, seine Ästen sehen zwar immer aus, naja, wow, 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 wo ich habe mir extra neue Teller gekauft, mein Freund, und habe angefangen, essen zu trennen und es nicht aufzuschmeißen. Gucke bitte bei Twitter von den letzten paar Essen, die sahen gut aus, die sahen wirklich gut aus, guck dir meine Masse materialäse. Nicht mehr alles nur in der Pfanne, ja, das stimmt, das ist besser geworden, da gebe ich dir vollkommen recht, ähm, ja, deswegen, das ist bei den Streamern halt sehr unterschiedlich, ne, also, wenn man, sehr viel durcheinander streamt, weil man einfach die ganze Bandbreite abdeckt, dann hat das keinen großen Einfluss darauf, was man streamt. Wenn man Zuschauer hat, hat man die egal, was man streamt. Weil die tauschen sich halt aus, aber das sind nur minimale Mengen. Und bei Streamern wie mir zum Beispiel, ich bin ziemlich verhaftet auf Flugsimulationen, wenn ich was anderes streame, merke ich das schon deutlich. Ich verliere locker ein Drittel Zuschauer. Und das sind dann mal eben 100. Und das ist schon eine Menge. Und es kommen aber kaum welche dazu dann, weil ich gar nicht dafür stehe. Und die müssen mich dann ja auch erstmal finden. Und ja, insofern ist das schon ein bisschen schwieriger. Basti, was wolltest du jetzt wieder, du wolltest noch was sagen, du hast es eingesetzt? Vergessen. Ich wollte sagen, das hat Vor- und Nachteile. Es hat Vorteile, sich zu spezialisieren. Du kriegst halt auch viel mehr Publikum, aber der Nachteil ist halt, wie du das gerade so schön beschrieben hast, spielst du halt was anderes in die sind dann ein Teil der Leute weg. Aber ich glaube, da muss man sich aber so ein bisschen auch seine Community so hin erziehen, dass man dann auch mal sagt, du kannst halt nicht immer nur das gleiche spielen. Dann wirst du ja auch irgendwann randösig. Du musst ja auch mal über den Tellerrand schlafen. Ja, da habe ich auch jetzt auch kein Riesenproblem mit, aber ich bin schon ziemlich verhaftet. Aber es gibt halt auch, wenn ich das mal so sehe, gerade in meinem Bereich Fluximulationen, gibt es nur zwei Partner, die Fluximulanten sind, also die wirklich hauptsächlich Fluximulationen streamen. Und der eine ist englischsprachig und ich bin der einzige deutschsprachige. Und der englischsprachige liegt auch immer so gut in der Mitte. Der hat auch seine Community. Der ist eigentlich ein YouTuber und macht da mehr Videos. Und ich mache ja nur ganz wenig YouTube-Geschichten. Und ja, da merkt man das dann schon. Aber wie gesagt, das ist auch nicht schlimm. Also ich habe ja kein Problem damit. Ich bediene diese Nische ja sehr gerne, weil es mir ja auch Spaß macht. Ich würde es ja nicht machen. Ich meine, ich habe nie zusammengerechnet, also ich weiß, dass ich weit über 10.000 Stunden Fluximulationen geflogen bin. Aber ich weiß nicht, wie viel ich jetzt gestreamt habe. Das weiß ich nicht. Also ich weiß, dass ich seit Anfang letzten Jahres quasi durchgängig jeden Stream, also mit ganz wenigen Aussagen habe ich eigentlich seit über einem Jahr nichts anderes gestreamt als Fluximulationen. Und das ist nicht langweilig. Insofern. Ist halt nicht wie ein Spiel, deswegen wird es nicht langweilig. Ich muss gerade mal ganz kurz sowas aufgreifen. Die Frage, habt ihr eigentlich als Streamer auch ein Privatleben? ich frage. Was für ein Ding? Was? Ohne Ende. Also ich schon. Ja, ich auch. Ich streame ja nur dreimal die Woche. Also immer, wenn die Frau da ist. Ansonsten nicht. Habe ich keins. Ich habe von Simon, von dem Partner Community Manager war Typ halt hier von Twitch, der so die Partner betreut und so. Von dem habe ich mal das tolle Twitch-Shirt geschenkt bekommen. Eat, Sleep, Stream, Repeat. Ja. Und das hast du auch gekriegt? Nee. Also okay, gab mal so einen Schwung, wo er die auf der Gamescom an den ganzen Leuten in die Hand gedrückt hat und ich finde, da steckt viel Weißer drin, weil wer das halt hier betreibt, weiß ja, dass man nichts anderes macht und kein Privatleben hat, außer Eat, Sleep, Stream und dann wieder von vorne das Ganze. Also ich, ich, ich gebe mal, ich packe mal aus und bekenne mich als Suchti. Ich mache nichts anderes, außer meine Freundin ist hier oder ich verreise und ich treffe meinen Mitbewohner. Das war's. Was anderes mache ich nicht. Und das, damit habe ich, da habe ich, da habe ich auch kein Problem mit, dazu stehe ich. Ich habe Kumpels, die mich besuchen kommen oder, äh, oder ich gehe einmal in allen zwei Monaten oder so in die Kneipe oder sowas. Das hört sich an, wie betreutes Wohnen. Ich habe Kumpels, die mich besuchen. Ja, also, ja, eben, ist auch, aber ich mache, ich mache nichts anderes, nein. Und ich werde mir einen Arsch abreißen und aufreißen dafür, dass ich das noch sehr lange so machen kann und deswegen arbeite ich jetzt hart, damit ich irgendwann mir den Urlaub mal nehmen kann, wann ich ihn gerne hätte und brauche. Um das mal zu vergleichen, es ist ja bei mir nicht anders, nur, dass es nicht im Streaming-Bereich ist, ja, sondern, für mich ist das dann ja eher so, 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 so nebenher, aber, ähm, im, im richtigen Leben ist es ja genauso. Also, ähm, als Selbstständiger bist du halt selbstverständlich, ne, und das ist eben so, das, das kommt ja nicht von ungefähr und da, da machst du halt vier Stunden und ich kann mich an Zeiten erinnern, heute ist es nicht mehr ganz so schlimm, aber ich habe auch Tage, wo ich 16 Stunden im Studio stehe, ja, und, ähm, gut, es gibt, und es ist stressig, ja, glaubt mir, es ist stressig, 16 Stunden lang am Tag im Studio zu stehen und mit irgendwie hopsen andauern irgendwelche jungen Frösche um dich rum. Oh Gott, grauenvoll, junge Körper von Frauen. Grauenvoll, models können echt grausam sein. Also das ist schon anstrengend, anstrengende Arbeit, weil du musst abliefern, ja, also fotografieren für, als Auftrag, äh, ist eben nicht, ich fotografiere mal eben ein Schiff oder ein Baum, ja, sondern, äh, der Auftraggeber, da sitzt irgend so ein Art Director oder, oder was auch immer und der hat da eine ganz klare Vorstellung, der sitzt da mit dem Nacken und muss genau das abliefern, das hat nichts mehr mit, mit fotografieren macht Spaß zu tun, sondern man ist ein Dienstleister und liefert genau das ab, was die haben wollen. Das soll irgendwann mal zu irgendeiner Kampagne in irgendeinem Katalog oder in irgendeinem Magazin abgedruckt werden und dann, dann haben die eine klare Vorstellung und, ähm, und da sitzt man genauso. Also, das macht gar keinen Unterschied zu dem, was Nils macht im Grunde genommen. Äh, es sind nur zwei völlig verschiedene Bereiche und, äh, letztendlich ist es aber das Gleiche, was, was ich aus den Fragen heraus immer, also, es wird immer so unterstellt, Streamer sind irgendwie so, so arme Wichte oder so, Kellerkinder oder, oder irgendwie ist das nichts Seriöses oder deswegen sagte ich vorhin mit dem Pornos, irgendwie ist das nichts Seriöses oder so. Ähm, das kommt immer so an, wenn man solche Fragen hört und, äh, das ist es nicht. Das ist ein ganz normaler Job, ganz normaler Beruf und, äh, ja, ne, und, und dafür arbeitet man halt rund um die Uhr und deswegen ist Nils so blass. Das liegt ja in der Kamera. Ach ja. Also, ich fühl, also ich finde mich gar nicht so blass. Also, ich bin blass, ja, aber so blass, ist gut durchblutet, ne? Gut durchblutet. Also, ich, ich mache mir darüber ja auch manchmal Gedanken. Ich meine, wir, wir reden mal Tacheles, ihr seid ja so Menschen, die zwischendurch mal rauskommen, ich ja nicht. Und, äh, ich glaube, ich habe den, den Sinn für Realität noch nicht wirklich verloren. Also, würde ich das irgendwann verlieren, äh, glaube ich, würde ich mir Gedanken machen. Aber dadurch, dass bei mir der, der Sicherungskasten immer noch funktionieren und ich mir, ich, ich mir wirklich sage, äh, ich will gar nichts anderes machen. Ich, ich will gar nicht in die Kneipe gehen einsaufen oder ich will gar nicht ins Kino gehen und mir da was angucken, weil ich habe hier Riesenkino in meinem Zimmer stehen. Äh, ich meine, ich gehe, ich gehe raus oder, äh, gehe einkaufen und hole mir, äh, also ganz ehrlich, wenn ich irgendwo mal hinfahre, zu dir komme, Gara, gehen wir auf den Wochenmarkt und dann gehen wir schön Essen einkaufen. Sowas ist viel cooler. Oder auf dem Fischmarkt, ich esse keinen Fisch, aber dann können wir wenigstens so tun, als wenn wir Möwen sind oder so. Wir können ja angeln gehen. Oder wir gehen angeln oder sowas. Sowas finde ich halt persönlich immer viel besser. Und ich mag halt dieses, äh, wir gehen jetzt mal einen Kaffee trinken. Ja, dann komm zu mir, ich mache Kaffeemaschine an und dann lass mich in Ruhe. Weil dafür muss ich nicht rausgehen. Ähm, aber es sind halt so, ja, verstehst du, wie ich meine? Ich bin in meinem Job drin. Ich lieb meinen Job und ich arbeite mir einen Arsch dafür ab. Und ich will auch gar nichts anderes machen. Ich will meinen Arsch abarbeiten dafür. Ja, das ist absolut. Das ist halt, das muss man mit Leib und Seele machen. Und da muss man Bock drauf haben. Und wenn du keinen Bock drauf hast, dann bist du da auch falsch. Und ich meine, das beste Beispiel, was ich immer bringen kann, ist halt Co. Carnage. Den kann man halt sehen. Seine Frau arbeitet ihm zu. Okay? Weil er keine Zeit hat. Seine Frau macht ihm das Essen, alles mögliche. Die bringt ihm alles rein, weil er nichts anderes tut, außer das. Und reisen. Und du musst da drin sein. Du musst das halt, guck dir Gronkh an. Gronkh macht nichts anderes, glaube ich. Der macht das heute noch. Nur, der produziert Content. Ich weiß gar nicht, warum der noch streamt. Wenn sich mal jeder so ehrlich fragt, warum. Weil er Bock drauf hat. Der will das machen. Der steckt in seinem Job drin. Der liebt seinen Job und der will das einfach tun. Und deswegen... Ich glaube, der braucht die Kohle. Ja, der braucht unbedingt die Kohle. Wir sind alle süchtig nach Geld. Da machen wir uns mal nichts vor. Und ich weiß ja nicht, wie der so lebt oder so. Keine Ahnung. Der macht da wahrscheinlich noch irgendwie ein, zwei Jahre und dann... Keine Ahnung. Macht er da wahrscheinlich... Ich meine gut, ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich noch nur für die Kohle macht. Ich traue so den Zahlen auch immer nicht, die da... Dann könnte er jetzt schon Schluss machen wahrscheinlich. Ja, die einzigen Zahlen, die du tragen kannst, ist der Bilanz der GmbH. Die kannst du öffentlich einsehen und das ist schon anständig. Also die letzte ist von 2013. Ich habe mir mal die Mühe gemacht, da zu recherchieren, weil mich das einfach interessierte und jo. Aber er hat ja auch Kosten. Also es ist ja nicht so, dass er irgendwie in Dresden in so einem... Was soll ich jetzt sagen? Ich sage es wieder nicht. Schatzfeier. Betreutes Wohnen. Ja, Betreutes Wohnen, das war es. Betreutes Wohnen, Dresden hat, sondern das ist schon... Er hat ja auch Angestellte. Also das darf man immer nicht vergessen. Das kostet auch alles Geld. Da steckt dann auch schon ein bisschen mehr dahinter. Ich finde das auch okay, wenn jemand sowas oder wenn Leute das so machen. Also ich weiß nicht, ob da immer so ein bisschen Neid oder so dahinter steckt oder sowas, aber ich finde das voll okay, wenn die Leute halt mit dem, was sie Spaß haben und er hat dann... Oder es gibt ja noch mehr Leute, die das machen. Da steckt halt eine große Leidenschaft dahinter und in gewisser Weise hängen die sich halt auch voll rein und tun da echt was für, hasseln jeden Tag alle. Ich meine ganz ehrlich, was der Typ da am Zocken ist, es gibt ja kein Spiel, was der nicht zockt halt so. Ja. Und zockt den ja echt... Ich finde den total beeindruckend. Ja, absolut. Ich finde das auch immer lächerlich, wenn Leute in Chats und so über Gronkh herziehen. Leute, wenn ihr das schafft, was er geschafft hat, dann könnt ihr über ihn herziehen, aber nicht vorher. Das ist der Typ, der ist einfach grandios, was der erreicht hat und der hat im Grunde genommen den Weg bereitet für alles, was wir hier machen. Das darf man nicht vergessen. Also das ist schon ein ganz entscheidender Punkt und er ist ein sehr erfolgreicher Unternehmer. Ich möchte auch sagen, Twitch, also der deutsche Markt ist auf Twitch der, oder die deutsche Sprache, der deutschsprachige Raum ist auf Twitch der zweitgrößte Bereich von den Viewerzahlen und ich glaube, dass Gronkh daran tatsächlich den mitgrößten Anteil hat, weil der einfach angefangen hat zu einer Zeit und das so groß gemacht hat auf YouTube, dass Leute tatsächlich sich im Internet Leute angucken, die Videospiele spielen, dass wir heute überhaupt immer noch hier sitzen können und das ernsthaft als Beruf, oder ich jetzt nicht, aber ihr halt mehr oder weniger als Teilzeitberuf ansehen könnt. Ich glaube, der hat da nicht den großen, also nicht jetzt alles, aber einen sehr, sehr großen Teil daran mit drauf gearbeitet. Und er ist ein Pionier, ganz einfach. Ist er auch. In diesem Bereich. Er ist der Erste und wird immer der Erste sein. Ja. Und das wird er für immer. Er ist quasi der, 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 sag ich mal, Wegschaffende oder der Wegbauende für die Frage, sag mal, bist du auch bei YouTube? Also, das wird immer so sein. Und das finde ich auch gut so. Und Rumkugall, wenn ich dich fragen darf, als Gegenfrage, also, wir fahren in Urlaub, weißt du, Basti fährt auf den Let's Play Day, Garak fliegt zum, wie heißt die Messe, wo ihr hingeht, Garak? Wir gehen zur internationalen Luftfahrtausstellung, die heißt jetzt zwar irgendwie Berlin Airshow, aber da machen wir großes Community-Treffen der Simulanten, also da ist die Simulantenshow angesagt. Sleppy geht zur, Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, mal weiter. Nee, ich war durch. Achso, Sleppy geht zur Gamescom, ich fahr zu Dreamhack, zu Basel dieses Jahr und zur Gamescom. Das ist dann ja aber kein Urlaub, ne? Ich hab schon ein Hotel gebucht. Für mich ist das Urlaub. Also ich, ich verstehe dieses Rumkugall, ich verstehe dich nicht. Also ich bin 30, ich hab mein Leben lang, also es ist halt so, dass wir unseren Kindern irgendwie nichts zu erzählen haben später. Ich glaube, wir haben unseren Kindern eine ganze Menge zu erzählen. Mehr als einige andere hier im Chat so erleben in ihrem Leben. Wir haben ja unseren Chat auch den ganzen Tag irgendwas zu erzählen, ne? Wollte ich gerade sagen, also ich denke schon, dass man, das wäre nicht so unterhaltsam. Also ich finde, ich finde das sehr, sehr beschränkt zu sagen, man hat nichts erlebt, weil man sich da hinsetzt und den ganzen Tag zockt. Also ich sage mal, der Spruch, der Spruch, man kann nichts vorweisen, das ist eine völlig beschränkte Sichtweise, also das ist völliger Bullshit. Da kommen wir wieder auf die Selbstständigkeit hinaus. Also egal, was du selbstständig machst und wenn du Zeitung bindest, warst du selbstständig und solange du dich damit über Wasser halten kannst, hast du da was vorgebracht. Spielt aber keine Rolle, aber es geht einfach darum, dass man das gar nicht unterschätzen sollte. Dieses ganze Leute treffen und irgendwo hinfahren ist, wenn du deinen Kindern später die Story erzählst, wahrscheinlich impulsanter, B-Promi-hafter, als zu sagen, also ich war angeln damals. Das saying, also verstehe ich, wie ich meine, denkt nicht immer so engstürnig, macht mal, macht mal die Scheuklappen auf und denkt mal, denkt mal größer. Also, das ist ja genauso, wie mit den C- oder D-Promis umgegangen wird, was meint ihr, was sie für eine Kohle machen. Die werden in der Bevölkerung auch immer wahrgenommen, als, aber genau die gleiche Bevölkerung ist die Bevölkerung, die die Kohle in den Rachenschmalz, weil sie den Scheiß sich angucken oder sich die Magazine kaufen, wo das drinsteht. Also, alles Heuchlerei. Also, ich denke nicht, dass man seinen Kindern nichts vorzuweisen hat. Absolut nicht. Wir haben nur keine Zeit, Kinder zu zeugen, weil wir die ganze Zeit am Zocken sind. Das stimmt. Falsch, ich bin schon Opa. Ey. Das stimmt so nicht. Seit vier Monaten. Der kann auch nicht zocken, aber der kriegt bald eine Playstation. Du, ich verstehe das nicht falsch, Verzeihung. Ich habe meinen Frieden, ehrlich gesagt, damit abgeschlossen. Ich brauche nicht Kinder unbedingt, muss ich sagen. Also, ich habe mir das überlegt jetzt in den letzten zehn Jahren und wenn es kommt, dann kommt, aber ich brauche es nicht. Ich weiß jetzt nicht, wo das Problem ist, warum jeder Mensch sich fortpflanzen muss. Wir sind doch sowieso viel zu viele Menschen auf dem Planeten. Muss ich jetzt meine Gene auch verteilen? Muss jetzt nicht sein. Ich bin Onkel, ich habe einen kleinen Neffen, das reicht mir. Ja, bist du nochmal? Also, 30. 30. Nein, Alter, die Uhr tickt, ne? Ich werde es nicht erzwingen. Also, wirklich nicht. Ich glaube nicht, dass ich am Ende da liege am Sterbebett und sage, ich hatte nun deswegen ein unerfülltes Leben, weil ich kein Kind habe. Ich habe ein erfülltes Leben gehabt. So oder so. Hoffentlich. Ich finde das auch, also, ich finde das auch nicht unerfüllend, also, wenn man den ganzen Tag halt irgendwie, also, wenn man halt Spaß hat am Zocken und jemand, der halt Spaß am Zocken hat, was? Du sucht die. Nein, pass auf. Es sagen ja immer viele so, ey, du sitzt da jetzt irgendwie acht Stunden und zockst halt so, ja, dann hast du halt nichts erlebt. Doch, man, ich habe halt die ganze Zeit voll Spaß gehabt, so, weißt du? Ich habe halt wirklich die ganze Zeit mich mit was beschäftigt, was mir Spaß macht. Ich habe halt, bin halt in irgendeine coole Welt eingetaucht, habe mich dabei noch mit coolen Leuten unterhalten, habe mich über, was weiß ich, tausend Sachen halt irgendwie kaputt gelacht und hatte halt einen guten Tag. Ich meine, wenn das mal, wenn das jeder von seinem Tag behaupten kann, das ist doch alles paletti, also, und wir hatten noch alles Spaß. Das ist doch was, was erstrebenswert ist halt in seinem Leben. Also, ich kann, ich kann mir nichts Schöneres vorstellen als das. Wie viele Leute sitzen denn da irgendwie den ganzen Tag irgendwo, also, ich will das jetzt nicht, nicht, dass das jetzt doof rüberkommt, aber, wenn ich mir vorstelle, den ganzen Tag beim Aldi an der Kasse zu sitzen und biep, 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 irgendwelche Sachen übers Regal ziehen würde, also, ich will das nicht abwerten oder sowas, aber da hätte ich halt nicht so einen Spaß dran und würde nicht sagen, wow, heute war der geilste Tag halt, so, echt ein guter Tag, den ich mit spaßigen Sachen verbracht habe, halt so, weißt du? Und dann ist das doch eigentlich was Tolles, wo man dann irgendwann vielleicht am Sterbebett sagen kann, oh, hab ich meine Zeit auch mit was Schönen verbracht, hab ich auch ein gutes Leben gehabt, hab die ganze Zeit Spaß gehabt, also, was will man denn mehr, verdammt nochmal? Also, die Fenster bringen Sauerstoff rein, ja, nur mal so von außen, also, ich atme auch Sauerstoff, nicht den frischesten, aber er ist gut gefiltert durch die Fliegengitter, aber ich bin jeden Tag glücklich, also, Ja, eben, darum geht's doch im Leben nochmal, oder? Eben, also, das ist das, was ich ja immer predige, also, ich in meinem Alter darf das auch sagen, ihr lebt nur einmal, so, und lebt nicht das Leben der anderen, ne, lebt nicht, also, viel zu viele Deutsche, also, Deutsche, das ist ja so ein deutsches Problem, auch, ist ja meine These, die meisten leben, leben anderer, lebt euer eigenes Leben, und macht das, wozu ihr Bock habt, ihr habt nur dieses eine, und das ist irgendwann zu Ende, leider, und ihr werdet es bereuen, mit 70 nicht alles gemacht zu haben, wenn ihr nämlich kurz davor steht, in die Kiste zu springen, und lebt nicht das Leben von anderen, und macht den Kopf auf, ja, und seid kreativ, und dann wird das was. Ja. Man muss das machen, wozu man wirklich Bock hat, dann ist man auch erfolgreich, und man muss nicht das machen, man muss kein Abitur machen, das ist völlig egal, man muss kein, man muss kein, weiß ich nicht, also, das Schlimmste, was man tun kann, ist BWL zu studieren, glaube ich. Ich finde, Bildung schadet eigentlich nie, also, aber, genau, selbst BWL-Studium schadet nicht, aber, aber, gut, die muss es auch geben, aber, wie gesagt, das ist, macht das, ihr müsst echt Bock dazu haben, und dann funktioniert das auch, ich bin mein ganzes Leben lang selbstständig, das hat nur funktioniert, weil ich zu dem, was ich zu dem Zeitpunkt gemacht habe, immer tierischen Bock hatte, und immer Tag und Nacht nichts anderes, ich habe an nichts anderes gedacht, gar nichts, es gab gar keine Quergedanken, gar nichts, sondern ich habe genau das gemacht, was ich machen wollte, und das sollte ein Selbstständiger auch, anders geht es gar nicht, und deswegen ist es auch richtig, was Nils macht, also, einfach das Ding durchziehen, weil man da Spaß dran hat, und sobald das vorbei ist mit dem Spaß, muss man was anderes machen. Ja, absolut, kann ich so unterschreiben, gute Worte, ich muss das auch ab und zu mal, so alle paar Jahre mal haben, irgendwas anderes zu machen, oder so ein neues Projekt, oder irgendwie so anzufangen, oder so, das ist halt, dadurch steht man nicht still, und nicht auf der Stelle, und hat so das Gefühl, dass man irgendwas tut, ob es jetzt bedeutend ist, oder nicht. Ich habe nur das Gefühl, dass heute die Jugendlichen, angehalten werden, ich bekomme das überall immer mit, du musst jetzt aber sehen, dass du dein Abi machst, und alles andere ist sowieso nichts wert, und wenn du dann dein Abi hast, dann musst du jetzt erstmal schnell sehen, dass du schnell mal ein Studium machst, und so, ein Bachelor, der ist in meinen Augen nichts wert, und, also wer kein Master macht, ist in meinen Augen unstudiert, und, ja, und dann ist das eben so, und da wird man hingezwängt, und die Kiddies lassen das mit sich machen, das ist, finde ich, das das Schlimmste daran, was haben wir denn gemacht damals, wir sind aus der Schule raus, und erstmal ein Jahr nach Australien, mal gucken, wie die Welt so aussieht, Echt? Ja, klar, easy going, erstmal, dann ein bisschen Bundeswehr, damit man auch ein bisschen Charakterstärke kriegt, und, all so ein Kram hat überhaupt nicht geschadet, war wunderbar, dann nochmal nach Kanada, und mal gucken, wie die Welt da so aussieht, oh, die sind ja ganz anders als die Typen da in Australien, reden zwar die gleiche Sprache, aber auch nicht wirklich, also die sind wirklich unterschiedlich, und, und dann machst du da so ein Work and Travel, oder sonst irgendwie was, und so nach drei Jahren so, naja, nun könnte ich mal studieren, so, und dann hast du so viel Lebenserfahrung, das hilft dir so beim Studium, das hilft dir bei allem, egal was du machst, und, und was machen die Kids heute, boah, Rapporti, 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 mit 24 muss ich spätestens mein Bachelor haben, sonst bin ich hier nicht gerade vor, völliger Bullshit. Ja, das klappt sowieso halt nicht, weil das Leben, man irgendwie doch auch andauernd in irgendwelche anderen Stellen bringt, und Abzweigungen und so, also zumindest mal das, das ist in dem Alter aber nicht, also die denken, das ist dann so straight forward, und dann suche ich mir einen Job, und dann alles toll, heute ist das Leben, also vor 40 Jahren war das ja mal so, es ist ja nicht so, dass es mal nicht so war, aber, heute machst du keine, drei bis fünf Jahre den selben Job, also, natürlich gibt es welche, die langweilen, aber, es gibt natürlich auch welche, die aufgeben, die Streamer, die Streamer zum Beispiel, der Streamer, oder du nimmst zum Beispiel, nehmen wir mal einen klassischen Mechatroniker, ja, der hat Bock auf Autoschrauben, und das ist toll, wenn er das wirklich hat, ja, und nicht nur gemacht hat, weil er es sich gerade ergab, sondern dann schraubt er sein Leben lang an Autos, und ist total geil drauf, und hat da Bock drauf, völlig super, ja, überhaupt gar kein Problem, das soll er machen, aber wie viele sind, also, auch wenn, im Chat jetzt mal, wie viele sind, sind ernsthaft glücklich in ihrem Job, das möchte ich nicht wissen, wie viele das sind, also, eigentlich doch, ich möchte es schon wissen, aber, ja, ich auch, ja, ist nicht mein Job, viele sind wirklich glücklich in ihrem Job, und würden sagen, boah, ich würde in meinem nächsten Leben genau das gleiche wieder machen, ich wette, das sind gar nicht so viele, aber das weiß man ja vorher halt auch nicht, ich meine, ich habe mittlerweile drei Berufe gelernt, halt so, und ich habe halt mit 16 nach der Schule halt irgendwie meine erste Ausbildung gemacht, als Tischler, und dann habe ich irgendwann mal was Pädagogisches gemacht, und da kann ich mich dran erinnern, da hat mich ein, also, ich habe halt nie wirklich als Tischler gearbeitet, danach den Zivils gemacht, auf ganz andere Faxen gekommen und so, und dann, pass auf, und dann hat mich irgendwann mal so ein Personaler irgendwie, also, beim Einstellungsgespräch gefragt, warum ich denn den Tischler gelernt hätte, wo ich doch nie als der gearbeitet habe, und da habe ich dann geantwortet, ja, mit 16 kannte man sich selber halt auch noch nicht so, da wusste ich das ja alles noch nicht, was ich jetzt weiß halt, da hat man einfach immer erst mal irgendwas gemacht, und weiß ich doch nicht, dass das mal irgendwann nicht wieder ein Job wird, mit dem ich halt alt werden werde, das weiß man ja immer erst, wenn man es ausprobiert hat, dass dann das dann vielleicht doch nicht mehr so viel Spaß macht, oder andere Sachen einem mehr liegen, halt so, kann man ja alles mal ausprobieren halt auch. Und Rubik, das ist keine Schlechtwildsicht, das ist die Realität, ja, macht das, wozu ihr Bock habt, und dann seid ihr gut in eurem Job, und dann seid ihr erfolgreich, und dann macht es euch Spaß, und dann habt ihr euer Leben nicht verdattelt, ja, und das ist die Aussage, und das sollte jeder für sich machen, und natürlich, also, was ich nicht gelten lasse, ist, dass zum Beispiel, ganz oft hörst du dann so, ja, aber ich kann doch nicht einfach den Job aufgeben, und was anderes machen, wovon soll ich denn leben? Ja, falsch gedacht, natürlich, das ist Hardcore, das ist nicht einfach, aber wenn man etwas hat, wo man wirklich dran glaubt, und wo man wirklich weiß, darin bin ich gut, weil ich will das, ja, dann geht das. Natürlich gibt es jede Menge Leute, die diese Vision gar nicht haben, sondern die sagen, naja, eigentlich ist mir das egal, ich habe hier einen sicheren Job, ich bin Beamter beim Amt, und mache hier Bauamt, oder keine Ahnung was, Einwohnermelderamt, oder so, das macht mir Spaß, aber auch nicht so richtig, aber eigentlich ist es okay, ich habe später meine Pension, das ist völlig legitim, völlig in Ordnung, ja, dann macht aber wenigstens in eurer Freizeit das, wozu ihr Bock habt, und lebt es aus, das ist eine wichtige Geschichte, und das hat auch nichts mit studieren oder nicht zu tun, also, die Welt braucht wesentlich mehr Handwerker, als ihr glaubt, und wir kriegen ja irgendwann wirklich ein Problem, weil wir keine Handwerker mehr haben, weil alle der Meinung sind, sie müssen jetzt plötzlich studieren, also, ich brauche regelmäßig welche, also von daher ist schon mal, die Nummer klar, es gibt keine mehr, ist dir das mal aufgefallen? Grauenfall, ich muss immer meinen Kumpel holen, dass der das für mich macht, und der ist nicht mal Handwerker. Ich kenne doch reiche Handwerker, und die arbeiten irgendwie alle nicht mehr. Ist doch Fachkräftemangel, oder nicht? Ja, total. Ja, weil die alle studieren und machen BWL und so, ich meine, da kommt ja nichts daraus, also, die können ja Steuerberater werden, oder irgendwie Wirtschaftsboss, oder keine Ahnung, ja, nur, nur im Grunde genommen, die produzieren ja nichts mehr, und dann gibt es ja noch die Internetgeneration, die, die jetzt nur noch so, so ein Kram wie wir macht, ja, wir produzieren ja eigentlich auch nichts, wovor man essen kann, ja, also, wir werden immer mehr Dienstleistungsgesellschaft, ja, das ist ja generell so, und irgendwann fällen uns salvere Füße, jo, das ist dann schlecht geredet, das ist schon recht, aber das ist nicht die positive Sicht, aber so wird es passieren. Ich besorge gerade Fische, nebenbei. Silberfische. Aber ja, da gebe ich dir recht, also, wenn ich jetzt meine drei Jahre Resümee passieren lasse, ich wollte ja nie, wollte das nie, das war nicht mein Plan, aber, ich würde, glaube ich, in keinem Beruf der Welt, würde ich so viel machen, niemals. Ich würde, wenn ich mir, also, wenn ich die letzte Woche einfach mal von meinem geistigen Auge Revue passieren lasse, ich habe von Sonntag bis Samstag 90 Stunden gestreamt, 90 in einer Woche. Wahnsinn, ja. Es würde, würdest du in einem normalen Beruf, würdest du das nicht machen als Elektriker, nur wenn du da bockst. oder hast du das so bei dir jetzt einfach? Ich weiß das, wie viel ich gestreamt habe. Ich habe jeden Tag 15 Stunden gestreamt. Ja, krass. Ja, aber pass auf, ey, und dann sagen die Leute mal, du bist ja nur Teilzeitstreamer, ey, ich habe halt letzte Woche gestreamt, drei Stunden ins Auto gesetzt, zur Arbeit gefahren, gearbeitet, haben es noch ein bisschen gezockt, heimlich Hearthstone, ey, dann so am nächsten Tag halt wieder, und also das ist halt das, was die Leute immer so sehen, so, ja, du machst das ja nur in Teilzeit. Ja gut, aber dann bist du halt trotzdem, der Tag ist halt trotzdem lang, weil du dann trotzdem irgendwie 16 Stunden am Acker bist, halt so, ne, und wenn frei ist, wird halt dann echt mal zwölf Stunden gezockt, also ich kann mir, also fauler lasse ich mir da auch nicht vorwerfen von Leuten, ey, ne, das ist halt echt so, ich glaube, die Leute haben einfach ein ganz falsches Bild auch davon. Du musst halt, du musst halt Bock drauf haben, wenn du da Bock drauf hast, dann geht das ab, da kannst du, das ist wie, wie fliegen ist das. Also, wenn man nicht, wenn man nicht abhebt, aber du fliegst halt, das, also, ich glaube, ich kann mich nicht dran erinnern, ohne Witz, ich kann mich nicht dran erinnern, wann ich das letzte Mal ins Bett gegangen bin und wirklich super schlechte Laune hatte. Ich kann mich nicht dran erinnern, das ist schon so lange her. Also, egal wie stressig das ist, egal wie kacke der Tag war, aber ich gehe schlafen, mit einem ruhigen Herz, und ich, wenn ich jetzt, sag ich mal, wenn die Lichter ausgehen würden und jemand die Sicherung raus macht, die Hauptsicherung, dann würde ich sagen, jo, ich hab das gemacht, was ich wollte. Also, das ist, ich denke mal, das ist bei dir ja auch schon so, Garak, weil du bist ja auch schon jahrelang selbstständig, da zieht man aus dem Hut ein Kaninchen und dahinter noch ein ganzes Rudel hinterher, weil man so viel Energie und Power hat und das einfach machen will, weil einem das Spaß macht halt. Das ist auch ganz gut und vor allen Dingen, man ist ja auch irgendwann total fit und das macht auch einfach Spaß und so. Ich kann mich noch dann, ich habe vor zwei Wochen oder so, habe ich abends eine Veranstaltung gehabt, da auf so einem Landgasthof, große Veranstaltung, da war ich, musste ich was erzählen und da saßen irgendwie so 100 Leute und da ist mir bewusst geworden, so, sind ja nur 100, da habe ich schon überlegt, sind ja nur 100, wo sind denn die ganzen Viewer und das war schon voll verrückt, so irgendwie 100 Leute und das Coole dabei ist aber, dass man ja völlig abgebrüht ist irgendwann, also, weil ich habe mich nicht mal vorbereitet, ich habe mich da einfach hingestellt und habe die anderthalb Stunden vollgesülzt und ja, die waren nachher begeistert und haben eben auch genügend Verträge unterschrieben, ja. Aber wie gesagt, das ist schon, 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 irgendwann geht das so in Fleisch und Blut über, weil man da Spaß dran hat, ja. Also, mir haben viele Kunden schon gesagt, Alter, es ist, gut, Alter haben sie nicht gesagt, aber das ist ansteckend. Ja, es ist echt ansteckend. Mir haben viele Kunden gesagt, also, ich muss das jetzt einfach, das ist unglaublich, sie sind so authentisch, ja, also, sie müssen da so ein irres Spaß dran haben, das kann gar nicht schlecht sein, ja, ist es auch nicht und, wenn das rüber springt, dann hast du das als Selbstständiger richtig gemacht, ja, also, du musst authentisch bleiben und, und da ist es auch egal, was sie immer sagen, also, du musst für dich authentisch bleiben und ich bin, ich habe mit Sicherheit Angriffsfläche, weil ich eine ziemlich strikte, klare Meinung habe von der Welt und wie das so aussieht und da habe ich vor allen Dingen gegenüber Jüngeren eine gute Angriffsfläche, weil die die Welt ganz anders sehen, völlig normal, völlige Generationsprobleme, ich fand meine Eltern auch scheiße, also, die Meinung, die sie hatten, nicht generell, sondern eben einfach die Meinung, die sie ab und zu vertreten haben und, was die mir erzählt haben, das waren Geschichten aus den 40er Jahren und, das ist völlig normal, das ist auch in Ordnung, das muss auch so sein, die Erde muss sich weiter drehen und man kann nicht immer, früher war alles besser, Scheiß, braucht man nicht, aber, es gibt trotzdem Erfahrungen, die man hat, über, über viele, viele Jahrzehnte und diese Erfahrung kann man nicht einfach, weil sie ist alt, wegwerfen, ja, das ist völliger Blödsinn und insofern ist das also schon ein wichtiger Punkt. Wollen wir eigentlich mal weitermachen in den Fragen, weil da sind nämlich noch, ich will sagen, wir sollen mal ein paar Fragen beantworten, ja, nicht immer über jede gleich drei Stunden reden, wir haben hier noch im Angebot, ich habe keine Ahnung, was haltet ihr von der Rettungsgasse und warum glaubt ihr, hält sich kaum einer daran, ich habe keine Ahnung, worauf das bezogen ist. Du fährst ja kein Auto. Entschuldigung, ich habe draußen, fahre 1000 PS auf der Straße und dann setze ich mich rein und der fährt mich. Ich wohne ja in Norddeutschland und da ist ja kein Verkehr, also, jedenfalls im richtigen Norddeutschland, ganz oben im Norden. Ist das ein echtes oder falsches? Ja, es gibt noch ein anderes mit mehr Verkehr und also in Hamburg ist viel Verkehr, aber bei mir hier oben im Norden ist das eher nicht so und wir haben, wir haben, ich hatte einen Unfall, es war ein Unfall, also da bin ich nicht beteiligt gewesen, sondern ich bin in diesen Stau rein, gefahren und ich war beeindruckt, weil ich habe immer gelesen in der Zeitung, dass diese Gassen nicht eingehalten werden und ich war total beeindruckt, weil da war eine Riesengasse in der Mitte, da passten sogar ganze große Feuerwehrwagen durch, da sind nämlich sechs Stück an mir vorbeigerauscht, hat funktioniert, das war aber das einzige Mal, wo ich sowas gesehen habe. also ich kann nicht klagen, auf unserer kleinen Autobahn und das ist eine normale Bundesautobahn, allerdings nur eine Querstrecke zur A7, da habe ich das ein einziges Mal erlebt, da passieren aber auch so gut wie nie Umfälle, deswegen weiß ich nicht, wie das im restlichen Bundesgebiet ist, also da wurde die Rettungskasse aufgehalten und das hat hervorragend funktioniert. Also ich bin ausgebildeter Rettungssanitäter tatsächlich, ich könnte da viel zu sagen, aber... Du hast ja doch was gelernt. Ich bin auch ausgebildeter Steuerfachangestellter, entschuldige mal bitte. Oh, BWL. Nee, Ausbildung, nicht Studium. Nee, könnte ich viel zu sagen, aber warum? Warum reden wir überhaupt darüber? Das war eine verdammte Trollfrage. Nö. Ich würde es auch kurz machen, ich bin pro Rettungsgasse und ich glaube Nils auch, ist eine gute Sache, sowas. Also ich habe mir das gerade durchgelesen und ich bin definitiv dafür, wer auch immer sich dazu dagegen entschließt, der kriegt von mir ein paar Helmen, also das weiß ich sogar als Nicht-Führerschein-Inhabender, dass das Pflicht ist, wenn ich bitten darf. War ich gerade todernst. Ich habe mir das halt... Das sagt doch irgendwie der gesunde Menschverstand, ne? Das, was schon Sinn macht, sowas sonst. Ja, das wollte ich gerade sagen. Nächste Frage? Jo. Okay, wir haben hier noch, wie steht es... Oh, die Frage ist schön. Wie steht ihr zum Konsumieren von Alkohol und Tabakwaren während eines Streams bezüglich Formelsfunktion? Also ich persönlich muss sagen, ich gucke mir gerne Streams an, wo ein wenig Bier getrunken wird und geraucht wird, habe ich auch nichts gegen. Ich gucke Richard Hammer zum Beispiel, der raucht Schachteln im Stream. Ich gucke Retro Gaijin, der trinkt immer Bier beim Stream. Kein Problem. Solange die sich nicht besaufen oder unter irgendwelchen Drogeneinfluss da irgendwie total abspacken oder so oder sich auf ihr Pokémon-Kostüm draufkotzen, finde ich das nicht so schlimm, muss ich sagen. Aber, ne? Geben halt das Seine. Also, ich bin halt ein erwachsener Mensch. Ich gucke Streams, die von erwachsenen Menschen für erwachsene Menschen gemacht sind. Jemand, der erkennt, dass seine Zielgruppe eher bei den Jüngeren liegt, zum Beispiel bei mir, weil ich viel Minecraft streame, der muss dann sich das überlegen, ob er das dann auch macht. Und deswegen trinke ich zum Beispiel kein Bier oder rauche, dampfe oder sonst irgendwas auch nicht im Stream. Weil es einfach da nicht reingehört, weil ich da viel zu viele Leute habe, die viel zu jung sind. Ich habe da auch eine Meinung zu. Eine kurze. Mir ist es egal. Denn ich glaube nicht, dass ich dafür verantwortlich bin, wer Bier oder nicht trinkt. Ich bin keine Vorbildfunktion. Ich muss es nicht sein. Mir ist es vollkommen Latte. Ich glaube auch nicht, dass irgendwelche Menschen anfangen zu rauchen, wenn ich rauchen würde. Ich glaube auch nicht, dass irgendwelche manchen haben. Ne, das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Kein Stück überbewertet ich nicht. Ne, ne, ich meine, ich wollte nur, Entschuldigung, ja, kommt so leicht. Und ich glaube auch nicht, dass das mit Alkohol das gleiche ist. Wobei ich bei Alkohol halte ich übrigens für die schlimmere Sucht, wenn man über Suchten redet. Aber die ist ja gesellschaftsfähig, was ein fataler Fehler ist. Nach meiner Meinung sollte man die genauso echten wie Zigaretten. Aber grundsätzlich ist es mir im Stream eigentlich egal. Solange, wie Slevi schon sagte, keiner da anfängt besoffen zu streamen, die melde ich generell. Also ich habe schon etliche gemeldet, die besoffen gestreamt haben. Also wirklich besoffen. Also nicht so ganz nett, einen Tee so ein bisschen, sondern ganz besoffen. Und, weil das geht nicht. Das hat nichts live zu suchen. Ansonsten ist mir das wirklich egal. Also aufgrund der Tatsache, dass ich eh kein Alkohol trinke, ist es für mich irrelevant. Ich esse zum Beispiel nicht vor der Cam, weil ich sowas unhöflich finde. Und bei dem Rauchen, was mir halt schon aufgefallen ist, warum ich das immer noch gut finde, dass ich es mache, du bist halt als Raucher, fühlst du dich immer angesteckt davon. Also wenn ich jetzt beispielsweise, beispielsweise, wer raucht denn vor der Cam, den ich gucke? Oder viel. Also wenn da Leute sind, die viel rauchen, dann sitzt du halt auch nebenbei. Die ganze Zeit immer, der macht ja auch. Und für mich ist das einfach, ich will das gar nicht thematisieren bei mir irgendwie. Weil dieses ganze Dampfen zum Beispiel, dieses Dampfen ist so überthematisiert heutzutage. Ja sag mal, was hast du da? Und das ist schlimmer als Computer mittlerweile. Und ich persönlich nehme das wahr, weil ich vormittags um zwölf streame, da gucken viele Junge auch immer mal zu. Ich nehme mich da nicht zu wichtig, aber ich denke mir dann schon, hey, muss nicht unbedingt. Okay, zu deinen Zeiten, ja, das kann gut sein. Aber ich finde das Dampfen sowieso irgendwie völlig überflüssig. Entweder rauchst du richtig oder gar nicht. Ja, jeder wie er mag, spielt auch keine Rolle. Das kannst du so sehen. Und das ist auch völlig okay. Aber ich muss das nicht haben. Und bei mir ist es schon Angewohnheit. Ich toleriere das bei anderen Menschen auch schon. Das hatten wir vorhin übrigens mit Basti auch, ja. Ich habe halt auch Probleme damit, wenn Leute auf dem Stream irgendwie betrunken sind. Also ich meine, es ist mir wurscht, ob jetzt einer ein Bier trinkt oder nicht. Soll er machen. Die Toleranz, ich muss ganz ehrlich sagen, über drei Jahre habe ich sehr viel Toleranz gewonnen. Ja, das ist merkbar. Ja. Ich mochte das früher gar nicht. Aber die Person zum Beispiel Igay oder jetzt mit Basti oder so, ich meine, die trinken, also Basti trinkt und raucht und Igay raucht auch. Aber ich kann sie jetzt dafür nicht verurteilen. Mit dir. Du, Basti. Das ist ein Bild von mir, ey. Ja, du trinkst also, wenn ich... Er trinkt und raucht. Wenn ich dein Twitter sehe, dann ist das immer am Strand und dann steht da eine Becksflasche. Das ist das Einzige, was ich in Erinnerung... Weil ich halt am Strand gerne einen Becks trinke, wo ist denn das verdammte Problem bei mir? Das machst du aber ständig, Mann. Nein, Spaß beiseite. Spaß beiseite. Ich hätte immer am Strand rum und sauf. Alles richtig gemacht, oder? Aber es ist halt schon auffällig oft, dass das Thema Bier bei dir im Gespräch warst. Ich trink auch gerne Bier. Das ginge ich auch echt. Ich muss auch echt sagen, dass Bier eins meiner absoluten Lieblingsgetränke ist. Eben. Bin ich auch voll dabei. Aber trotzdem, also ganz ehrlich, gestern war der einzige Tag in der Woche, wo ich mal ein Bier getrunken habe, weil wir gestern mit der Band gespielt haben. Ich meine, ich finde da nichts Verwerfliches dran. Absolut nicht. Ich finde es auch absolut nicht verwerflich, abends im Stream zu sitzen und ein Bierchen zu trinken. Das finde ich halt nicht schlimm. Und ich nehme aber auch nicht in Anspruch, eine Vorbildfunktion zu sein. Also das nehme ich halt wirklich auch für mich selber nicht so in Anspruch. Okay, kann man immer sagen, okay, aber da sitzen halt 300 Leute und irgendwie hat das ja auch einen Grund, warum die da sitzen. Irgendwo bist du dann schon Vorbild. Ja, dann versuche ich aber den Leuten einen vernünftigen Umgang damit beizubringen. Weil ich finde, also ich empfinde für mich da nichts Schlimmes dran. Ich bin Ü30. Ich kann das ganz gut. Ich habe mein Leben ganz gut im Griff. Ich glaube nicht, dass ich da irgendwie zum Bierabhängigen jetzt mutiere oder irgendwie irgendwann... Du sucht die. ...dass ich immer Bier getrunken habe den ganzen Tag im Stream. Und so schlimm ist es dann ja wirklich nicht, wie du das hier darstellst. Das habe ich doch gar nicht. Ich habe das nicht schlimm dargestellt. Du machst das selber gerade schlimm. Ich habe gesagt, du trinkst ab und zu mal Bier. Du hast gesagt, der trinkt und raucht. Ja. Du hast das ab und zu dazwischen, hast du nicht gehört, okay? Du hast das überhört. Das ist... Ich meine, wir kennen da noch ganz andere Geschichten. So ist das nicht gemeint. Aber für mich war das früher zum Beispiel war das echt so ein Tabu, wo ich dann so... Das wird es bei den Piraten zum Beispiel niemals geben. Also hier darf keiner vor der Cam rauchen, weil die Regeln sind geschrieben und das wird immer so sein. Ja, aber ist das nicht viel verlogener, dann hinter der Cam zu rauchen, anstatt dann zu sagen, ey mein Gott, ich bin halt Raucher, ich stehe dazu und ich schmücke dann halt ab und zu mal eine oder dampfe und anstatt dann halt so die Cam auszumachen und dann zu sitzen und mir dann dann reinzupfeifen. Weißt du, was ich meine? Also dann... Ich bin halt so ein Typ. Ich bin halt so, wie ich bin. Ich will mich da nicht verstellen. Und ich meine, ich habe am Anfang, wo ich gestreamt habe, irgendwie, ich glaube sogar als ich Partner geworden, habe ich halt auch geraucht, richtig Zigarette und so und fand das halt... Ich habe aber nie viel geraucht halt. Ich habe, ich sage mal, so fünf Zigaretten am Tag oder wirklich... Klar, gut, wenn man dann mal irgendwie unterwegs ist, dann auch mal ein bisschen mehr. Aber ich finde es halt okay und dann spannend, abends dann hier zu sitzen und dann irgendwie mal eine Kippe zu rauchen und will mich da auch nicht verstellen. So und ich weiß auch, dass das nicht gut ist und ich hätte auch garantiert nie irgendwelchen jungen Leuten gesagt, ja, ja, Rauchen ist total cool, mach das mal so. Und habe dann aber irgendwann aufgehört, bin aufs Dampfen umgestiegen und wenn mich da jemand halt nachfragt, dann erzähle ich denen halt, wie es ist. Also das ist ja kein Geheimnis, weißt du? So, da finde ich dann... Ich finde das halt einfach einen ehrlichen Umgang damit. Und dass das halt eine blöde Angewohnheit ist, so, ja, weiß ich wohl auch, ne? Gibt da bestimmt Besseres, aber ja, mein Gott, gehört halt irgendwo auch mit dazu, ne? Ja, also wir bei den Piraten, uns ist es ja untersagt, ne? Also wir haben das per Statut quasi unterschrieben, ja? Was für mich okay ist, weil mich stürzt nicht, ich rauche ja nicht mehr. Ich habe bis 2003 geraucht, drei Schaft und Zigaretten am Tag, also 60 Zigaretten, sehr viel und bin froh, dass ich nicht mehr tue. Und... Wie viel hast du gemacht? 60 Zigaretten? 60 Zigaretten am Tag, ja. Und das über eine sehr lange Zeit. Und das ist natürlich hardcore, klar. Und ich habe dann 2003 aufgehört und seitdem bin ich rauchfrei, also seit 13 Jahren. Ich brauche keine Krücken dazwischen. Ich habe auch nicht mal... Ich habe von heute auf morgen aufgehört, einfach aufgehört. Aber... Das war nicht einfach, aber ich habe das durchgezogen. Ja, aber mich stürzt nicht mehr. Also ich hatte eine militante Phase, wo ich auch nicht mehr in der Nähe von Rauchern sein durfte. Heute merke ich nur noch, dass die Raucher stinken halt wie Aschenbecher. Wie kalte Aschenbecher. Das ist unglaublich, wie die stinken. Das ist unglaublich. Das habe ich früher nicht wahrgenommen. Ich habe 60 Zigaretten am Tag. Ich muss echt wie eine... Wie eine... Wie weiß ich nicht... Wie Mülleimer mit 10 Aschenbechern drin gerochen haben. Und... Also... Also eklig. Und das merken die Raucher ja nicht. Also man selbst merkt es nicht, wenn man raucht. Und das ist unfassbar eklig. Aber inzwischen kann ich mich auch dazu stellen, wenn da ein paar Leute reden und so am Watercooler ein paar Leute zusammensitzen und der eine oder andere eine Zigarette raucht. Das macht mir heute nichts mehr aus. Aber so mit Alkohol, da bin ich... Also da passe ich schon auf im Stream eigentlich, dass ich das vermeide. Also das meine ich. Das hier zwar ab und zu war, ne? Ein schönes Lausitzer, Porter, Schwarzes. Das kann man ja nicht nein sagen. Das gehört zur Gemütlichkeit dazu, ne? Bei mir zum Beispiel geht's darum, als ich angefangen hab zu streamen. Bei mir ist das, äh... Ich dampf jetzt, ja? Also mag nicht schlimm sein und Pipapo, aber ich hab früher, als ich angefangen hab, Garak, ja? So 60 Dinge am Tag durchgeknattert. Und ich hatte den ganzen Tag einen Mundwinkel. Den ganzen Tag. Ja, ich kenn das. Und so willst du nicht streamen. Also das ist mir unangenehm. Mich da die ganze Zeit so, wie, 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 wie Larry aus der Kneipe, weißt du so, oh ja, weißt du, und dann machen wir den Türen und dann die ganze Zeit. Nur, ich hatte den ganzen Tag, ohne Witz, nur Zigaretten in der Hand. Und ich find sowas, also ich persönlich, nicht weil die Gesellschaft das so sieht, ich find das unangenehm. Also ich hab auch schon Streamer gesehen, die, äh, die also nonstop geballert haben. Und genau. Und dann nachher schon mit Augen so, wenn die so tränen, ja? Und dann gucken da 300 Leute zu und dann denkst du so, boah, nee, so willst du dich da nicht hinsetzen? Nee. Und jetzt mach ich, für mich ist das einfach normal geworden. Ich will, ich will a, dass Menschen mich zum Beispiel nicht beim Essen sehen. Ich will mich dabei zum Beispiel, ich fühl mich dabei beobachtet, ja? Ich muss aber zwischendurch mal was essen und dann mach ich auch die Cam aus. Also ich schieb mir zum Beispiel so wie du nicht ein Schnittchen rein. Das ist das Normalste der Welt. Aber für mich sind das Sachen, auch so mit dem Rauchen, ich mag das nicht. Ich will nicht, dass mir einer dabei zukommt. Und, äh, ich hab manchmal Stunden, da, da hab ich das so eine halbe Stunde aus und dann sag ich, Leute, ich will hier einfach grad Gesichtsgymnastik machen und einfach an meinem Lolli ziehen, lass mich in Ruhe und dann mach ich das aus und dann ist das gut für mich. Ähm, und ich, ich seh das halt dann, wenn du vor mir das halt streamst und von Minecraft kommst, da kannst du dich nicht hinsetzen morgens um zwölf und dann erstmal einen durchflöten und dann, dann kommt Modern und schreibt in die PM, sag mal, was macht denn der Mange da? Der ist ja nur am Ballern und dann zieh der hier halt durch, du. Wengel, sowas guckst du nicht mehr. Das kannst du halt nicht machen, weniger junge Menschen, aber das geht so nicht. Für mich ist das Angewohnheit schon. Also jetzt für mich ist es einfach, ich hab mein, der Durchschnitt, der ist älter, also so zwischen 25 und aufwärts, da müsste ich es nicht mehr machen in der Theorie. Die würden das auch verstehen, aber ich will es nicht. Für mich ist es Angewohnheit und so ist es halt einfach. Bei meinem Zimmer kannst du Luft schneiden, wenn das so weit ist, weil das ist, das ist halt nicht wie bei dir in der Stunde mal einmal dran nuckeln, weil ich brauch das halt, ja, für mich ist das halt viel und ich mag, also für mich ist das so, nee, das ist der Moment, wo ich sage, okay, jetzt bin ich kurz mal nicht der Affe im Zoo, den ich mit Bananen beschmeiß, sondern jetzt hab ich hier kurz mal meine Ruhe. Aber nachvollziehbar auch, ne? Das soll jeder machen, wie er will. Ich hab's, früher hab ich's halt verpönt, ja, da hab ich den gesagt, oh nee, das guck ich mir nicht an, das will ich nicht. Aber heute sag ich mir so, okay, all right. Ich hab halt irgendwann bei Twitch mal nachgefragt, weil ich halt, also weil das halt immer hieß, man darf das halt gar nicht, halt so rauchen und so und ich hab dann von Twitch die PM bekommen, as long as it's not illegal you smoke, it's okay to smoke. Das fand ich dann auch ganz nett. Also ich find, das muss jeder für sich echt selber entscheiden, aber halt, ich find halt auch so 30 Zigaretten wegzugichten, egal ob vor der Cam oder ohne Cam, das ist halt einfach zu viel, machen uns da auch nichts vor, Oder 60 halt, ne? Extrem. Ja, natürlich, viel zu viel. Das ist halt, ja, im Endeffekt ist es ja halt ein, ursprünglich ja mal ein Genussmittel, das Rauchen, dass man sich vielleicht mal abends hinsetzt und eine Pfeife schmückt oder irgendwie sowas. Daher kommt das ja, ich denke mal, das Rauchen ist ja eigentlich nicht erfunden worden, dass wir hier so eine Schachtel wegknallen halt. Also eine Zigarre würde ich ganz gerne ab und zu mal rauchen oder auch eine Pfeife oder so. Da hätte ich schon mal Bock drauf. Ich hab nur Angst und deswegen mach ich's nicht. Ich hab Angst, dass ich rückfällig werde, denn das wär mir jetzt echt zu stressig, das Ganze nochmal durchzumachen. Also das würde ich nicht. Deswegen mach ich's nicht. Also ich hätte schon mal Bock, ah, so ganz gemütlich abends, ne? Im Schaukelstuhl die Zigarre oder die Pfeife, das wär schon was, ja? Aber, also Zigaretten würde ich nie wieder, also das ist, ja. So eine Pfeife würde auch zu dir passen, finde ich so viel. eine Pfeife wäre cool. Pilote. Aber ich hab echt Schiss, dass ich dann wieder anfange und ob ich das nochmal packen würde, ich bin mir da nicht so ganz sicher. Obwohl jetzt ist ja auch fast egal, das Ablaufdatum kommt ja näher. Aber, nee, also ich würde es nicht wieder machen. Also dazu habe ich zu viel Angst, dass es nochmal wieder losgeht. Aber du sagst, Raucher stinken, aber du würdest eine Zigarre anzünden? Weißt du, wie Zigarren drauf verschinken? Ja, eine. Ja, eine, im Monat mal, also ganz gemütlich. Das ist so, wie wenn ich mit Knoblauchbrot esse, dann stinke ich die ganze Woche und nicht nur einen Tag. Also. Aber Raucher, das ist schon echt krass. Wollen wir eigentlich mal in die nächste Frage rein? Macht man auch, wir warten auf die. Entschuldigung, ich wollte das nicht unterbrechen, ihr wart gerade so im Redewahn, ja? Also ich hab schon, pardon. Wie geht ihr mit Chatzeilen um, die euch negativ stimmen? Wie bereitet ihr euch innerlich auf solche Trolls vor? Ich hab mich darauf vorbereitet, indem ich zwei Jahre gestreamt hab. Jeden Tag ein bisschen besser damit umgehen kann. Das ist einfach Alltag. Also ich bann sowieso gleich weg und ich mach mir da keinen großen Kopf. Ich geh da gar nicht mit um. Klatsch ich weg. Klatsch ich weg, Alba. Jo, klatsch ich weg. Also ich nehm mir ein Stück Zewa und heul erstmal ne Runde leise und fühl mich dann, äh, fühl mich dann angegriffen, weil Twitch-Viewer sind ja immer das Wichtigste und das Gut, dass man immer zu sich nehmen sollte, weil man hat in seinem Channel keine eigenen Entscheidungen zu treffen, sondern nur der Viewer entscheidet und Subscriber haben noch mehr zu entscheiden, ganz klar. Und Leute, die hunderte Euro donaten, sogar noch viel mehr zu entscheiden und deswegen nehm ich mir sowas immer sehr zu Herzen, weine immer ganz leise in mein Tuch, dann rein. So bin ich vorbereitet jeden Morgen. Ich seh das ja anders, bei mir herrscht Basti Kratin. Der entscheidet nur der Basti. Ich troll einfach zurück oder wenn's mir ganz doll auf den Sack geht, dann halt auch den Bannhammer schwingen. Aber eigentlich würde mal erst jeder dreimal verwarnt und dann... Ja, man kann ja aus einem Outen, es gibt ja noch die, 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 die kleine Form des Banns. Ich find, man muss jetzt nochmal entscheiden, was das halt für ein, ähm, oder was das für ein Troll ist, weil ich hab auch echt richtig gute Trolle schon kennengelernt, die mich halt echt richtig verarscht haben, wo ich halt selber sagen muss, so, Respect. Das war echt eine gute Nummer. So, weil wenn du, weißt du, wenn du halt richtig verarscht, gut verarscht wirst, auf eine gute Art und Weise, dann ist das ja auch, also das muss man ja auch mal anerkennen halt, halt so, ne, und, ja, keine Ahnung, da sind schon lustige Geschichten entstanden. Kennst du wahrscheinlich auch dieses, ey, hinter dir ist einer, halt so, ey, und ohne Scheiß, ich hab das, also ich hab früher so gestreept, da hast du im Hintergrund bei mir die Tür gesehen, da stand das hier alles ein bisschen anders und dann war die so ein Spalt offen, und du sagst, ja, ja, hinter mir streamt einer und dann kannst du ja, du hast ja dann irgendwie dein OBS noch offen, siehst du dich ja und in dem Moment geht vorm Wind halt echt ein Tür so ein Stück auf, ey, ich hab mich eingeschissen, der Troll hat halt die Gunst der Stunde genutzt, ne, das ist echt gut. Ja, davon hab ich auch so einige, die hier, äh, die kursieren, also ich hab schon ganze Troll-Armeen bei mir, die schon seit Jahren da sind. Und die Guten werden dann irgendwann zu Freunden. Eben, die Guten, richtig, so sieht's aus. Aber das ist auch, ist auch in Ordnung, also was, was, ganz ehrlich, ähm, was will dir irgendeiner denn im Internet erzählen, der sich hinter, hinter einen Namen versteckt in, in Nullen und Einsen? Ich mein, in Realität, in Realität haust du dir eine Disco-Brille vor den Latz, dass die Augen hinten wieder rausfallen und dann ist gut, so. Echt, so ein Schlägertyp, so, gutes Vorbild, Alter. Der wohnt in Dresden. Was? Hier spielt Dynamo, was hast du mir jetzt erwartet von mir? Ich wohne schon zehn Jahre hier. Nein, ich wollte, ich wollte nur mein Bud Spencer-Pullover gleich kommen und das einfach mal so, äh, so sagen. Aber natürlich würde ich das nicht tun, aber, was, die Menschen, also ganz ehrlich, Menschen, die dir, negative Sachen an den Kopf werfen sind, A, neidisch, B, sind das die Typen aus der Schule damals, die heute irgendwas machen, worauf sie eh keinen Bock haben und C, was will die Wurst? Also ich mein, was will die Wurst? Aber ich wollte da was, da hat mir einer erzählt, dass es halt in Streams wohl so gewesen sein soll, dass, ja, Troll in Anführungsstrichen waren halt Leute, die da durchgezogen sind und halt, ähm, sehr persönliche Sachen über den Streamer halt da so in Chat gepostet haben. Ähm, also so wirklich, also was weiß ich, Wohnort, Klarname und, ähm, solche Sachen, was weiß ich, Versicherungsnummern und so ein Scheiß halt, was man vielleicht irgendwie mal rausgekriegt hat und so. Und, ähm, ich mein, da hört's dann halt echt auf, ne, da wird's dann wirklich kriminell so und die sind wohl durch mehrere Streamer, äh, durch mehrere Streams gezogen, wie ich das so gehört hab und haben Leute bedroht dann auch und wie gesagt, dann so die persönlichen Sachen so gepostet und das ist halt nicht die feine englische Art, da kommst dann vielleicht auch mit Bannen nicht so schnell dahinter, weil das dann halt schon Leute gelesen haben und vielleicht Sachen wissen, die nicht unbedingt für die Öffentlichkeit sind oder die halt in die Privatsphäre eingreifen und so, da wird's dann halt schon kriminell, ne? Also ich sag mal so, man sollte, das ist ja meine Grundeinstellung zu leben, man sollte immer genug Respekt haben. Also wenn dich jemand trollt, solltest du nicht sagen, ey, du Assi, du Hurensohn, sondern du solltest halt schon mit Niveau, mit ihm umgehen, ist immer meine Meinung. Also so, so seh ich das. Ich mag Leute auch, also ich stell Leute bloß, ja, aber natürlich mit einem gewissen Respekt und danach sag ich auch, nimm dir das nicht so arg zu Herzen, wer auszeilen muss auch einstecken können und die Leute, die richtig hart, also die dann gebannt werden. Also es gibt auch Sachen, da muss man nicht drüber reden, so wirklich. Also ich versuch schon, Leute mit Respekt zu behalten. Das war früher, als ich an der Tür gearbeitet hab, war das auch so. Ich hab auch nie hauen müssen, außer... Warst du Türsteher? Ich hab an der Tür gearbeitet, ja. Echt? Ja. Krass. Ich glaub, wenn wir uns in real sehen, dann weiß er warum. Das sieht auf der Kämmer... Weil so durchdrehender Typ ist. Nee, das ist riesig. Also ich bin, passt durch die Tür gerade so. Also gerade so. Und da war das auch so. Also da ist mir auch nie was passiert. Ich hab zu den noch besoffensten Schlägern, hab ich gesagt, Leute, pass auf, wir gehen vor die Tür, wir reden ganz normal miteinander, wir behandeln uns hier wie vernünftige Individuen, wir schlagen uns nicht. Dann haben wir das geklärt, dann hab ich gesagt, pass auf, du bist zu voll, du gehst nach Hause und fertig ist. Und ich musste ein einziges Mal, musste ich nur zu lang. Aber auch nur, weil der andere ein bisschen, der war wirklich übermüdig. Der hat aber auch nicht verstanden, was ich gesagt hab. Ein guter Türsteher muss ja eigentlich auch nicht, der quatscht die Leute raus, ne? Das ist echt so. Eigentlich muss ein guter Türsteher, ein guter Pädagoge sein. Das ist besser, ja. Aber so seh ich das immer. Man muss da halt vorbereitet sein. Ist ja normal, wenn du streamst dann in der Öffentlichkeit. Das passiert halt. Die Diskette hat sich geopfert, um das Allgemein-Symbol für Speichern zu werden. An Garak ging das, okay. Hier ist noch ne Frage, hat Unscanner Spliss und wieso? Weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass Unscanner kein Schlübber anhat, das weiß ich. Hat er auch nicht. Und ich hab Unscanner schon mal im Relife getroffen und ich möchte mich zu dem Spliss-Thema nicht weiter äußern. Das ist ein Troll gerade. Und zwar ein guter Insider. Was kann ich machen, wenn ich einen Bot in meinem Chat habe und im Stream, um ihn wegzubekommen? Entweder machst du einen Stream aus oder du stellst auf Sub-Only-Mode oder du ignorierst es einfach. Ich glaub, das gilt für alle dann. Oder wollt ihr auch noch was sagen? Ja, geht ja wirklich aus, wenn du... Disconnecten los, aber die anderen durch Sub-Only. Geht ja Bot dann wirklich weg, wenn du Disconnect ist? Keine Ahnung. Du bist auch noch nicht, aber wir wüssten das nicht. Ja, du bist ja nicht mehr auf Sendung. Such die... Ja, aber dann ist er doch trotzdem noch da. Ja, aber der wird ja nicht mehr angezeigt. Also da sein wird er wahrscheinlich, weiß ich gar nicht. Also du willst ja... Ich verstehe das so, dass du halt quasi ausmachst und dann wieder anmachst und dann soll er weg sein. Du willst ja nicht aufhören zu streamen. Das ist halt ätzend. Dann kann dir jeder echt den Tag versauen. Ja. Ich weiß gar nicht, kommen die dann wieder? Keine Ahnung. Wollen wir weitermachen oder wollt ihr das noch diskutieren? Ja? Dann haben wir hier noch, ihr sitzt alle in einem Gaming-Stuhl. Warum genau? Sind die wirklich so bequem? Oder warum benutzen die meisten Streamer diesen Stuhl? Den ich benutze, benutzen nicht alle. Ich bin ja gegen den Trend. Diese DX Racer, das ist so ein Modescheiß. Ich auch nicht. Ich glaube, wir haben sogar den gleichen, oder? Nee, nee, nee. Ich nicht. Ich habe was achten. Nils hat auch einen anderen. Ich habe einen von GT Omega Racing aus England, aus Schottland, um genau zu sein. Und habe den extra gewählt, weil er sehr bequem ist, weil er für schwere Menschen wie mich ist. Und das ist Nils Stuhl ja auch. Sein Sonder hält, glaube ich, auch eine ganze Menge aus. Aber wie gesagt, das ist halt ein sehr bequemer Stuhl. Ich habe mit denen mal in YouTube in so einem Video angeguckt bei Bernadler's Nerd Gather. Ich weiß nicht, wer euch das... Vielleicht sagt euch das, das ist ein ziemlich bekannter YouTuber in den USA. Und der hat diesen Stuhl vor. Und ich meine, der wiegt irgendwie 200 Kilo. So viel wiege ich nicht. Da ein paar Heide nicht. Aber der war eben sehr bequem, groß und so. Den kannst du flachlegen. Da kannst du sogar drauf pennen. Das Ding ist irgendwie gut. Und er ist günstiger als ein DX Racer. Deswegen habe ich den genommen. Also, ich habe den gekauft, weil ich da drinnen gesessen habe und ich was bequemes... Also, in real drin gesessen habe und den für gut befunden habe. Und weil ich einfach ein Moppel bin, weil ich ein Suchti bin. Ich bekenne mich dazu, Basti, du musst das jetzt nicht extra sagen. Ich muss mir einen Stuhl für extra large kaufen. Ich habe selber so einen großen... Ja, aber ich habe einen für extrem dicke... Ich habe einen für... Also, ne? Verstehst du? Für dicke Ersche. Wer trinkt Alkohol raus und hat einen großen. Wow! Das wird auf meinem Grabstein stehen. Das wird auf deinem Grabstein stehen, ja. Aber die Dinger sind halt einfach super bequem. Und ich sage mal, wenn du 13, 14, 15 Stunden am Tag in einem Stuhl sitzt, dann ist das A völlig Wumpe, wie teuer der ist und B wird dir dein Körper das danken. Ja. Deswegen haben alle diesen Stuhl ganz einfach. Und weil es Qualität ist. Also zumindest das, was ich habe, ist noch wirklich richtige Qualität. Da sitze ich noch ein paar Jahre drauf. Deswegen habe ich den. Lavi nickt nur noch. Der sagt gar nichts mehr, ne? Ne, ich schließe mich dem an, wenn ich nichts zu sagen habe. Dann sei auch nichts. Ich habe mich tatsächlich auch anstecken lassen. Ich habe irgendwie, weil alle so ein Ding hatten, dann habe ich halt gedacht, ey, wenn du halt hier als Streamer irgendwie ein Standing haben willst, dann brauchst du auch so einen doofen Stuhl. Da muss man so ein Ding haben. Ja, ist halt so eine Grundausstattung. Ehrlich. Ist wirklich so. Und dann habe ich mir auch einen gekauft. Habe ich von meinem eigenen Geld gekauft. War ganz schön teuer und im Nachhinein gibt es, glaube ich, bessere Stühle. Habe ich so rausgefunden. Aber ich wollte dann einfach so Dinge haben, weil das ist halt so, keine Ahnung, bling bling zeigen und dann gehört man auch dazu. Dann wird man in der Streaming-Szene akzeptiert. Das ist Gruppenzwang halt. Diese Ironie. Ist deine wirklich? Ist deine wirklich? Das ist mein völliger Ernst jetzt. Ach, ehrlich? Ja. Quatsch. Ohne Scheiß. Es gibt halt Stühle. Ich habe mich echt schlau gemacht und ich habe einen in meinem Chat gehabt. Ich habe den Namen leider vergessen. Ich weiß nicht mehr, wer das war. Aber der arbeitet in einem Stuhlfachgeschäft oder ich weiß nicht, wie das Ding heißt. So in so einem Namen, der so Stühle verkauft. Und der hat gesagt, ja, diese Gaming-Stühle sind halt ganz cool soweit, aber die sind halt aus Leder. Und wenn du halt da jeden Tag drauf sitzt und sowas, dann hol dir einen mit so einem Netzrückenteil. Und ich habe ihn im Winter gekauft. Im Sommer wusste ich, was er meinte. Ey, du sitzt halt hier echt und dann hast dein Arschwasser halt irgendwann. Ja, kennst du halt, ne? Aber ich habe Handtuch dafür. Okay, du nimmst ja Handtuch. Na logi, was ist da los? Ah, hat er Handtuch? Echt nicht. Ja, na, weil ich kenne das Problem ja. Ich kenne das Problem ja. Ich mache das auch mit dem Handtuch im Sommer. Ich habe mir einfach einen gekauft, der nicht aus Leder ist. Oh, das ist natürlich der... Kunstleder. Kunstleder, ja. Nee, das ist Stoff. Das ist Stoff. Ja, der saugt das aber auf. Aber dann saugt er sich auch noch voll. Wollte ich gerade sagen. Ach, der saugt sich auf. Entschuldige. Leder absorbiert doch, verstehst du? Ja. Und noch was, also so eine Sache zum Beispiel. Also sonst ist der super auch bequem und so, ne? Aber, ey, der hat so eine... An den Armenlehnen hat der so eine angeraute Oberfläche. Und ob du es glaubst oder nicht. Meine Ellbogen sind teilweise aufgeschubbelt. Ja, aber deine sehen ja noch süß aus. Meine Ellbogen. Ja, guck dir mal das an. Zeig mal deinen. Halt mal näher ran an die Kärbe. Ja. Hier, dir das mal an. Ja, das gleiche Problem. Ja, das ist halt... Das geht gar nicht. Ach so, für den Schwender. Mit sowas darf ich nicht rumrennen. Dann kriegst du sofort Mecker von meiner Frau. Dafür habe ich... Warte mal. Ich habe dafür eine Lösung. Oh, jetzt kommen die Kriegskrankheiten. Oh nein. Kremst du dich immer ein? Die Ellbogen. Die Ellbogen. Die Ellbogen. Ja, dann musst du damit... Und dann hast du keine. Dann ist das weg. Ja. Aber da denke ich nicht daran. Das ist einfach nur Feuchtigkeitsmangel. Das ist kein Problem. Kannst du dann wieder wegkriegen. Ich bin doch so... Ich bin doch so... Ich bin so... Eben. Jetzt rennen wir morgen erst mal los. Creme kaufen. Feuchtigkeitscreme kaufen. Ja. Kann ich noch mal sehen, bitte. Hast du den Ref-Link dafür mal eben? Ja, genau. Hast du Flora für sie? Milden. Ah ja. Fünf Prozent. Ja, das ist irgendwie... Für trockene Haut. Das ist gut. Achso, das wäre ein ruhiger Handling. Dann hätte ich die auch noch geholt. Oh Mann, ey. Na gut. Aber siehst du... Also so gut sind... Die Frage haben wir wirklich mal beantwortet. So gut sind die Dinger nicht. Aber man muss sie haben. Doch. Da können wir... Also ganz... Doch, die sind gut. Also meiner ist total hervorragend. Ich habe mir sogar ein fürs Büro gekauft, wo die da ein Auge gerissen haben. Und wo ist denn das? Willst du jetzt Rennfahrt? Egal. Jedenfalls. Der ist sehr bequem. Also mit meinem bin ich völlig glücklich. Also ich sehe das so wie du, Bussi. Ich habe mir vorher... Caroline heißt der Stuhl. Der steht immer noch da. Also der hieß wirklich so das Modell. Und ich habe mich in das Ding reingesetzt. In einem Laden. Aber das will ich haben. Also bis heute noch... Also ich habe glaube ich die bessere Variante oder die neuere Variante von deinem. Das ist ja eine neue Marke. Und da ist die Qualität ist wirklich echt richtig gut. Also das Polster ist nach einem halben oder Vierteljahr immer noch so super angenehm. Ich sitze hier super gerne in dem Stuhl drin. Keine Rückenschmerzen, kein gar nichts. Die 400 Euro haben sie auf jeden Fall ausgezahlt für mich. Ich finde... Ich war letztens sogar im Kino. Und da haben sie ja auch diese Plüschstühle, die eigentlich ja total bequem sind. Und so, ne? Der Stuhl kostet auch echt eine Stange Geld. Das ist auch wirklich nichts für jeden. Aber auf der anderen Seite den Rücken hast du halt auch nur einen. Und ja, das sollte einem sein Körper vielleicht auch wert sein, da mal ein bisschen mehr zu investieren. Aber du musst dich eher selber entscheiden, ne? Ja. Also man hat 210 Pfund gekostet plus extra Rollen für... Ich habe noch so Racing Rollen, ja. Für harten Fußboden. Also du musst ja auch aufpassen, was du für einen Boden hast. Und ob du nur Teppich hast oder weiß der Teufel was, PVC oder so. Ich habe hier zum Beispiel das ganze Haus mit Kork, Korkfußboden. Das ist sehr geil, sehr warm. Aber da brauchst du eine andere Rolle für. Da habe ich noch für 10 Pfund oder so eine andere Rolle mitbestellt. Und dann war das gut. Also ich fand die sehr günstig und ich bin sehr zufrieden damit. Wie gesagt, sind dauernd ausverkauft. Scheinen gut zu laufen oder die haben einfach zu wenig bestellt. Keine Ahnung. Gutes Marketing. Ja, oder gutes Marketing, ja. Und ich musste irgendwie einen Monat warten, weil die ausverkauft waren. Als sie dann da waren auf Lager, dann waren die auch innerhalb von zwei Tagen da. Das war ganz gut. Wollen wir weitermachen? Aber die Salbe hier, die Creme, ja. Voll die Fettscreme. Das ist echt wichtig für eure Ellenbogen. Also das gilt für alle auch im Chat, ja. Also Frauen mögen das überhaupt nicht, wenn Männer diese blöden, trockenen Hautstellen haben, an der Ellenbogen. Was? Also ich weiß nicht, was ihr mit euren Ellenbogen macht, aber ich habe wunderschöne, glatte, babysamte. Ja, das ist ja wohl du den ganzen Teil. Das ist Bulli Palace oder was? Ja, aber tun den Frauen einen Gefallen und nehmen Feuchtigkeitskrieg. Okay, super. Was macht eine Sucht aus und wie kann eine Sucht entstehen? Wollen wir das diskutieren? Oh, nein! Der Einzige, der noch, oh Gott, einmal bitte alle zurückkommen in den Skype-Call. Alle einmal auf Kamera dritten. Was ist jetzt passiert? Vier Stunden. Wir haben das Limit überschritten. Der Grund, warum wir eigentlich nicht mehr über Skype... Ja, genau, das ist der Grund, warum wir nicht mehr über Skype... Weil nach vier Stunden geht Skype aus. Ja. Aber das bleibt jetzt so dunkel, das geht gleich wieder besser. Wird gleich wieder helder. Ja. Kriegen wir eigentlich Überstundengeld bezahlt jetzt hier, wenn wir vier Stunden streamen? Moment. Was ist denn los? Du erzählst doch mit uns und das macht dir doch Spaß, oder nicht? Das steht dir alles im Vertrag. Bitte guck doch mal in den Vertrag. Das ist hier dufe Geld. Oh, Mann. Und sie hat mich mit Geld gelockt. Und sie hat gesagt, hier, Sellout Basti, come on. Hier sind wir. Und dann habe ich gesagt, okay, ich komme. Genau, und Feuchtigkeitsmilch tut nicht weh. Richtig, Prinzess. Wollen wir dieses Thema mit der Sucht irgendwie besprechen? Also, was macht eine Sucht aus und wie kann eine Sucht entstehen? Also, ich meine, Wikipedia wird das schon regeln, würde ich sagen, oder? Das ist ja eigentlich nochmal so... Also, das wäre ja fast ein Thema aus der Spielsucht oder sowas, was ihr gerne nochmal in einem... Also, das könnt ihr ja vielleicht so in ein, zwei Wochen machen, wenn Nils dann total in die Black Desert-Welt dann abgesunken ist. Ich kriege meine Cam nicht wieder rein. Das ist ja gerade extrem nett. Oh, doch, hier, warte. Yeah, we did it. Woo! Okay, ich habe alles wieder geregelt. Wir sind wieder ohne Effekte. Ich werde... Danke, Basti, dass du so an mich glaubst, aber ich werde nicht in diese Sucht verfallen, weil Division kommt nämlich am Dienstag raus. Dann werde ich dir dann in der Dark Zone den Arsch versäulen. Ha! Am Arsch. Du, warte, ich hatte den 10 Millionen Heiß fertig gekriegt. Wie war das mit dir nochmal? In GDA? Ja, gut, aber ey, ganz ehrlich, also es gibt in der Dark Zone keine Tunnel und da kann man nicht irgendwie vom Motorrad fallen so richtig. Das ist halt aufhalten. So, das kriege ich noch ganz gut hin. Immer weiter. Oh, Mann. Ja, wir sehen uns in der Dark Zone, ist okay. Auf jeden Fall. Deine drei besten Männer gegen meine drei besten Männer mit uns zusammen, dann vier. Das wird schön, ja. Seht ihr euch als Dienstleister? Wenn du willst. Also ich nicht. Ich sehe mich als Künstler und Künstler, also das kommt ja vom Können und hat nichts mit Dienstleistung zu tun. Ähm. Klariose Antwort. Ich sehe mich, äh, als Suchti ab heute? Offiziell? Nee, ich sehe mich nicht als Dienstleister. Ähm, ähm. Also wenn ich Dienstleister wäre, würde ich, glaube ich, äh, so wie Staubsaugerverkäufer mehr versuchen, irgendwas zu verkaufen, aber das tue ich nicht. Also sehe ich mich nicht als Dienstleister an. Wobei, man muss dazu sagen, nicht alle Dienstleister wollen was verkaufen. Aber den, den sehe ich jetzt dann als Dienstleister. So. Ich bin auch keiner. Ja, nö. Aber Slebby ist Dienstleister. Wenn der Preis stimmt. Ja. Ähm. Hier ist noch, äh, gehören politische Diskussionen in einen Stream? Oder wäre das eher kontraproduktiv oder missverstanden? Also, das hatten wir heute auch schon, äh, gesagt, ja. Da hat jeder schon sich, äh, was dazu erzählt. Jetzt kommt meine Lieblingsfrage, äh, vor das Gesicht jetzt. Würdet ihr Neuling noch raten, äh, mit Twitch anzufangen? Oder, äh, seid ihr der Meinung, dass neue Streamer, äh, dass sie, äh, dass sie es schwerer haben werden? Wollen wir im Chor alle gemeinsam die gleiche Antwort geben? Ja, Wasti, Wasti gibt noch seine eigene und dann, äh, wir drei machen jetzt Plankenschnack 1, 2, 3. Genau. Ich bin auch gespannt. Plankenschnack 1, 2, 3, da haben wir das besprochen. Ja. Dem Fall so, ach so, ah, okay, jetzt habe ich das verstanden. Ich dachte, ihr habt da halt einfach, also, eine Meinung, wie gesagt, jetzt alle zusammen, ja oder nein, halt. Also, deswegen wäre ich ganz irrt. Ne, Plankenschnack 1, 2 oder 3, da haben wir genau über diese Themen gesprochen. Die sind ja auf YouTube, kann man sich die ja noch angucken. Genau. Aber um es kurz zu machen, also ich, meine persönliche Meinung, ja, es macht Sinn, weil es kann immer mal wieder ein Kreativer dazwischen sein, der durch die Decke geht und ja, es ist schwieriger geworden, Partner zu werden, das ist definitiv Fakt, aber, ja, mit Sicherheit, als vor zwei Jahren. Ist doch viel leichter mittlerweile. Meinst du? Ey, vor zwei Jahren, so, da hast du, also, keine Ahnung, weißt du, wann bist du Partner geworden? Äh, letztes Jahr. Also, ich, also, Nils vor zwei Jahren. Ich, vor zwei Jahren, ja. Da waren doch noch die Voraussetzungen ganz anders. Heutzutage kriegst du ab 100 Video kontinuierlich halt irgendwie, wenn du da so auf, äh, nee, vergisst es. Also, wir kennen da, wir kennen da ein paar Fälle von wirklich guten Streamern, die werden zum Verrecken nicht Partner, also, das, äh, wirst du nicht mehr, keine Chance. Ja. Keine Name Golling. Keine Name Golling. Okay, keine Name Golling. Es ist aber tatsächlich so. Ey, ich kenne so viele Spieler, die in letzter Zeit, also, so, aber halt in den letzten Jahren Partner geworden sind, die, also, ich meine, gut, du musst halt eine gewisse, äh, Kontinuität und, äh, eine gewisse Zuschauer zu haben. Das ist ja quasi die, die Voraussetzungen, wenn man so bei Twitch, ähm, und meines Wissens ist es so, wenn du kontinuierlich so, ich sag mal, ab 100, 100 ist so die Zahl, die du knacken solltest und da drüber bist und dann, was spricht denn da sonst auch dagegen? Warum wirst du dann? Keine Chance, ne? Kriegst du nicht. Also, ich sag mal, äh. Also, außer du bist zum Beispiel jetzt so ein Kreativling, also, und machst irgendwas ganz Spezielles in der bestimmten Nische, dann kannst du Glück haben, aber, aber sonst, äh, wenn du so ein Mainstream-Streamer bist, schaffst du das mit 100, krass du keine Chance, geht nicht, wird das nichts. Haben wir gerade Beispiele, ähm, wo Simon gesagt hat, nö, ist nicht. Also, Schloth, Schlothrocks zum Beispiel ist nicht Partner, äh, Salista Belladonna ist nicht Partner und die haben... Und die hat 160, 170 durchschnittlich. Und 200 aufwertig. Wie lange halt, das ist die Frage. Also, schon lange, über ein Jahr. Also, sie sind schon richtig hart vor. Die hat insgesamt mehr Views und Follower als ich, glaube ich, sogar. Aber warum werden die denn nicht Partner, was spricht denn dagegen? Das weiß keiner. Da sind wir nicht, äh, eingewiesen. Eingeweist. Aber es gibt natürlich auch noch Gegenbeispiele. Aber es muss doch keine Begründung dafür geben, oder so. Ne, es gibt, das ist eine, eine, eine sehr negative Eigenschaft von Twitch, die ich schon seit, auch Anfang an raushau. Es ist einfach, äh, es ist einfach wie der Mim B. Es ist wie der Mim B. Also, es gibt Leute, äh, kein Namecalling, außer die eigenen Reihen, wo ich echt sage, was, warum hat der sowas? Also, das, nee, nee, also nicht mal irgendwas. Also, da sind noch zweistellige Viewerzahlen und da ist die Partnerschaft drin, zum Beispiel. Und, ähm, es ist einfach nur noch wie der Mim B. Wer kennt wen? Wer hat hier Connections? Und, und leider Gottes, äh, funktioniert das auf dem, auf dem normalen Weg, funktioniert das nicht mehr. Okay, dann, also, dann nehme ich das halt so zurück. Das war mir so nicht bekannt. Also, ich, weil, ich kenne, oder ich habe halt Simon auch schon etwas getroffen, so, und habe das auch mitgekriegt, wo ihn Leute angesprochen haben, ey, wie sieht es denn aus mit einer Partnerschaft und so. Ähm, und, also, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt so erzählen darf, aber das war halt ganz offen, halt auch bei Gamescom, so, dann stehst du halt rum, der steht am Twitch-Stand, und dann kommen halt Leute auf ihn zu, fragen ihn, und er sagt halt, ja, schick mir halt eine Mail, schick mal einen Channel, und geht da halt sehr offen mit um, halt so. Und ich habe halt so das Gefühl gehabt, dass da nichts dagegen spricht. Und ich kenne halt viele Leute, also auch Streamer, die so mit um die 100 halt Partner geworden sind. Und, ja, hatte ich so den einen, und das, also, war halt meine, meine, oder meine Grundaussage halt so zu der Zeit, ähm, oder ich sage mal, so vor drei Jahren oder sowas, musstest du halt 500 bringen, oder so den Dreh halt so haben, ne. Und ich sage mal, das für den deutschen Markt ist halt nicht ganz so leicht, da hinzukommen. Und, ich sage mal, so vor drei Jahren war Twitch also in Deutschland auch nicht so verbreitet. Und deswegen finde ich es jetzt halt leichter, weil einfach auch die, ähm, weil es ja viel mehr Leute gibt, die Twitch halt konsumieren und erst mal so das Feld, wo man, sag ich mal, ähm, seine, seine Viewer oder seine Community daraus rekrutiert. Und so, die wird halt, das ist ja viel größer geworden als jetzt vor drei Jahren. Also, da gebe ich dir definitiv recht, aber, äh, die Regularien sind überhaupt nicht vorhanden. Also, das ist wirklich nur wie da wetterlich. Was anderes, also, ich kenne da keinen, der Regularien hat. Und wir sehen's in den eigenen Reihen. Und, äh, ich bin halt nicht so ein Typ, der, äh, der das irgendwie, also, ich find's überhaupt nicht gut. Ich, also, ich krieg da echt die, die, die Krise, weil zum Beispiel bei, bei Salista ist das so, die ist jeden Tag, jeden, okay, außer, frei, außer Samstag, Sonntag, ist der jeden Tag um 11 Uhr da und dann stimmt sie ein oder zweimal und hat 200 aufwärts zuschauer und die kriegt das ding nicht das spricht dagegen das ist keine ahnung und keine begründung dann kommen so antworten wie melde ich in drei wochen noch mal und so eine schoten und das gibt es bei anderen bei anderen gibt es das auch und das ist halt ein aufruf starten oder nicht das ist also das sind halt sachen die sind schon von anderen wieder vitamin b das also weißt du dass das das problem du christens prima es gibt auch beispiele jetzt keinen namen nennen aber es gibt beispiele von leuten die keine 100 zuschauer haben die twitch partner sind gerade geworden in diesem jahr beziehungsweise ende letzten jahres weil sie eben die richtigen leute kann also das ist halt oder weil twitch irgendwas in denen sieht also dass das problem ist wahrscheinlich ist es das dann aber das problem ist es ist nicht klar ja also steht nicht auf der webseite schwarz auf weiß dass das dass das das und dann bist du partner das gibt es halt nicht und das ist das was die leute glaube ich am meisten nervt weil er das ist überhaupt nicht nach so frustrierend klar ich habe aber also ich habe letzte woche erst mit einem zuschauer hat gequatscht und er hat auch ab und zu streamt und er sich halt auch genau darüber hat aufgeregt hat und er meinte halt so kann das halt nicht verstehen dass die das sind eigentlich nicht allen geben warum soll nicht jeder der auf twitch halt ist irgendwie die chance haben erst mal von vornherein halt irgendwie ein subscriber badge zu kriegen wenn er halt also selbst wenn nur fünf leute oder sowas inhalt unterstützen dann irgendwie als hat sind es aber halt fünf leute hat der tisch auch keinen nachteil hat im endeffekt davon und was doch ressourcen doch haben sie schon es ist ein aufwand ist ressourcen und so war ich habe ich habe auch noch ablehnungs mails also ich habe sie auch nicht im ersten durchgang geschafft und es gibt so standard ablehnungs mails die kriegst du dann immer und genau da steht das zeit also kann ja was nie käschen plauder was halt genau so ich habe halt auch dann irgendwann dieses ding gekriegt wurde auch abgelehnt und so und auch mit der begründung mit der mit dem mit dem source button halt jetzt letztendlich ja dann habe ich halt zurückgeschrieben ich sag also es geht mir gar nicht so sehr an den source button weil die also den source button kriegst du ja auch auf anderen weg halt wenn du halt also zumindest war das damals so ich weiß nicht ob das jetzt immer noch so ist wenn ein spiel spielt zu einer zeit wo nicht ganz so viele leute online sind dann hast du deinen source button doch also muss ja nur unter den ersten glaube ich drei die ersten drei streamer oder so sein und dann muss halt ein spiel spielen was halt wo nicht ganz so viele leute sind in wo halt nicht irgendwie was es nicht mehr heißt wie man sagt sali hat ja immer source button weil sie tagsüber streams wenn du da halt schon eine zahl hast du dir halt irgendwie zuschaut und community hast oder sowas kriegst du den source button das so das ist halt also finde ich nicht so das argument halt dann irgendwas dagegen spricht und aber eins darf man auch nicht vergessen es gibt unheimlich viele streamer die partner sind die gepartnert worden sind in sagen wir mal 2013 die aber gar nicht mehr so regelmäßig stream und oder die eine längere pause gemacht haben und die verzerren das bild dann auch also ich habe einige die den ich folge die 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 haben nur 70 zuschauer sind aber vor drei jahren gepartnert oder vor zwei haben da zwischendurch irgendwie ewig nichts gemacht oder irgendwie komische spiele gespielt die sich keine angucken wollte oder aber sind selber eben ja hatten mal mehr zuschauer und das wird dann irgendwann weniger weil sie eben weil sie nicht in anführungsstrichen verbraucht sind oder so keine ahnung es gibt ja verschiedene gründe warum dann eben auch diese kurve wieder rückläufig ist und weg geht und man wieder weniger zuschauer hat als früher und der wechsel ja zum beispiel hast wir am anfang auch heute genau genau und das sind natürlich fälle wo man wo man dann ganz schnell sagt wieso ist der partner der hat die nur 70 zuschauer das liegt dann aber an einer völlig anderen geschichte das darf man natürlich nicht deswegen gibt es schon partner also ganz auf das ist ja sowieso ist der partner der 70 zuschauer ja der hatte aber mal viele zuschauer und ist irgendwann partner geworden vor früher zeit vor zwei jahren oder wann auch immer und streamt heute halt nicht mehr so viel und hat sich anders orientiert und du wirst ja bisher partner und bleibst das irgendwie also ich weiß nicht ich habe jedenfalls nicht gefunden dass da irgendwo du musst halt dreimal die woche stream oder so steht da irgendwie so aber im grunde gang es gibt ja keine so richtige feste regel wie du den partner los wirst also weiß ich jetzt nicht so genau aber ich habe jedenfalls nichts gesehen was da so entscheidend ist jedenfalls bleibst du dann ja automatisch partner und hast wenig zuschauer und das kann ja auch passieren das heißt ja nicht dass es eben mit wenigen dass das streamer mit wenigen zuschauern partner werden das ist ja nicht so ja das stimmt nicht man muss auch vergessen dass devs also developer zum beispiel zum beispiel zaflu ich weiß nicht ob ihr den kennt er macht einen ein dashboard für für streamer programmiert er und er hat auch die die partnerschaft bekommen weil das das hat glaube ich so sonder sonder hatte ich auch gerade gedacht halt so ja das kommt das kommt dann auch noch dazu aber es gibt halt wirklich ohne witz im deutschsprachigen raum also so kennt man viele da gibt es echt so einige sachen die sind nicht ganz koscher und also ich würde mich echt ich würde mich wirklich freuen nicht weil ich es jetzt schon habe sondern ich würde mich freuen wenn es wenn es da so regularien geben würde wo man sich dran halten könnte und nicht wieder mit b also ich meine wieder mit b ist halt immer gut und schön aber das ist für dies wo es da geholfen hat ja aber unter dem strich wäre schon schöner wenn man eine klare kante hätte und man kriegt alles auch transparenter dann halt weiß man ja auch so ein bisschen wo man sich halten muss so ja genau damit man ziel hat wo man hinwillen ich finde also genau das hat so kann ich halt in dem gespräch auch so interessant weil er der typ dann halt sagte so ja warum kriegt nicht jeder dann halt einfach den button und warum warum ist nicht jeder dann gleichheit von vornherein so partner ich finde halt irgendwo dieses dieses ziel was man so am anfang hat dahin zu kommen zu dieser partnerschaft dass es auch so eine kleine challenge halt ist sowas ja mir das ist wirklich spaß gemacht ich fand das auch irgendwie geil ja es ist ja auch gut für den stream also das ist nicht ganz so einfach ist ja weil wenn irgendwo musst du ja auch ein ziel haben und du musst ein stream ausbauen und und ich meine letztendlich bringt dir die partnerschaft ja auch ein bisschen was ja du kriegst ja auch was zurück letztendlich und insofern ist es natürlich auch schon wichtig dass du dann 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 ja dahin an penne arbeit ist kann aber es gibt auch es gibt auch das sehe ich immer wieder es gibt auch leute die haben weil sie nicht 20.000 follower 500 viewer und und haben keinen partner status weil sie es nicht wollen gibt es auch ja also bei mir war es damals noch so ich habe mich nicht beworben vor zwei jahren simon ist da auf mich zugetreten und ich war glaube ich sein erster den er gepartnert hat mit state zusammen was weiß ich noch also vor zwei jahren so ging das und so bin ich partner geworden damals und ich glaube wenn ich will also wenn wir wirklich mal also 100 150 im schnitt prima irre also ich muss ich muss ganz ehrlich sagen ich habe mich in zwei jahren irgendwie nicht weiterentwickelt was viewer zahlen angeht also ich glaube ich war heute nicht schlecht auch so ich habe glaube ich immer so einen schnitt von 200 oder so aber das gute ist mich interessiert das überhaupt gar nicht also aber so war das bei bei 150 oder so im schnitt bei arma damals hat er mich gefragt und habe ich gesagt ja lieben gehen da wirst du heute aber nicht mehr gefragt bei 150 also gefragt sowieso glaube ich nicht nee das ist doch ich glaube im kreativ bereich passiert da ja das wollte ich nämlich sagen das ist auch manchmal abhängig von dem was man genau an content kreiert wenn du jetzt variety streamer wirst oder bist da ist es natürlich viel viel härter weil du halt immer diese fluktuation drin hast es kann ja auch mal sein dass eine flaute kommt uns wieder runter geht oder was weiß ich wenn du jetzt irgendwie die nische hast du zum beispiel garak hast ja das simulieren würde ich jetzt als nische zählen als ganz große nische die kreative bereich kreiert aber ich kann ich wenn du das so sagst es ist auch eine ziemlich krasse nische und also da geht es dann wahrscheinlich leichter aber das sind nur sachen die kann man auch nur raten weil die stehen halt nirgendwo es ist halt total naja ich weiß nicht ob ich das anprangern möchte wirklich dass es so in transparent ist weil wenn es transparenter wäre hätte man auch wiederum gründe das auszunutzen wenn ihr versteht was ich meine ja aber heute ist ja das stimmt im chat geschrieben ich finde mal die frage gleich mal einfach so rennen dass das halt hoch gesetzt wurde diese mindest anforderung von twitch für also wie er jetzt so für die partnerschaft auf also hast du da was gehört irgendwie auf welchen auf welche zahl ich glaube das ist das was die lorde interessiert wie viel ist es denn ab wie viel kann man denn mal den schritt wagen das spielt gar keine rolle ne spielt keine rolle also ich ich wüsste nicht wo das irgendwo steht ich hatte auch nachgefragt und und follower scheiß drauf spielt keine rolle also die zahl der follower spielt überhaupt keine rolle und auch die die also ne die kriterien sind völlig anders und das ist eben dass das abstruse dabei auf der anderen seite wenn man eine klare linie hätte und da würde eine tabelle stehen excel sheet oder so blam das musste erfüllen wäre nicht gut da gebe ich dir recht weil dann ich weiß nicht irgendwo muss man wird natürlich auch verstehen also aus meiner sicht die suchen sich schon die leute aus die sie weiterbringen ja oder wo sie glauben dass sie sich weiter bringen oder die ins portfolio passen oder was auch immer das kannst du natürlich an zahlen festmachen sondern einfach nur an persönlichkeiten und dadurch content produzent bist muss die persönlichkeit einfach passen ich glaube das ist ganz entscheidend du willst ja auch nicht so leute haben die die dann den ganzen tag nur alter weißt du weißt du ja mal ein guck doch mal also gar so soll ich da werde ich aber vehement widersprechen dann guckt auch mal die also soll ja keine namen denn aber dann guckt doch mal irgendwie in bestimmte spielrichtungen ja ich habe mir nicht ja mit deutscher minecraft also minecraft spieler angeguckt und hat nur mit dem kopf geschulden die kommen aber von youtube und die haben es eh leicht die youtuber da gibt es ja eine ganz klare regel die brauchen ja nur eine bestimmte anzahl wenn sie das erreichen kriegen sympathen das steht ja sogar bei natürlich regeln drin kann ich mal kurz was sagen nein doch pass auf und und zwar dass das folgende und und zwar muss ich jetzt daran denken wie ich mit jemandem der wahrscheinlich vor seinem rechner sitzt und sich schon wieder die haare ausrauft weil er weil er einfach schon sehr aggressiv wird warum kümmern wir uns eigentlich um so einen beschissenen button weil a geben wir viel mehr steuern ab als wenn es uns leute donaten b ist das völlig rille weil die leute genauso viel donaten können c dunne die ganzen emoticons et cetera pp kannst du von außerhalb nehmen die du könntest die patreon zulegen weil ich zur gamescom auf die twitch partner party da das ist das ist halt ich diese bad nach dieser button ist halt schall und rauch eigentlich er ist mein grund mehr ist es nicht also a patreon funktioniert nicht ich habe patreon gehabt bevor ich partner wurde habe ich patreon gehabt ich hatte ein paar wirklich nette community mitglieder die haben von der ersten minute an bei patreon jeden monat fünf euro reingeschmissen wunderbar steuern zählt auch nicht spenden musst du genauso versteuern dass ihr keine spenden sondern einnahmen aber bei den du versteuer ist da drüben auch noch mal das hast du nicht vergessen das hast du da wieder ja ja aber du du hast ja erst mal dual und du hast das andere ja aber das wollte ich mir das ist kann das ist für mich nicht relevant ich bezahlt ja nicht faktisch nicht also dass das also die steuern sind das einzige was du an nachteil hast ist in anführungsstrichen nachteil du bekommst halt nicht alles zurück von dem was die user reinschmeißen bei dem bei dem abonnieren aber aber das verwaltungskosten so aber ansonsten das hast du ja auch wenn du eine spende in anführungsstrichen das wird immer spende gesagt es sind keine spenden ist ein einkommen ja dann ist es halt so dass da zahlst du ja auch am paypal oder welchen dienst du auch gerade benutzt also insofern ich glaube nicht dass das nicht so relevant ist aber also daran würde es jetzt nicht festmachen sondern also der qualitätsbutton ist kein also im endeffekt kann man da echt also man kann selbst ohne diesen button leben sogar viel besser man kann ganz ehrlich leute ohne eine zahl zu nennen ohne diesen beschissenen button könnte man besser leben dann gibt einen doch ab ich habe mein button schon seit ewigkeiten aber du könntest in der theorie und auch in der praxis ist nein was nein da muss ich dir widersprechen nein tu so nicht abgeben ich will ich will meinen nicht abgeben ich habe ich habe meinen schon seit ewigkeiten aber du kannst in der theorie auch ohne diesen button selbstständig sein wenn du den leuten das halt einfach erklärst dass sie nichts haben müssen sondern sie einfach deinen monat reinknallt das einzige was daran der nachteil ist du hast kein festes einkommen mit dem du rechnen kannst weil niemand versichert dir dass er das jeden monat macht im endeffekt das einzige was vielleicht schlechter ist du hast keine emoticons ok sehe ich auch noch ein aber rein aus dem finanziellen gesehen ist das besser ohne diesen button ganz einfach wenn dir die leute ist straight das ding in die tasche reinknallen ja da gebe ich dir recht und das habe ich gesagt leute die normalerweise subscriben weil sie das einfach haben und auf den button klicken die die 4 99 die inzwischen irgendwie sechs euro sind jeden monat genauso lange wie sie normalerweise schreiben würden überweisen würden hättest du mehr von das ist ja richtig passiert aber nicht weil die leute da nicht das nicht machen das zu aufwendig der button ist einfacher eben drum ja das ist aber das ist aber dass das hat aber nichts damit zu tun dass es nicht besser wäre oder du es nicht ohne machen könnte ich glaube die leute die ich unterstützen die machen beides wir als habs einfach um das nach außen zu tragen weil das hat ja auch ein powersymbol ist und also ich glaube von den leuten die mich so gerne schauen und also die hat quasi so fans sind von dem channel und keine ahnung jeden tag da sind die freizeit verbringen oder so ist die machen halt beides und unterstützende tisch damit ja auch noch haben wir den button und ich glaube von den leuten krisen von fünf im monat zugesteckt weil das ist ja das ist ja das ist auch so dass sie es noch mal zusätzlich aber der quali button ist im übrigen relevant nur für diejenigen die ganz wenig zuschauer haben für diejenigen die sowieso mehr zuschauer ist der quali button nicht so relevant weil den christ so automatisch bei mir war es immer schwierig zu anfang den quali button zu bekommen den gibt es ja also 2014 als ich anfing gab es das noch gar nicht und irgendwann hat wird dann damit angefangen wenn man eine bestimmte anzahl hatte von zuschauern und war nicht partner bekam man den quali button das heute ja noch so und das ist aber tageszeit abhängig und ressourcen abhängig das heißt wenn man tagsüber stream wie sali zum beispiel bekommst du denn immer ich habe aber immer zur prime time gestreamt und hatte deswegen immer die probleme diesen quali button zu bekommen deswegen bin ich ganz froh dass ich mich darum nicht mehr kümmern muss heute wäre es aber auch egal weil den würde ich sowieso bekommen also also deswegen kann man schon sagen ja ist eigentlich egal also wenn man ausreichend zuschauer hat christian button und der quali button ist natürlich wichtig weil viele gucken eben auf dem ipad auf dem iphone oder auf dem iphone kann ich mir gar nicht vorstellen aber auf dem ipad oder eben auf dem fernseher und die brauchen da irgendwie andere auflösungen das kannst du nur machen wenn du den quali button also ich gucke immer auf dem handy also ich kann auf dem handy source gucken das ding ist halt was ich sage was ich nur sagen will hängt euch doch nicht immer so also also nach außen hängt euch nicht an diesen button ran das ist aber ich will auf die party die party das ist ja dann geh dahin da kommst du auch so rein wenn du doch kommst du wenn du ja keiner mitnehmen kommst du auch wenn du dir ein bisschen mühe gibst das macht eine richtige twitch party kommst du auch auf da wo die ganzen girls sind und so die meinst du ja genau auf jeden fall dass das ding ist halt vergesst diesen button vergesst ihn der button kommt von alleine den müsst ihr nicht hinterher rennen und das ist der illglaube warum ich euch jetzt gerade warum ich da so hart gegensteuer weil ihr der leute versteifen sich auf diesen scheiß und der stream wird kacke dadurch also ich nicht welchen button meinst du jetzt den quali button oder den sub button die partnerschaft das ist halt versteift euch nicht auf das ding das bringt das bringt euch nichts ihr habt schon ein button da der heißt follow das reicht das ist gut wenn leute wiederkommen das muss da die müssen euch da nicht nur fünf euro für geben da gebe ich dir natürlich unangeschränkt recht baut euren stream aus und auf und dann kommt das ding wirklich von alleine das ist halt entweder entweder hast du dann gehst irgendwann pass auf das ding ist halt das ist die einfachste lösung den button zu kriegen fahrt auf die dreamhack fahrt auf die gamescom fahrt sonst wohin seit medium groß 50 60 leute gehst du den streamern macht ein selfie mit denen postet den bei twitter und dann sucht ihr euch noch fünf andere wenn schnackt ihr mit denen und sagt ihnen so ja hier trallala schicki wiggi zu wie die boobie die und dann habt ihr die eine tür die einen fuß hat das sagt man da noch mal genau ziegete die woobie die zacket die woobie die dann habt ihr den ein fuß drinne dann quatsch dir mit simon noch einmal so ein bisschen small talk tut ein bisschen interessiert und dann hast du die partnerschaft so hallo peng und dann wartet ihr bis zur gamescom und da ist das ding drinne dann verkauft euch halt vernünftig und dann habt ihr das ding fertig da so funktioniert das und dann dadurch generiert ihr sogar noch viewer dann hätte ich dass man eher gewusst hätte ich da gar nicht so hart für arbeiten müssen das ist ein gerade ziemlich viel vitamin b beschrieben ja so kriegst aber wieder mit b ja siehst du ganz einfach und mit vitamin b hast du die partnerschaft entschuldigung so ist es aber einfach das klingt weil sie wahrscheinlich wieder wo ist das gar nicht man muss von arbeiten musst du gar nicht musst du gar aber aber ganz ehrlich ich kenne halt auch also leute also ich meine da habt ihr nicht habt ihr mit prüster aber doch letztens auch hier vor zwei wochen oder so oder vor drei wochen vier wochen vor vier wochen zwei ziemlich genau zwei wochen zwei ja ne muss vier wochen gewesen sein vor zwei wochen war sali ja genau das versteht alles richtig gut dass ich da bin prüster hat kurz vor mir oder kurz nach mir angefangen aber irgendwie also zwei drei wochen mit dem stream halt so und gute zeiten schlechte zeiten gehabt und so weiter auch nicht also glaubt mal der typ hat vitamin b bis nach mappen also so einfach ist es anscheinend doch nicht so seine partnerschaft zu kriegen der priester ja ja gut aber er hat ja nur er lehnt ja auch kategorisch alles selber ab oder nicht hast du also das macht er ja selber auch er will das vitamin b gar nicht das weißt aber auch ja also er hat sich ja hier sogar reingesetzt und hat gesagt eigentlich will ich hier gar nicht herkommen also er schadet sich selber noch ist natürlich klar dass da nichts passiert also wenn jemand sich kategorisch dagegen wehrt dann ist das natürlich klar dass wo soll das herkommen da kannst du da kannst du so viel helfen wollen oder machen wollen wie du willst da passiert nichts ich meine ich meine wo er hingehen könnte er könnte ins wahlfischbecken mit den leuten mit den ins wahlbecken oder ins haibecken und mit den leuten da schwimmen und da würde ihn keiner anbeißen und er würde alles ein oder alles mitnehmen aber er will das ja gar nicht sagt er ja von sich selber auch dann ist natürlich klar dass da nichts passiert na gut wenn man das nicht will dann aber ich glaube halt nicht dass es so einfach ist dass man sich einfach irgendwie zwei drei leute ranholt und sich mal eben und mal eben eine partnerschaft nachher geschmissen kriegt also müssen was dafür tun muss man dann doch ja es klingt jetzt leichter als gesagt es ist halt natürlich klingt es einfacher aber es ist halt einfach dass das thema networken ganz einfach du gehst auf die gamescom ich meine wie viel wie viel streamer treffen sich mittlerweile wie viel wie viel ist das mode geworden dass sie mehr zum essen gehen ich selber auch ich war mit menschen essen die ich gar nicht kennen und wir haben uns einfach getroffen und geschnallt und so lernst du die leute halt kennen und so funktioniert das halt ich meine das beste beispiel für networken zum beispiel gerade ist ist igay sascha der macht so viel mit anderen leuten weil er der bock drauf hat und das geht zack ist er oben und schloss sieht er gleich noch mit schloss in seinem windschatten kommt auch hat auch seine drei vierhundert leute und das passiert einfach das ist einfach so funktioniert das und so kriegt man sein zeug ganz einfach das ist das ist es ist so und wird immer so sein und wieder mit b ist wieder mit b und wenn du wieder mit b hast kannst du alles haben was du mit dem wieder mit b natürlich kaufen kannst sage ich jetzt ja du kannst natürlich jetzt nicht frauen kriegen weil du jemand bei twitch kennst sozusagen okay und da sind wir wieder im richtigen leben und da sind wir wieder im richtigen leben und so funktioniert das tut mir leid leute so ist es halt einfach und ich studiere das schon seit drei jahren intensiv jeden tag da kann man auch gegen sagen was man will und ich habe ja nie verstanden wie also manche ticken dann ja auch nie ich will das alleine schaffen bla und da war ja mein wegen macht weiter so ist mir egal nils durchläuft da ja auch gerade eine wandelung anscheinend und das ist schon wichtig netzwerken mit leuten reden leute kennen dann geht das schlimme ist du kommst halt nicht drum rum also ich will jetzt nicht sagen dass ich bin auch ich bin auch zum beispiel ich bin kategorisch dagegen ich bin gar nicht alle kennenlernen okay ich bin ich bin ganz ehrlich ich will die nicht alle kennenlernen ich lerne zum beispiel leute die zum plankenschlag kommen so und da sage ich mir okay der war cool ich hatte bis jetzt noch keine gäste hier wo ich sage okay vorher sagt man sie okay ist nicht so mein kollege und danach dann dann tauscht man sich so ein bisschen aus dann schnackt man und dann ist man easy und dann ist alles cool und und schnackt so miteinander oder so wie jetzt bei mit den ganzen leuten die bei bei black desert online gerade mitspielen das ist halt das für mich ist sowas nicht das ist ja auch netwirken in dem sinne wir lernen leute kennen wir bringen leute zu uns und wir zocken mit denen und das hier ist auch nur netwirken was anderes ist das nicht das ist auch nur wir wir quatschen mit basti basti quatscht mit uns und so macht das die reihe rum und so zeigt man das das ding ist halt diese die diese sache für mich selber zum beispiel ich will das nicht so penetrant und öffentlich ich habe da so kein bock ich mag das lieber gemühtlich am liebsten wäre mir sogar noch wenn wir das in dresden in irgendeiner kneipe streamen könnten so jeder mit einem mit einem mit einem bananensaft und basti mit bier und dann dürfte ich dann bier trinken aber hier darf ich nicht wieso du hast doch vorhin die die alternativen gekriegt das ins glas zu machen oder wolltest du ja nicht die alternativen wurden die angeboten du hast jetzt jetzt weiß sie jetzt hör auf du hast dich für den wiedermals entschieden du hast dich für den wiedermals entschieden um ehrlich zu sein aber aber das das ist halt mit diesen was ich halt immer meine ist diese ganzen selfie geschichten und sowas das ist halt für mich so so abschrecken und ich finde das auch nicht authentisch ich habe das lieber so wie jetzt da lernt man ihn kennen oder ich zocke mit irgendwem was zusammen und dann machen wir das aber weil weil wir da beide bock drauf haben und nicht so dass wir den zeit das nervt aber was wirst du denn jetzt eigentlich machen willst und wenn einer kommt und sagt willst du gerne mal ein selfie mit dir machen so dann kannst du ja nicht kannst ja auch machst du auch nicht nein sagen also ich zumindest nicht wenn die leute sich darüber freuen mein gott tut mir ja nicht weh mal eben da nein ich rede ja von von streamen untereinander das meine ich also nicht von dass das wir natürlich mit mit unseren mit unseren zuschauern reden das ist natürlich ganz klar networken bezieht sich halt nur auf 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 streamer untereinander also berufskollegen sozusagen und für mich ist sowas echt schwer als die monge zu mir kam so 11 kann ich mal ein selfie mit ihr machen so habe ich schon geerbt gefühlt kann ich ja nein sagen ja aber sowas sowas ist für mich halt einfach nix ja ich mache das lieber so wie wie das jetzt läuft und ja das ist definitiv ein sinneswandel aber diesen wandel habe ich habe ich zum beispiel schon immer gehabt und ich wollte das schon immer so machen wie wie ich das jetzt mache und nicht so auf der gamescom denn zu zockbock gehen und sagen hey da wir haben uns schon du hast meine kamera gesehen ich deine high five so kommen wir sind beste broodys jetzt so nächstes mal gehe ich zu dir hin und sage hey was diese plankenschlag war cool und dann schnack ich mit dir weil jetzt kenne ich dich wir haben geschnackt so und jetzt gehen wir zusammen ein löten du bier ich eine brause und dann freuen wir uns hier gehe ich ein löten machen wir ein selfie auf der gamescom das wird cool machen wir ein nebel ja so ist es halt auch aber es ist also ganz ehrlich also ich habe halt auch schon echt viele leute so getroffen heute auf so veranstaltungen und auch mit denen geschnackt oder so aber ich habe ehrlich gesagt immer also ich bin auch nicht so der typ der das dann halt so also ich bin wahrscheinlich zu blöd dazu einfach der das dann für sich nutzen also ich habe irgendwie echt keinen keinen großen vorteil also ich glaube irgendwie so mal geschnackt habe ich irgendwie mit fast allen der einzige der mir dann noch fehlt ist gronk irgendwie der sammlung aber ich habe da ja nichts von gehabt ich bin dadurch ja nicht größer geworden oder habe irgendwie dadurch irgendwie mehr reichweite gekriegt also ich habe das halt weil ich jeden tag irgendwie da sitze und halt zocke so dadurch kommen die leute auf meinen channel und schaue mir halt zu und sagen halt irgendwie ja okay entweder ist das etwas für mich finde ich cool dann komme ich wieder und wenn nicht dann gehen sie halt woanders hin so der eierbecher meinst du schraubt hier ja du schraubst auch den ganzen tag an deinem stream war ja okay ja wollen wir eigentlich noch weitermachen oder haben wir uns verraten nächste frage ist da sind noch was sagt ihr zu den ganzen protesten wenn zum beispiel flughäfen oder bahnhöfe ausgebaut werden und sich die leute darüber darauf darüber aufregen sehr so gibt so ist tiefgestellt diese frage gehört doch gar nicht hin kann man dazu einfach keine meinung haben ja aber ich kann der platten schnack nicht leisten als slapstick habe ich dazu keine meinung als hcd sie habe ich dazu keine meinung wie die anderen beiden wieder nicht mitmachen wollen garag jetzt sagt dein namen und sagt was keine meinung dazu das stimmt ja nicht der meinung aber zu diesem thema habe ich keine doch ich hätte eine aber die möchte ich nicht im stream aus das dauert lange und tut weh thema badpflege bei den wertigen gesellschaft wie pflegen die unsere bärte ich habe ich habe ich habe kann also so ein badkamm so ein schön geht aber auch mit der haarbürste habe ich festgestellt und nein sowas benutze ich nicht ich benutze badöl ja mit eukalyptus geschmack geschmack englisches badöl und damit meute schon mal so drauf also das ist schön für die feuchtigkeit im bart und und die haare fußeln sich so weg bei mir fußeln die so in alle richtung das ding ist ja ein bisschen länger und deswegen muss das dann damit das glatt anliegt der badöl das kann ich das probleme ich nutze shampoo seife bin ja sonst normal beim waschen halt wasser aber ansonsten damit die schön dran bleiben wenn ich unter menschen gehe dann badöl riecht auch gut und du passi wasser die badpflege ich warte nur drauf magst du magst du da so antworten ich nehm bier ich ne ich rasiere ab und zu die konturen mit so einer axt halt nach okay ich ehrlich gesagt ich mache da echt nicht so ganz viel dran halte ich habe mir am bad wachsen lassen um da eben nicht so ganz so viel pflege reinzustecken und um mal rasieren und dies und das also wirklich ab und zu mal irgendwie so alle paar tage mal ein bisschen die konturen nach rasieren und ansonsten wird er ab und zu mal getrimmt wenn er zu lang wird und ich mache da echt nicht so ganz viel aber das mit dem öl war habe ich schon mal von niemand anders gehört das soll wohl ganz cool sein ja das ist sehr cool ich habe das beim kumpel mal doch in berlin im taxi haben wir über badpflege geredet und erzählt er so darf ich mal anfassen und dann gucken wir uns beide so ansassen jetzt wirklich ja ja genau das sieht dann immer oder hört sich dann immer so ein bisschen an ist ja okay kann man sich auch mal drüber halten aber ich mache halt nicht ganz so viele ich auch nicht ein feuchtigkeitscreme für die ellenbogen jetzt aber badpflege wir sollten noch mal so ein beauty planten schnack machen beauty tips von streamer ist eine gute idee da müssen wir ganz vorsichtig sein also den cell auf den höre ich ja schon von hinten aber das ist doch kein problem das machen wir denn immer kontinuierlich im wechsel basti hat sich jetzt schon eingetragen quasi wir machen nächste woche sonntag dann machen wir beauty sondern denn anderthalb stunden und dann erzählen wir ein bisschen über beauty produkte ja und lass uns das aber auch also das ist echt gut machen so dann müssen wir freuen noch mal ein paar leuten schnacken weil also es wäre dumm da die mark nicht mitzunehmen machen wir dann tatsächlich ein paar brefflings fertig natürlich diese beauty palace ja finde ich gut incoming desieb ich hab schon visionen hier ja gut darf ich mit zum hall zum was bitte zum hall darf ich mit was das ja ein hall halt was ist ein hall die taschen voll packst und dann auspackst und dann alles einmal in die kamera präsentieren darfst du nicht woher weißt du so eine sache ich bin hallo entschuldige mal ich bin auf youtube unterwegs die trends da bin ich zu hause ok leute das mit den katzenbildern oder videos nicht mehr so und nee das ist vorbei auspacken also ich habe die letzte frage übrigens an basti wann rasiert sich basti endlich seinen bart ab und warum singt er nie die happy birthday die der für seine subs weil das kann bei für beide sachen weil es kann ja das macht am meisten sinn weil er das ist auch so ein insider halt irgendwie so ein bisschen also die frage kam halt öfters mal hast du vielleicht auch schon gehört oder ihr seid ja alle wertige ob man sich quasi für wie viel geld man sich den bart abrasieren würde und so halt keine ahnung kam das war ich schon mal im stream ja doch ja ja also wurde mir tatsächlich auch schon was geboten so dafür und ich habe gesagt ich mache das nicht kannst du selbst wenn da zehntausende oder so würde ich halt das würde ich halt nicht machen weil man sich zum einen dann halt so zur nütze macht und ja keine ahnung also ich würde das ich habe das für mich entschieden das nicht zu tun ich kann aber also um die geschichte jetzt noch komplett zu erzählen wir haben mal den streamer gefunden den kenne ich auch schon sehr sehr lange aus aus der zeit wo ich angefangen habe zu streamen und der hatte im titel drin stehen ab so und oder für so und so viel follower rasiert er sich den bart halt so und da hatte ich gerade echt ein paar mehr leute das war irgendwie auf dem sonntagabend bin habe seinen channel geradelt habe gesagt komm leute ihr follow da jetzt alle mal wir machen die zahlheit glatt und dann mal gucken ob er hat oder nicht und er hatte die eier der hat sich live im stream rasiert ist kein witz aber also mit nass rasierer weil nichts anderes da hat er hatte ich nicht gerechnet dass das so schnell geht dass das einer sieht man hat sich echt mit nass rasierer trocken ohne schaum und alles den bart rasiert der hat ein rotes gesicht ich habe tausend gesagt hör auf hör auf mach das nicht mach das irgendwann wenn du scheiße hast aber er hat gesagt nee ich ziehe das jetzt durch jetzt auch richtig so und alle drennendes rotes gesicht alle hatten wir voll mitleid mit ihm aber auch respekt dass das dann letztendlich gemacht hat was er nicht wirklich hätte machen müssen dann so aber daher glaube ich kommt das so ein bisschen und ich habe halt für mich entschieden ich würde sowas nie machen nicht für geld nicht für hallo's oder whatever richtig so richtig so bleibt hart sag mal jungs wir sind vier stunden dabei wollen wir aufhören für heute sonst ja das so zweieinhalb ich glaube ich schon mal ich weiß aber nicht mehr mit wem das war ich weiß auch nicht aber gut heute also es war wild suchtig bierig stinkig schmierig hatten wir alles dabei alles dabei es war alles wir hatten echt alles heute wollen wir noch den stream der woche machen freunde sonne ja slabby ich hoffe mal dass alles stimmt ja ich glaube das ist gar oder geek domo nee das hört sich ja das bin ich ja das hast du ja auch rein ok ja ich habe heute als drüber der woche geht domo ich habe mal geguckt wer ist der streamer dem ich eigentlich so zu meinen anfangszeiten bei twitch so gefolgt bin und und dem ich heute noch folge und das ist einer meiner aller allerersten es gibt noch eine streamerin aus usa die noch länger dabei ist aber geek domo habe ich damals kennengelernt durch everquest landmark und der spielt alles der spielt elite der spielt american truck simulator euro truck simulat oder fliegt sogar flugsimulator mittlerweile aber er macht auch ganz normale also das ist ein streamer der auch auch nichts drauf also der ist nicht festlegbar auf irgendwas der stream mal das mal das alles kreuz und quer und ist twitch partner seit mindestens drei jahren es trinkt aber auch mal nur für 70 leute es trinkt mal für 400 leute das ist total unterschiedlich bei dem geht domo hatten sehr schön bad und und hat deutsche wurzeln irgendwie seine frau ist glaube ich deutsche das heißt er kann sogar auf deutsch antworten wenn man also englischsprachiger streamer die wohnen in usa kann aber deutsch hört sich ein bisschen lustig angeht aber und ja sehr zu empfehlen sehr gemütlich ist meistens tagsüber nach unserer zeit zugange hier irgendwie was ich immer nicht so richtig verstanden habe weil der ja eigentlich von der zeit zurück ist das heißt dann müsste eigentlich nur nachts streamen also das habe ich noch nicht so ganz bei ihm durchblickt aber wie gesagt schaut einfach mal rein bei gigdomo wirklichen streamer der erste stunde bei twitch und immer wieder lustig und immer wieder überraschend wasser so streamt ja so ist es darf ich kurz was einwerfen ich wollte gerade sagen also wenn ich schon wieder lese warum wir nicht kleine streamer nehmen aus dem ganz einfachen grund weil wir die streams nehmen die wir gucken und nicht irgendwelche streams die wir promoten wollen ganz einfach genau das heißt wie mehr der woche für uns selber und wenn irgendeine ein guck der groß ist dann guckt er den also ich würde gigdomo jetzt auch nicht jetzt groß bezeichnen aber aber zumindest seit jahren twitch partner aber groß würde ich ihn jetzt nicht bezeichnen der würde ich nicht aber ich würde auch keine empfehlen einfach nur so weil weil oder ich hätte da naja eine paypal spende vielleicht nein wir zeigen also wir haben hier nur leute die wir selber gucken ich glaube ich habe dein bassi piano piano pro man oder ja genau das war also die frage weil ich wusste nicht genau okay wenn die wenn ich jetzt jemanden promoten sollte würde ich jemand anders nehmen der braucht die promotion nicht aber du hast am anfang gefragt also welchen ich geguckt habe und das war tatsächlich eigentlich der einzige den ich diese woche wirklich über längere zeit wo ich habe zwar mehrere mal so reingeschaut irgendwie von kumpels aber die die machen alle gaming content also muss ich jetzt ehrlich sagen und ich gucke halt ganz gerne was weil ich bin ich acht stunden gespielt habe gucke ich ganz gerne was was nicht unbedingt was mit videospielen zu tun hat und da finde ich piano man ein pro man oder wie heißt ja noch mal piano ein pro man heißt ja genau den finde ich halt total super das ist ein älterer herr ist halt schon 70 oder so amerikaner und er spielt piano in seinem stream und das ist wirklich ein begnadeter richtig guter pianospieler hat das sein leben lang gemacht und hat immer mal eine gute geschichte so auf lager ich mal seinen stream gesehen wo er erzählt hat wie er seine frau kennengelernt hat der schon lange verheiratet ist und das war echt eine rührende geschichte so also total nett von herzen so und dann spielt er einfach songs die dich berühren und das fand ich das da gucke ich halt gerne rein spielt halt nachts aber das stimmt halt auch nachts wundert mich dass er jetzt gerade gar nicht online ist das wäre jetzt nämlich so seine zeit und es dann oft so wenn ich mal ein stream ausmache also zehn elf so abends lasse ich ihn im hintergrund noch laufen habe den auch schon öfters mal gehostet so meistens vergesse ich dann tatsächlich und höre halt einfach musik und antworten auch auf nachrichten gucken ein bisschen was so im social web irgendwie los war und ja das ist so mein bisschen so meine entspannung deswegen habe ich den jetzt heute mal empfohlen ansonsten wenn ich jemanden noch featuren sollte dann wäre es mein kumpel der kommen ist die ich den gestern auch abends unterwegs war der allerdings auch sehr viel streamt und da ganz engagiert ist ohne witz leute es ist schon wieder mal dass das falsche overlay drinnen ich liebe es ich habe schon geändert aber du heißt heute salista zockt was sie du bist heute anders okay damit musst du jetzt einfach mal klar machst du das machst du absichtlich das war nicht mit absicht das ist schon mal passiert aber das ist so ein running gag geworden du bist aus versehen wie anders jetzt entschuldigung du musst doch nicht rot werden das ist du bist jetzt eine hübsche dame aus der schweiz mit langen haaren und ordentlich holz vor der hütte alles was ich immer sein wollte er und eine junge dame mit ordentlich holz vor der hütte gut slabby horrein ja ich wiederhole meinen meinen streamer der woche tatsächlich zum allerersten mal den hatte ich eigentlich schon aber ich glaube sogar bin in der ersten sendung aber er ist einfach so gut dass ich ihn immer noch mega viel gucke und ich weiß nicht also wenn man erst als schwede ist typisch schwedisch metalhörer und so wie man ihn sich hat vorstellt man also er streamt ohne facecam aber erst unfassbar witzig streamt auf englisch und wenn man sich seine wiederholung auf youtube zum beispiel anguckt was ich immer machen muss weil ich ihm live meistens nur zwei stunden zu gucken kann weil ich dann schlafen gehe weil der mal mitten in der nacht streamt ich lache mich immer so kaputt weil er einfach dieses diese situations komik mittlerweile so gut beherrscht einfach wenn man jetzt ich sag mal wenn man sonntags in die kirche geht sollte man bei ihm vielleicht nicht angucken da könnte man vielleicht ein paar dass du mich gewarnt hast also wenn man bibelfest ist wird man bei ihm wahrscheinlich keine freude haben aber sonst wenn man dem der metal musik nämlich abgeneigt ist und gerne mal jemand ein bisschen dunklere sachen spielen sieht dann ist man bei ihm auf jeden fall an der richtigen adresse okay wachs keleta von weinshaus macht viel auch mit youtube und so aber meistens sind ja tatsächlich mittlerweile ich bin glaube ich der einzige der wirklich jemand kleines hat diese woche ich habe münchen eine junge dame aus nrw glaube ich wenn ich mich nicht irre so die ecke wenn ich mich nicht täusche ich werde bestimmt gleich geschlagen oder so aber die junge dame spielt zurzeit auch black desert und hat division gezockt und ab und zu cod da gucke ich ab und zu gerne mal rein und das ist da sehr ruhig und sie hostet mich gerade das war aber nicht so abgemacht münchen das finde ich unfair von dir das sieht nämlich jetzt schlecht aus wenn ich dich so empfehlen verstehst du die lassen dafür gekriegt denn jetzt aber ich gucke sehr gerne bei münchen vorbei und das würde ich euch definitiv empfehlen eine herzenswarme dame mit einem sehr abgefahrenen follower dingsbums irgendwie so ein schniggi wiggi oder so weiß ich nicht wie das geht sieht aber cool aus und darauf hat es auch ein bisschen was also viel spaß bei münchen ach so den link habe ich reingehauen ja so von der sonne das abpfiff okay nach vier stunden müssen wir zum ende kommen herzogpock bastin norddeutsche junge sie haben das letzte wort für heute du ne ne wir sind noch nicht fertig aber so dass du dich schon mal moralisch vorbereiten kannst du hast das letzte wort okay ich hasse das letzte wort ja du hast das ja cool ja das ist doch genau richtig bei dir aber ist okay mach ich jetzt alles gut mach mal äh slebby hau rein bitte jo danke nochmal der ist achso wie heißt der streamer wachsgelether heißt der der link für müsste oben sein habe ich den nicht reingepostet doch doch habe ich wahrscheinlich schon zu lange her ich mache einfach noch mal alle ja ja danke fürs zugucken danke ich weiß gar nicht wo die zeit verblieben ist falls sich leute wundern warum ich heute nicht so viel erzählt habe dann liegt das daran weil ich krank bin und mich ein bisschen zurückgehalten habe heute nur falls ich habe ein paar mal im chat gelesen warum ist redet der gar nicht heute oder wie sieht das aus ich habe einfach halsschmerzen deswegen heute ein bisschen weniger aber ich will jetzt nicht rummimimim jetzt auf jeden fall spaß gemacht hier reiß dir ein stück ab und heule leise okay hier deine stimme nimm nimm stück und dann wein weine ich komme gleich ich komme gleich darauf zurück aber ich brauche erst mal die handcreme von garag also dann dann vielleicht ja ansonsten wollte ich doch ihr habt ein schönes schönen sonntag abend und ja wir sehen uns die woche viel spaß beim die sie jetzt hat jetzt wahrscheinlich auch gleich noch ne ja doch von daher lauf nicht weg bleibt hier der so muss jetzt zackt der basti auch gleich noch auf gar kein fall ich komme auf dem tacho mensch das sucht die was ist da los ja ehrlich ist ja kein richtiger sucht ich muss jetzt raus in die welt batman schläft nicht und das verbrechen auch nicht und ich muss jetzt quasi kleine katzen vom baum retten ja okay cool dann garag möchtest du oder soll ich ja ich mach mal eben schnell ich bin ja bekannt für schnell ratzfatz ja schön dass ihr da wart wie immer danke fürs zuschauen ich bin bitte betet für slabby damit er wieder gesund wird eine besserung ich bin froh dass ich bastian basti kennenlernen durfte das ist echt norddeutscher junge so wie er mir gefällt und danke dass du da hast einen klang geschnack und ja bis zum nächsten mal tschüss hau rein garag tschüss haben vielen neben dank dass sie zugesehen hat was sie vielen dank für die einladung es hat mich sehr gefreut dich mal kennenzulernen ich glaube wir laden dich vielleicht noch mal ein das war lustig heute und irgendwie unfassbar lang was noch viel cooler ist das ist mein gutes zeichen für einen guten gast also oder das liegt einfach daran dass slabby heute so ruhig war aber ich glaube das kann auch daran liegen vielen lieben dank leute dass ihr da wart ich habe mich sehr gefreut bitte guckt bei einem bei twitter rein das seht ihr ja hier auf dem bildschirm überall das ist übrigens norddeutscher junge und nicht zockbock ja also ich gebe euch da noch mal den link da könnt ihr auch noch mal ein follow rein dropsen der spielt nämlich immer so komische triple a titel ansonsten vielen lieben dank love you long times und man sieht sich später auch rein also wenn ja ein bisschen verlegen hier wenn ich ehrlich bin dankeschön für das viele lobe ja und es war sehr lang höre ich auf das tatsächlich also das aber nicht von so bärigen typen wie euch ja also das vergnügen war ganz auf meiner seite es hat großen spaß gemacht danke also auch noch mal für die einladung dass das jetzt beim zweiten mal geklappt hat beim letzte woche ich weiß gar nicht ob du es erzählt hast irgendwie haben wir ein bisschen vercheckt er war ich nämlich auch krank und habe am freitag hast du mich auch ich angehauen irgendwie und dann habe ich nur gesagt wo ist okay wo muss ich hinkommen und das war aber dann doch nicht so die finale bestätigung irgendwie naja haben wir ein bisschen an der vorbei gequatscht also ich kann das nachvollziehen wie das ist wenn man krank ist gerade hinter mir eine gute besserung auf jeden fall du musst dich nicht bei slabby einkratzen jetzt einfach so okay wieso einfach so ja slabby hat gerade einen auf den deckel gekriegt du musst ihn jetzt nicht bauchmizeln es ist doch scheiße wenn man krank ist und dann hier sitzen muss den ganzen abend und hart quatschen muss ne hat mir echt großen spaß gemacht also ich kann das auch nur so zurückgeben was der was der kalle erzählt hat also war echt hat mir großen bock gebracht ja war schön euch auch kennengelernt zu haben und ja wenn ihr mich noch mal einladet dann komme ich vielleicht vorbei aber nur vielleicht und nur wenn ich bier trinken darf nein ach du reitest ja immer so drauf rum alles gut ja genauso wie du beim bier drauf rum reitest okay ich bin kein suchtier ich spiel jetzt nur gleich noch ein bisschen blenkersatz nehme ich an natürlich nein nein ich nicht ich muss die wette ich muss um sechs raus wollen wir alle noch in die in die kamera winken oder möchtest du noch was hinzufügen bassi ne alles gut so dann bis zum nächsten mal ne auf Wiedersehen tschüss 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 Ihr könnt weiterreden das passt schon ich las Musik rauslaufen Vielen Dank.